So, eine neue Folge Jungen Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Steffen. Hast du einen vollen Namen Steffen? Einen vollen? Steffen Mauch. Ich bin Soziologe. Was für ein Soziologe bist du? Das nennt sich Makrosoziologie. Warum bist du kein Mikrosoziologe? Tja, ich soll auch immer erklären, was Makrosoziologe eigentlich ist. So in Einführungsvorlesungen. Und da fühle ich mich immer ein bisschen schwer damit. Es ist leichter, Mikro zu erklären. Da geht es meistens um Verwandtschaft, Familie, Freunde, Peers. Und Makro, die Gesellschaft als Ganzes. Vor allen Dingen Ungleichheit, Gesellschaftsvergleich, sozialer Wandel. Das sind so meine Themen. Und Makro im Sinne von die deutsche Gesellschaft oder europäische Gesellschaft, die globale Gesellschaft? Das ist nicht so richtig definiert. Das kann alles sein. Ich beschäftige mich viel auch mit Vergleich. Also europäische Gesellschaften im Vergleich habe ich viel gemacht. Aber auch zur deutschen Gesellschaft gearbeitet. Und das kann man sich eigentlich aussuchen. Ich habe auch versucht, ein bisschen globale Soziologie zu machen. Was nicht einfach ist, aber... So was gibt es? Ja, so Global Sociology. Das ist so ein sich entwickelndes Feld, wo man eben nicht nur Gesellschaften nebeneinander stellt oder eine Gesellschaft in den Fokus nimmt, sondern wirklich mal versucht, eine globale Perspektive von Beziehungen, Abhängigkeitsverhältnissen, auch Dynamiken sich anzuschauen. Und ich habe das vor allen Dingen so im Hinblick auf Mobilitätsfragen gemacht. Wer Auto fährt und wer Fahrrad fährt. Nee, Mobilität. Da geht es eher so um die, zum Beispiel Daten oder Analysen zu Visumfragen. Also wer kann eigentlich visumfrei woanders hin reisen? Und warum gibt es eigentlich so etwas wie so eine globale Mobilitätshierarchie, wo einige ungehindert Grenzen überfliegen oder überwandern können? Wie wir, die Deutschen. Ja, und andere letzten Endes an den Ort gefesselt sind. Und da habe ich so ein kleines Buch dazu gemacht, das Sortiermaschinen heißt. Ja. Und genau das behandelt. Aber so sehr bist du jetzt nicht globaler Soziologe. Ich mache das auch. Ich bin soziologisch ja vielleicht so ein Gemischtwarenladen. Also ich mache ganz unterschiedliche Themen, bin auch immer wieder neugierig auf neue Sachen. Es gibt ja Soziologen, die machen immer dasselbe. Also die bewegen sich in einem festen Theorierahmen, machen Systemtheorie oder postmarxistische Theorie und halten das dann auch ihre Biografie durch. Und dann gibt es andere Leute, die arbeiten immer nur mit demselben Datensatz. Und ich bin jemand, der ist eigentlich sehr stark themengetrieben. Ich sage, was mich interessiert und dann versuche ich das interessant soziologisch aufzuschlüsseln und zu gucken, ob man mit unseren Methoden und auch Erklärungen da irgendwie was beitragen kann, was zur Auffällung der Geschehnisse beiträgt. Wenn wir in den nächsten Stunden mal schauen, was du beitragen kannst. Ich habe mich gerade gefragt, wenn man globale Soziologie macht, kann man dann so auch quasi die Gesellschaften vergleichen? Und sind wir da die beste Gesellschaft? Die Deutsche? Das kann man nicht so einfach sagen. Beste ist jetzt auch nicht so eine soziologische Kategorie, die ich so typischerweise anlegen würde. Aber natürlich kann man Gesellschaften vergleichen im Hinblick auf ihren Wohlstand, Lebenserwartung, Qualität der Demokratie oder solche Dinge. Und da sind wir eine privilegierte Gesellschaft, wo wir die Beste sind, da bin ich vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Wir wollen ja die Beste sein. Ja, wir strengen uns immer an. Es gibt ja auch ganz viel Forschung zu globaler Lebenszufriedenheit, wo man dann irgendwie 180 Nationen vergleicht, wie zufrieden eigentlich die Menschen sind oder wie hoch die Selbstmoderaten sind und dann so Länderrankings. Das ist soziologisch, also für mich jetzt nicht so aussagekräftig. Das ist vielleicht mal interessant in der Zeitung sowas zu lesen. Oder auch solche Statistiken sich mal anzugucken. Aber eigentlich finde ich das nicht so wahnsinnig spannend. Ja. Du meinst gerade, dich interessieren Themen statt irgendwelcher soziologischen Richtungen. Gibt es irgendwelche Themen, für die du dich früher interessiert hast, die dich heute nicht mehr so interessieren? Ja, ich habe mal angefangen, da habe ich so ein bisschen mehr so vergleichende Sozialpolitik-Forschung gemacht. Das war so ein definiertes Feld. Das habe ich auch in der Dissertation gemacht und viele Jahre auch da erfolgreich Forschung drin gemacht. Und dann habe ich mich da so ein Stück weit von weg bewegt. Das interessiert mich jetzt immer noch und ich mache auch immer noch ein bisschen was. Aber dann kamen andere Themen dazu. Migration, soziale Ungleichheit, sozialstruktureller Wandel zur deutschen Einheit oder zur ostdeutschen Transformation habe ich ein bisschen was gemacht. Alles mögliche. Warum hat dich das früher interessiert und jetzt nicht mehr? Ja. Worum ging es da? Ja, da ging es eigentlich darum, was ist eigentlich die Art der moralischen Unterfütterung von Umverteilungsinstitutionen? Also letzten Endes um Fragen von Transfer, von Besteuerung. Und da habe ich so einen Vergleich gemacht zwischen Deutschland und Großbritannien. Das war meine Dissertationsarbeit. Und habe mir das angeguckt, sozusagen welche Art von Gerechtigkeitsprinzipien sind eigentlich in zentrale sozialpolitische Institutionen eingebaut. Wie operieren die eigentlich und welche Anerkennungslogiken bringen die eigentlich hervor? Und das kann man da machen und da gibt es auch einen bestimmten theoretischen Rahmen, in dem man sich da bewegt. Denn die Frage, die man sich natürlich schon stellen kann, warum sind Menschen eigentlich bereit, unter bestimmten Umständen institutionellen Arrangements zuzustimmen und die auch zu unterstützen, die von ihnen selbst Ressourcen wegnehmen und sie anderen geben. Das ist ja erstmal sozial voraussetzungsreich, so eine Art organisierte, kollektive Solidarität. Und damit habe ich mich beschäftigt, wie das eigentlich funktioniert. Und irgendwann hast du Interesse daran verloren? Nein, durch Interesse verloren. Es gibt dann erstmal, stellt man fest, dass man... Das ist ausgeforscht. Naja, es gibt natürlich Themen, die sich irgendwann erschöpfen. Das Thema gibt es jetzt auch weiter, auch unabhängig von meiner Forschung. Aber man stellt manchmal so ein Stück weit fest, der Mehrwert, den ich jetzt selber noch in diesem Feld erzeugen kann, der wird eigentlich geringer. Und ich wollte nicht immer nur Variationen des Gleichen machen und mich da letzten Endes auch so ein Stück weit wiederholen. Das ist manchmal auch eine sehr erfolgreiche Strategie. Wenn du Professor bist, dann kannst du nicht mehr gekündigt werden. Ja, dass du dich immer weiter vertiefst und so weiter. Aber man möchte ja auch morgens aufstehen und sagen, ja, da gibt es jetzt irgendwas, was mich packt und wofür ich mich begeistern kann. Und da hatte ich das Gefühl, da gibt es einen abnehmenden Grenznutzen bei mir. Und dann bin ich zum nächsten Thema weitergewandeln und zum nächsten. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ich in zehn Jahren mache. Das wird sich dann irgendwie ergeben, ob ich einen interessanten Aufhänger finde, ob ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es jetzt irgendwie ein Thema, das flackert irgendwie, das hat irgendwie eine Art von Attraktivität. Und damit könnte ich mich jetzt ein paar Jahre beschäftigen und auch was Interessantes da beitragen. Wenn jetzt einige neidisch standen und sagen, oh, der Steffen kann sie aussuchen, wozu erforscht, das ist ja geil. Das ist schon eine privilegierte Situation. Klar, ich meine, das ist auch ein Weg zur Professur. Das berichten ja alle und das ist auch für den Nachwuchs, glaube ich, heute schwieriger, als das damals für mich war. In der Karriere hat man auch entweder auch häufig Glück. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie logischer Fahrt ist und man da irgendwie darauf zuwandert. Ich habe auch nie daran gedacht, dass ich immer Professor werde. Das hat sich dann einfach so ergeben. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich festgestellt, ich stehe morgens gerne auf, ich mache das gern. Und bin jetzt auch in der Situation, wo ich eigentlich eine große Freiheit habe, mir selber Projekte, Themen auszusuchen und die irgendwie soziologisch zu bearbeiten. Musst dir das irgendjemand erlauben, dass du, also dein Thema oder so, oder kannst du irgendwie so sagen, das interessiert mich jetzt und dann kann da keiner was machen? Ich habe natürlich eine Denomination, wie das so heißt, also meine Stellenbeschreibung, dass ich eben sage, ich bin Professor für Makrosoziologie. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt anfangen würde, ja, was weiß ich, im ganz anderen Feld zu wildern, Betriebswirtschaft plötzlich zu unterrichten oder zu forschen, dann würde das vermutlich unter meinen Kolleginnen und Kollegen oder... Das ist eine logische Betriebswirtschaft. Ja, das ging ja auch. Aber ansonsten bin ich relativ frei. Es gibt ja die Freiheit von Forschung und Lehre, die grundgesetzlich verankert ist und die erlaubt natürlich relativ viel zu machen. Aber in der Lehre bin ich natürlich so ein bisschen festgelegt, dass ich einfach dieses Fachgebiet abdecken muss. Aber was ich jetzt in der Forschung mache, das ist nicht so vordefiniert. Das wäre ja auch irgendwie komisch, wenn jetzt meine Dekanin käme oder meine Präsidentin und sagen würde, Herr Mauer, bitte erforschen Sie jetzt mal XYZ. Jetzt haben Sie irgendwie zwei Jahre dafür Zeit und dann bringen Sie mir mal das Ergebnis. Wissenschaftsfreiheit, wir haben ja viele ProfessorInnen hier, da ist mal das Thema Drittmittel. Musst du Drittmittel eintreiben? Müssen nicht. Ich habe das auch immer gemacht. Ich bin jetzt in einer privilegierten Situation, dass ich einen großen Preis bekommen habe, vorletztes Jahr. Den Leibniz-Preis, ne? Ja, der auch sehr viel Geld beinhaltet. Geht das Geld aus deinem Konto? Nee, das war, als ich den Preis bekommen habe und ich habe das dann meinen Kindern erzählt, dann haben die gesagt, Wahnsinn, was kaufen wir uns denn jetzt? Da warst Millionär. Ja, und da habe ich gesagt, nee, das ist ein Preis, mit dem ich Forschung mache. Dann haben die gesagt, was denn das für ein Preis, für den man arbeiten muss. Das ist doch kein Preis. Das ist eine sehr gute Frage der Kinder. Das ist eine richtige Kinderfrage, also eine naive Frage im Prinzip. Und nee, das ist ein Preis, der einem Forschung ermöglichen soll, dass man eben möglichst viel Freiheit hat, die eigenen Forschungsinteressen so zu verfolgen. Und man kann dieses Geld sieben Jahre lang ausgeben. Zweieinhalb Millionen Euro war das? Genau. Ich habe jetzt erst zwei Jahre ausgegeben. Wie viel hast du schon ausgegeben? Ich glaube so 400.000 oder 500.000. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Das fließt natürlich auch in Stellen von Personen, die mit mir zusammenarbeiten. Und von da habe ich jetzt die nächsten fünf Jahre nochmal einfach viel Spielräume, um Dinge zu machen, die jetzt vielleicht andere Leute nicht so ohne Wreitest machen können. Das ist ja genau der Kritikpunkt an dem System, dass du jetzt das Glück hast, diesen Preis zu bekommen zu haben, dieses extra Geld. Das würden ja wahrscheinlich andere Soziologinnen und andere Professoren auch gerne haben. Ja, leider ist das wahrscheinlich nicht universalisierbar, schon aufgrund begrenzter Mittel. Das muss ja nicht so sein. Ja, das ist lange eine Diskussion. Also, dass man überhaupt keine Grundausstattung an den Universitäten mehr hat oder nur eine sehr geringe. Dass man im Prinzip überhaupt keine Eigenmittel hat, um Forschung in die Wege zu leiten, das ist schon ein Problem. Genau. Und dann hat man natürlich eine extrem stark projektgesteuerte Forschung. Deutschland ist vielleicht sowieso nochmal ein Sonderfall. Das gibt es in anderen Ländern nicht so ohne weiteres. Also, überhaupt dieser riesige Drittmittelbetrieb in den USA findet man das so gar nicht. Und ein deutscher Professor oder Professorin, die beantragen irgendwie bei der deutschen Forschungsgemeinschaft irgendwie eine Projektfinanzierung, gibt es hohe Ablehnungsraten. Und wenn man dann das Glück hat, das zu bekommen, dann nutzt man das Geld in der Regel, um Leute einzustellen, die die Forschung machen, die man selber gerne machen würde. Also, und dann muss man schon wieder für das nächste Projekt und das übernächste. Das kostet ja auch Zeit. Ja, es kostet riesige Zeit. Es ist zum Teil ja eben auch, ja, gerade wenn so ein Projekt fehlschlägt, so ein Antrag fehlschlägt, da hat man dann ein halbes Jahr investiert. Und dann ist das eigentlich Zeit, die in die Tonne getreten werden kann. Und das ist ein Problem. Man kann natürlich nicht alles finanzieren, was alle Leute machen wollen. Ich meine, wir sind in einer weltendlichen Ressourcen. Aber mehr Grundausstattung und mehr auch eine Dauerfinanzierung, das sehe ich auch als eigentlich eine notwendige Bedingung für gute Forschung, weil man erst dann auch so etwas entwickeln kann wie ein richtig gutes Forschungsprofil, auch sozusagen eine Art von Forschungsprogramm. Denn jetzt hecheln natürlich viele Leute von Drittmittel zu Drittmittel und dann gibt es einige Universitäten. Die Humboldt-Uni, wo ich bin, die gehört nicht dazu. Die Leuten im Prinzip auch auferlegen, eine bestimmte Summe einzuwerben. Und wenn man dann diesen Zweng unterliegt, bei uns ist das, glaube ich, nicht der Fall. Jedenfalls habe ich das noch nie gehört, dass man das, wir haben viel Drittmittel-Einwerbung und meine Kolleginnen und Kollegen machen das. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie dazu gezwungen werden oder solche Leistungsvereinbarungen haben. An vielen anderen Unis existiert das eben. Und wenn man dann neu anfängt, dann muss man innerhalb der ersten drei Jahre die Summe X einwerben, obwohl das natürlich hochkontingent ist. Wenn das scheitert, liegt das ja häufig gar nicht an einem selbst, sondern an sehr zufälligen Auswahlprozessen. Aber das ist eigentlich eine ungesunde Entwicklung, die man, glaube ich, mit guten Gründen auch kritisieren kann. Aber ist das denn noch Wissenschaftsfreiheit, wenn ihr einen Werbungsdruck habt, wenn ihr Leistungsdruck habt? Ja, also Wissenschaftsfreiheit heißt ja erstmal, dass man sich die Themen selber aussuchen kann und dass man nicht beschränkt ist im Prinzip in den Themen der Forschung. Man kann für alles was einwerben. Es gibt ja nicht nur die DFG, es gibt auch viele andere Fördererstiftungen oder das Bundesforschungsministerium. Also ich würde da jetzt keine Einschränkungen sehen, aber ich glaube nicht, dass das die optimalen Bedingungen sind. Forschung soll ja auch immer risikoreich sein. Bei diesen Projektanträgen hat man häufig das Problem, dass man schon vorab definieren muss, was eigentlich rauskommt. Also man muss die sehr, sehr eng und sehr spezifisch schneiden. Man muss sehr genaue Hypothesen formulieren und vieles von Forschung, die ich jetzt mache, beinhaltet eben auch einen Suchprozess, dass ich noch nicht ganz genau sagen kann, was hinten mal rauskommt. Und ich möchte das häufig auch gar nicht so fingieren, also so tun als ob, das wäre eine andere Variante, sondern ich möchte auch eine Offenheit des Forschungsprozesses und ich möchte auch mal erstmal in so eine Suchbewegung hineinkommen. Und das ist bei diesen Anträgen gar nicht so gewünscht. Also man soll möglichst wenig offen halten, man soll genau auch Forschung portionieren, also sagen, was sind eigentlich die einzelnen Komponenten, was kommt hinten mal raus, wie viele Zeitschriftenaufsätze publiziert man, wo publiziert man die und so. Also es ist schon eine sehr stark vorstrukturierte Form der Forschung, die aus meiner Sicht jedenfalls bestimmten Arten von Forschung und auch bestimmten Forschungspersönlichkeiten nicht gerade entgegenkommt. Das Ding ist, das könnte man ja ändern. Das sind ja strukturelle Probleme, dass es zu wenig offene Forschung gibt, dass es viel zu wenig Geld im Bildungssektor gibt und gleichzeitig tut die Politik so, als ob wir das Bildungsland sind, wir müssen die weltbeste Bildung haben, dabei werden euch doch Arme und Beine abgeschnitten quasi. Ja, warum ist das so? In so drastischen Worten, ja, weil es einfach, ja, es gibt eben begrenzte Ressourcen, es gibt unglaublich viele Begehrlichkeiten, also nicht nur zwischen den unterschiedlichen Ressorts, sondern auch natürlich innerhalb des Wissenschaftsressorts. Ich bin ja lange im Wissenschaftsrat auch gewesen, das ist sozusagen das wichtigste Beratungsgremium für den Bund und die Länder und da haben wir regelmäßig Positionspapiere und Forderungen dann auch aufgeschrieben, wie man das Wissenschaftssystem besser gestalten kann und zwar im Hinblick zum Beispiel auf die Stellenstruktur, das ist ja auch ein riesiges Thema, also der hohe Befristungsanteil, die starke Prekarisierung auch im sogenannten Mittelbau und das andere ist sozusagen auch weg von dieser Projektfinanzierung hin zur Grundfinanzierung. Das ist eine Forderung, die regelmäßig auch von vielen wissenschaftspolitischen Akteuren aufgestellt wird. Warum wird das nicht umgesetzt? Ja, weil natürlich der Bund hat das Geld und die Länder haben eben die Universitäten und das ist jetzt auch grundgesetzlich relativ schwierig, dass der Bund dauerhaft sozusagen an Universitäten Einrichtungen finanziert. Der kann eigentlich nur projektmäßig finanzieren und Projekt heißt eben zeitlich befristet und er hat auch ein bisschen natürlich Vorbehalte, den Ländern einfach so das Geld zu geben. Das ist in verschiedenen Förderlinien immer mal wieder gemacht worden, zum Beispiel so bei Professorinnenprogrammen und so weiter und auch beim Hochschulpakt und sonstigen und da gibt es immer Ängste, dass sozusagen die Länder das eigentlich nutzen, um sich haushaltsmäßig ein Stück weit zu sanieren. Das heißt, der Bund hat wenig Kontrolle darüber, wie eigentlich das Geld eingesetzt wird und die Unis nehmen das dann, aber sparen dann vielleicht an anderer Stelle, die sagen, guck mal hier, wir finanzieren jetzt mit Bundesmitteln eine Professur und sozusagen an einer anderen Stelle wird eine weggenommen und das kann man nicht so ohne weiteres sozusagen ein Verhältnis setzen. Das heißt, es braucht eigentlich... Aber das kann man ja ändern, diese Strukturen kann man ja ändern. Also man müsste eigentlich auch nochmal, es gibt ja schon eine Änderung im Grundgesetz, die mal gemacht worden ist, aber auch nochmal grundgesetzlich da ein bisschen rangehen, dass man diese, das bezieht sich auf das gesamte Bildungssystem, dass man dieses Verhältnis im Wissenschafts- und auch Bildungssystem zwischen Bund und Ländern einfach angemessener gestaltet. Und das, glaube ich, ist so ein großer, so ein riesiger Aufgabenberg, der da steht. Aber wir wissen eben auch, die Länder haben große Vorbehalte. Im Bildungsbereich, jedes Land möchte irgendwie das eigene machen und möchte sich vom Bund auch nicht so reinreden lassen. Das ist eben in der föderalen Struktur auch nicht ganz einfach, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und der Bund sagt, wir wollen nicht immer nur zahlen und ihr macht dann sowieso das, was ihr wollt, sondern wir wollen dann auch mitsprechen. Und die Länder sagen halt, ja, wir wollen eben nicht, dass der Bund überall bei uns reinredet, sondern wollen unser eigenes Ding machen. Aber dieses Festhalten an den bestehenden Strukturen des Bildungssystems führt ja dazu, hast du gerade erklärt, dass wir quasi an der Zukunft sparen, weil unsere Leute ausbilden, Wissenschaft betreiben und so weiter. Ja. Das ist doch scheiße. Ja, das ist schon ein riesiges Thema natürlich auch in dieser ganzen, es gab ja eine riesige Diskussion jetzt zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das in die Reform gehen soll und wo die Idee ist, dass die Leute nicht mehr so lange auf befristeten Stellen sitzen, sondern dass früher auch eine Anschlusszusage oder eine Verstetigung da ist. Und da kann man natürlich sehr gut argumentieren. Dann sagen natürlich die Leute, ja, besten Auswahl, das ist nun mal irgendwie extrem kompetitiv, da muss man sich gegen andere durchsetzen. Und Wissenschaft ist nun mal kein Streichelzoo, sondern da braucht man irgendwie auch eine Zeit, um das auszusortieren. Aber andererseits kann man eben auch sagen, wir vergeuden unglaublich viel Talente, weil es ist ja nicht so, dass nur jetzt die Leistungsschwächsten dann irgendwann entscheiden, aus dem Wissenschaftssystem herauszugehen, sondern zum Teil auch sehr gute Leute, die zum Beispiel andere Alternativen haben, irgendwie in einem Betrieb zu arbeiten oder in die öffentliche Verwaltung zu gehen oder so etwas. Das heißt, wir verlieren eigentlich auch viele Talente und zum Teil auch aus persönlichen Gründen, weil eben Leute Familien gründen wollen, weil die an einem Ort leben möchten, die aus dem Wissenschaftssystem dann irgendwie rausgehen, freiwillig. Andere werden eben dann rausgekickt und dann gibt es einige, die verbleiben und man weiß nicht so genau, ob das wirklich die Allerbesten sind. Also als ich damals studiert habe, du kommst auch von der HU, ne? Ja. Ich habe damals BWL studiert. Mein Plan war so, ich gehe dann irgendwann zu McKinsey und bei McKinsey berate ich dann die ganzen Ministerien und Universitäten, wie sie noch mehr Geld sparen. Also wie noch mehr gekürzt werden. Ja, das ist ja der Witz von diesen Beratungsagenturen, dass die eigentlich immer mit demselben Schema überall hingehen und dann ist es eigentlich egal, ob sie ein Unternehmen am Markt beraten im Hinblick auf Strukturreform oder einen Kindergarten. Die Logik ist eigentlich immer dieselbe. Man braucht ein paar Indikatoren, die Leistung anzeigen. Das ist ja auch sozusagen im öffentlichen Dienst immer stärker so geworden, dass man so Indikatoriken hat, an denen man zeigen muss, dass man bestimmte Leistungsziele irgendwie erreicht. In der Wissenschaft gibt es ja auch diese starke Quantifizierung, also dass man irgendwie bestimmte Publikationsoutput hat, bestimmte Zitationen, jetzt kommt noch Öffentlichkeitswirksamkeit dazu, dass man irgendwie eine Sichtbarkeit in den Medien hat oder Outreach oder irgendwie eine Praxisrelevanz oder Zahl von Patenten. Und natürlich sind diese Indikatoren immer nur bedingt aussagekräftig im Hinblick auf die Qualität der Wissenschaft oder auch die Relevanz der Wissenschaft, die da gemacht wird. Die zeigt sich ja häufig erst viele Jahre später. Das ist ja nicht unmittelbar ablesbar. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, dass es risikominimierend ist. Also wenn man jetzt immer sagt, ja, ihr müsst jetzt was machen und das muss dann sofort Erträge abwerfen. Wir wissen, dass die großen wissenschaftlichen Durchbrüche oft viele Jahre oder Jahrzehnte gebraucht haben, um überhaupt in der Wissenschafts-Community akzeptiert zu werden. Und wir wissen eben auch, dass sozusagen auch mal das Wandern in eine falsche Richtung auch lohnenswert sein kann, weil man dann vielleicht auf etwas ganz anderes kommt, was erstmal nicht naheliegend war. Wir haben politische Kräfte in unserem Land, die von Zukunftstechnologien reden und die wollen und fordern und darauf warten. Und gleichzeitig wollen sie kein Risiko. Also gerade in der Bildung und so weiter, da ist dann so, ne, ne, also hier keine offene Forschung. Ja, das ist ein Problem. Das macht doch keinen Sinn. Das ist ein Problem, ja. Das stimme ich dir absolut zu. Also ich habe da jetzt auch keine Gegenposition. Und es ist auch oft so, also mir geht es so in meiner professionellen Praxis, dass ich häufig das Gefühl habe, ja, ich habe jetzt hier einen Doktoranden oder eine Doktorandin sitzen und ich kann die jetzt beraten, wie sie erfolgreiche Soziologen werden oder Soziologinnen und ich kann sie beraten, wie sie gute und interessante Soziologen werden. Ich wollte gerade sagen, ja. Und wenn man das Gefühl hat, das geht in eins und das ist eigentlich dasselbe, dann ist ja alles gut und schön. Ich habe aber auch oft das Gefühl, das fällt so ein Stück weit auseinander. Und wenn ich sage, ihr sollt erfolgreich werden, dann muss ich denen eine bestimmte Publikationsstrategie, auch eine bestimmte sozusagen wissenschaftliche Marktgängigkeit vermitteln. Dann müssen sie mit spezifischen Arten von Daten arbeiten. Dann müssen sie so eine Strategie, das nennt sich so Slicing oder Smallest Publishable Unit. Slicing? Ja, also dass man zwar ein Forschungsthema hat, aber das so in kleinste Einheiten zerteilt und versucht die zu publizieren, weil man dann natürlich mehr Artikel hat. Ah. Und wenn man was zu groß ist, also wenn ich jetzt drei Jahre arbeite und ich mache das in einem Buch oder in einem Artikel, dann ist das ja auf dem eigenen, auf der Publikationsliste nur eine Publikation. Und deswegen ist es interessanter, das sozusagen in kleine Einheiten zu parzellieren und auseinanderzuschneiden und dann zu publizieren. Also das ist dann so eine Strategie, die den Leuten so ein Stück weit nahegelegt wird. Und das wird auch allgemein als Problem erkannt. Natürlich, da bin ich jetzt nicht der Einzige. Das ist Marktdenken. Ja, aber das hat natürlich auch was mit den Indikatoriken zu tun, an denen wir heute Forschung messen. Und wenn man manchmal in Berufungskommissionen sitzt, in der Soziologie ist das noch nicht so, aber in anderen Fächern, wenn ich da manchmal drin bin, dann sieht man natürlich schon, dass da relativ stark auch mit diesen Indikatoren gearbeitet wird. Dann gibt es dann von den Bewerberinnen irgendwie so Excel-Tabellen und dann steht da eben drin, wie viele Publikationen die wo haben, wie viele Zitationen, was ihr H-Index ist, das ist ein Hirsch-Index, das ist so ein Index, wie häufig die Publikationen denn zitiert werden. Also das ist eine Erfolgstabelle. Ja, eine Erfolgstabelle und dann kann man die Leute natürlich schon unglaublich gut ranken und früher hat man die Schriften gelesen und sich dann inhaltlich damit auseinandergesetzt, aber natürlich ist das auch sozusagen so ein Substitut fürs Lesen. Man muss sich dann nicht mehr inhaltlich damit auseinandersetzen, wenn man schon weiß, wo das publiziert ist und wie stark das dann im Feld zitiert ist. Aber wollen wir keine guten Soziologen haben, statt erfolgreiche? Ja, manchmal geht das auch außen zusammen. Es gibt ja auch erfolgreiche, gute Soziologen. Aber das ist natürlich für jüngere Karrieren, die sind auch stärker, so ein Stück weit mehr gestreamlined. Viele Leute, die jetzt auch in meinem Alter sind, auch ältere Soziologinnen, das sieht man häufig, dass sie auch häufig sehr auch, vielleicht nicht ungewöhnliche, aber jedenfalls nicht sehr geradlinige Karrieren hatten. Heute haben wir das natürlich viel, viel stärker, dass die Leute BA, ME, das ist schon mal viel strukturierter, dann gehen die in die Graduiertenschule, dann haben die irgendwie ihre Postdachstelle und dann kommen sie hoffentlich dann auf eine Professur. Also da ist sozusagen die gesamte Richtung der Karriere so ein bisschen stärker durchgetaktet, als das vielleicht bei anderen Leuten war. Ich habe zum Beispiel auch unglaublich lange studiert, ich weiß das von vielen Kollegen, die jetzt Professoren sind, da unterhält man sich ja manchmal drüber und steht dann irgendwie dann in der Ecke und dann sagt er, wie lange hast du denn studiert? Und dann sagt er, irgendwie 18 Semester. Wahnsinn und so, ich kann ich da gar nicht, ich weiß gar nicht, wie lange, ich glaube ich habe 14 Semester studiert, ich kann da gar nicht so richtig mithalten dann. Aber das ist heute natürlich nicht mehr möglich. Und das ist ja nicht nur in deinem Fach so, dass wir immer mehr gestreamlinte Wissenschaftler haben. Ich habe andere Gäste hier auch schon gehabt, die erzählen im Prinzip dasselbe. Wenn du jetzt mal nach vorne blickst, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, dass wir eine gestreamlinte Wissenschaft haben? Was für eine Zukunft blüht uns da? Ja, man muss es immer wieder aufbrechen und ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt, das aufzubrechen. Ja, aber die Frage ist, wenn wir das nicht aufbrechen, dann glaube ich, verlieren wir eine ganze Menge auch an Kreativität, auch an unabhängigem Geist, auch vielleicht an der Fähigkeit, Dinge mal gegen den Strich zu bürsten. Und wir haben natürlich dann auch möglicherweise eine sehr sicherheitsorientierte und auch sehr ähnlich konditionierte Wissenschaftselite. Und dann, wenn die Leute sehr lange haben, bis sie dann auf eine Professur kommen und dann sagen, ja jetzt, das ist ja dann häufig meistens nicht so, man ist dann auch ins Wissenschaftssystem total rein sozialisiert. Man weiß, wie die Dinge da laufen, worauf es ankommt und dann wird man Professor, dann ändert man sich ja nicht von heute auf morgen, sondern dann gibt es auch eine starke, auch biografische Kontinuität, weil die Sachen eben auch ansozialisiert sind. Bei vielen Leuten höre ich dann immer, ja wenn ich dann erstmal irgendwie eine Professur habe, dann erfinde ich mich völlig neu und dann mache ich nur noch was, was ich will und dann werde ich plötzlich radikal. Ich habe das jetzt nicht so oft beobachtet, dass das vorgekommen ist, sondern es gibt eben disziplinierende Effekte über die äußeren Zwänge hinweg, die dann auch sozusagen in Biografien sichtbar sind. Aber ich glaube, ich wäre auch falsch, jetzt so eine generelle Wissenschaftsschelte zu machen. Aber es ist glaube ich da auch... Die Schelte bezieht sich auf das Gestream-Line. Ja, ja. Aber es gibt allgemein auch eine Klage von Leuten darüber, dass man wenig Anreiz hat, links und rechts zu schauen. Also in der Breite zu lesen, auch mal jenseits des eigenen Gartenzauns zu gucken, sich vielleicht auch gar nicht nur durch Wissenschaft inspirieren zu lassen, sondern vielleicht auch durch andere gesellschaftspolitische Debatten, durch künstlerische Produktion oder wie auch immer. Ich finde ja, die Soziologinnen, die jetzt hier zu Gast sind, da ist es ja noch so am breitgefächersten. Die scheinen ja noch so wirklich die wenigsten Augenklappen zu haben. Aber wenn ich mir meine Ökonomen angucke, also die Führerinnen in Deutschland, das ist ja traurig. Ja, du lädst natürlich auch immer Leute ein, die sozusagen noch sprechfähig zu größeren Teilen der Gesellschaft sind oder die vielleicht auch sozusagen in kommunikativen Zusammenhang schon sichtbar geworden sind. Die Einfluss auf die Politik haben. Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch in der Soziologie viele Leute, die einfach ihr Ding machen und ihr definiertes Forschungsfeld haben. Aber die haben halt wenig Einfluss auf die Politik. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich Einfluss auf die Politik habe, aber... Du berätst doch die Bundesregierung. Beraten. Ich bin da zu Vorträgen manchmal eingeladen, dann mache ich das auch, aber... Bist du nicht so erfolgreich wie McKinsey? Nee, ich sehe mich auch nicht in der Rolle als Berater. Da wäre ich auch... Ich sage ja auch nicht, wie Politik, was sie machen soll. Ich kann Analysen vorstellen und darüber mit Leuten diskutieren oder auf das eine oder andere Problem an meiner Sicht schildern. Werden die meisten ignoriert, deine Analysen? Das sind ja sowieso extrem indirekte Prozesse, wie das stattfindet. Ich finde natürlich manchmal in öffentlichen Reden auch Versatzstücke von Dingen, die ich so eh nicht sagen könnte. Da könnte ich niemals sagen, ob das jetzt von mir stammt oder sowas. Das ist auch völlig sekundär. Man ist ja in einem diskursiven Raum, wo Leute ganz unterschiedliche Dinge aufnehmen. Und ich gebe ja auch keine Ratschläge zu ganz konkreten politischen Maßnahmen oder Gesetzesvorhaben. A, weil mich das intellektuell nicht interessieren würde und B, weil ich auch davon gar nicht genügend Ahnung hätte. Sondern ich kann ja eigentlich nur das Feld beschreiben, zu dem ich eine bestimmte Kompetenz aufgebaut habe. Und das ist das Feld der Gesellschaft. Natürlich auch im Verhältnis zur Politik, aber nicht so in dem Sinne, dass man irgendwie berät, mach mal dies und lass das andere sein. Das ist sicher nicht sozusagen der Ansatz, den ich da verfolgen würde. Aber du teilst deine Analysen mit den Menschen in der Bundesregierung, mit anderen Leuten in der politischen Klasse. Was sind das für Leute? Ja, das sind Leute, die man kennt. Sind die wissenschaftsorientiert oder suchen die sich nur das raus, was sie jetzt gerade brauchen können? Ich kann die Auswahlprozesse auf der anderen Seite nicht... Sind sie Opportunisten? Nee, nicht verfolgen. Ich habe jetzt dem, was... Wie gesagt, das sind ja Gespräche oder ich halte mal einen Vortrag. Ich habe da immer sehr interessierte Leute kennengelernt. Die werden bestimmt Interesse vorspielen. Ja, die auch zuhören, die auch interessante Fragen stellen. Aber wie überall in den meisten Populationen gibt es eine enorme Varianz. Es gibt auch Leute, wo ich sage, die sind natürlich intellektuell überhaupt nicht interessant und mit denen kann ich auch nichts anfangen. Und es gibt andere... In der Bundesregierung? Ja, ich will jetzt keine Namen nennen. Du musst ja nicht. Und es gibt dann andere, wo ich schon sage, wow, da sieht man einfach, dass die, also hält man einen Vortrag und dann kommt eine Frage, die sofort auf den Kern des Problems zielt, wo ich schon sage, ja, da sind einfach auch gute analytische Fähigkeiten vorhanden, wo man dann auch schon beeindruckt ist. Also das gibt es, das gibt es alles. Aber gibt es die Diskrepanz, wenn du über die Bundesregierung redest, gibt es das auch zwischen intellektuell beeindruckend und intellektuell eher schade? Ja, natürlich. Es gibt eine Varianz. Ich kenne jetzt auch nicht alle Mitglieder der Bundesregierung so gut, dass ich da irgendwie ein kompetentes Urteil drüber abgeben könnte. Du spielst ja wahrscheinlich auf meinen Besuch in Meseberg an. Zum Beispiel? Ja, und ich frage mich immer Leute, wie läuft das? Ja, man kriegt dann einen Anruf aus dem Kanzleramt und ob man da ein neues Buch, das jetzt noch gar nicht auf dem Markt war, vorstellen könnte. Wie könnte man das vorstellen? Die Triggerpunkte. Genau, ja. Und dann bittet man den Verlag mal das Manuskript dahin zu schicken und dann gucken die da rein, um erstmal festzustellen, ob das wirklich interessant sein könnte für sie. Und dann fährt man da hin. Wollte die Bundesregierung wissen, wie sie die Leute besser triggern kann? Naja, ich glaube, Oder nudgen. Ja, darum geht es gar nicht so zentral. Ich glaube, das war einfach der Versuch, eine Beschreibung der politischen Gemengelage und bestimmte Konflikte in der Gesellschaft zu bekommen. Und was wir da in diesem Buch mit Thomas Lux und Linus Westhäuser anbieten, ist schon im Prinzip so etwas wie ein gesellschaftliches Porträt, der versucht doch die Konflikt-Arenen oder Konfliktzonen der Gesellschaft auf eine andere Weise zu deuten und auch empirisch das so ein bisschen auszubuchstabieren. Und zwar, wie das bislang noch nicht auf dem Markt vorhanden ist. Also es gibt ja einen Diskursmarkt und da gibt es so bestimmte sozusagen auch rhetorische Figuren und auch Verständnisweisen, wie eigentlich die Gesellschaft tickt und was da so die wesentlichen Konflikte sind. Und wir halten da so ein Stück weit dagegen. Und das habe ich da vorgestellt. Und dann gibt es interessierte Nachfragen und eine Diskussion. Und dann fahre ich dann auch wieder zurück. Widersprichst du den dann auch, wenn sie mit dir diskutieren? Oder bist du da sehr ganz fromm und so? Gott, Herr Minister. Wenn ich falsch interpretiert werde oder wenn sozusagen die Lagebeschreibung aus meiner Sicht falsch ist, dann widerspreche ich natürlich und versuche das zu korrigieren und dann nochmal irgendwie nachzufüttern, warum und wie ich das sehe. Es gibt auch natürlich, man kann natürlich auch einen politischen Streit anzetteln, aber das ist ja jetzt nicht meine Funktion. Ich bin ja selber kein politischer Akteur. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich denke, ich hätte jetzt ein eigenes Mandat, sondern ich bin ein Soziologe, der die Gesellschaft erforscht und der das Wissen oder auch bestimmte Deutungsangebote dann in die Öffentlichkeit oder dann in so einen politischen Kontext hineinbringen kann. Das ist auch nicht so, dass ich mich da drängle oder jede Woche da beim Bundeskanzleramt anklopfe, um Olaf Scholz was einzuflüstern. Wie sind die auf dich gekommen? Bist du SPD-Mitglied oder so? Nö, bin ich nicht. Nö, die Bundesregierung besteht ja aus drei Parteien. Von daher... Bist du bei den Grünen? Nö, nö, nö. Aber ich denke mal, jetzt von der Diskussion habe ich mitbekommen, dass das irgendwie... Aber wie sind die auf dich gekommen? Oder hat Merkel früher auch schon mal angerufen? Wie sind die auf mich gekommen? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin immer mal im Gespräch. Ich halte ja auch Vorträge. Dann gibt es ein Interview irgendwo, auf das dann viele Leute reagieren. Letztes Jahr hatte ich in der Zeit ein großes Interview. Da haben extrem viele politische Akteure darauf reagiert und auch mal den Kontakt mit mir gesucht oder informell mit mir gesprochen, weil die wussten, dass es dieses Forschungsprojekt gibt und dass das doch irgendwie mit ihren Themen einen engen Zusammenhang bildet. Zu den Schickerpunkten und deiner Forschung kommen wir gleich. Bleiben wir nochmal bei dir. Bist du denn jetzt ein erfolgreicher oder ein guter Soziologe? Ja. Versuch es mal selber zu beantworten. Ja, ich glaube, ich bin ein erfolgreicher Soziologe geworden. Jetzt sagen immer Leute, ja, du kriegst irgendwie Preise und hast den Leibniz-Preis und hier und da. Ich sage das meinen Mitarbeitern auch immer. Als ich angefangen habe zu studieren, war ich auch völlig desorientiert. Das ist auch jetzt nicht schlimm. Das sind ja die allermeisten. Aber ich hatte auch nie Stipendien und so weiter. Also ich kannte niemanden. Ich war auch fremd in dem Diskurs. Hatte auch niemanden, der mich dafür hätte vorschlagen können. Ich habe mich zwar immer mal wieder beworben, aber manchmal kommen jetzt Stiftungen auf mich zu. Hast du keinen Vitamin B gehabt? Nee, ja, genau. Und kommen Stiftungen auf mich zu oder neulich jemand von der Studie. Ja, warum schlagen Sie nicht mal Leute vor? Und so. Ich sage, ja, das ist immer gar nicht so auf meinem Schirm, weil ich selber immer nur Ablehnungen bekommen habe. Ich bin nie eingeladen worden zu irgendeinem Gespräch beim Stipendium. Und von da ist das so ein bisschen so eine späte Genugtuung, dass ich jetzt auch solche Preise bekomme. Es ist fantastisch. Das ist auch eine schöne Anerkennung meiner Arbeit. Ich fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie besser oder besser als andere Soziologinnen. Das ist gar nicht das Thema, sondern ich freue mich, dass ich jetzt einfach Möglichkeiten habe, interessante Dinge zu machen und irgendwie meinen Forschungsinteressen nachzugehen. Kommen wir mal zu der Biografie. Wo kommst du her? Ich bin in Rostock geboren. In der DDR noch? Ja. Wie war das? Also wie bist du da aufgewachsen? Eigentlich ganz normal, sage ich mal. Ich bin da in einer Uniklinik in Rostock geboren und dann meine Eltern wohnten da schon in einem Plattenbaugebiet, das Lüttenklein heißt. Eines der größeren oder größten Plattenbaugebiete. Im ganzen Rostocker Nordwesten gibt es so mehrere, die heißen dann irgendwie Lüttenklein, Großklein, Schmal und Ewashagen. Also glaube ich 70.000 oder 80.000 Menschen wohnten da und da habe ich dann die ersten 18 Lebensjahre in einem Hochhaus verbracht. Was haben deine Eltern gemacht? Meine Mutter war Ärztin und mein Vater war, der war eigentlich Forstfacharbeiter und kommt so aus so einer Müllers Familie. Also der Vater war Müller und einige waren Bauern und in der DDR gab es so was, das nannte sich ABF, Arbeiter- und Bauernfakultät. Das waren ziemlich berühmte Einrichtungen. Da gibt es auch einen berühmten Roman von Hermann Kant darüber, die Aula heißt er. Und da wurden Kinder, die aus der Arbeiterklasse kamen oder aus der Bauernschicht, wurden da vorbereitet fürs Studium und das hat mein Vater gemacht, meine Mutter auch und die hat dann in Rumänien Medizin studiert danach. In Rumänien? Ja. Und mein Vater hat dann an der Universität Greifswald nordische Sprachen und Literatur studiert. Der war sogenannter Diplom-Nordist. Und deswegen zu Hause, bei uns zu Hause, wir hatten das Glück, wir waren ja in so einem Hochhaus und haben dann auch das dänische Fernsehen empfangen, DK1. Und mein Vater hat dann öfter auch mal das dänische Fernsehen angemacht, um seine Sprachfähigkeiten einigermaßen zu erhalten. Das war euer Westfernsehen oder Nordfernsehen. Genau, ja, ja. Von daher, die Wohlsenbande, habe ich dann auf Dänisch das erste Mal geguckt und der hat dann in so einem Schiffbaubetrieb gearbeitet. Im Prinzip hast du Akademiker-Eltern, ja? Genau, ja. Wart ihr dann dadurch irgendwie besser gestellt in der DDR-Gesellschaft im Vergleich zu anderen? Ja, die sozialen Unterschiede waren ja nicht so groß. Also ich sage mal, in den Wohnmilieus überhaupt nicht. Das ist ja auch bekannt. Die Plattenbaugebiete hat im Prinzip die arrivierte werktätigen Klasse der DDR gelebt. Also wenn man sich jetzt mal die beruflichen oder Bildungsabschlüsse anguckt, bisschen über dem Durchschnitt waren die. Das ist eben anders als die Plattenbaugebiete in der Neuen Pfarr oder in Köln-Chorweiler oder so. Und sonst, meine Eltern haben gut verdient für DDR-Verhältnisse, aber waren jetzt nicht privilegiert, sondern ja, eigentlich ein relativ normales Leben. Ich meine, die sozialen Unterschiede waren eben stark nivelliert. Und jetzt auch bei uns im Haus, das ist ja auch bekannt, von diesen Plattenbaugebieten gab es eben eine bunte Mischung von Leuten mit sehr, sehr einfachen Berufen oder auch ungelernten Tätigkeiten bis hin zu Professoren oder Opernsängern oder was auch immer. Als wir damals, ich meine, ich bin ein bisschen 17 Jahre später geboren als du, aber wir sind immer, Urlaub haben wir mal auf dem Campingplatz gemacht. Ja. An der Seenplatte. Wo seid ihr in den Urlaub gefahren? Ja, wir sind auch öfter mal an der Seenplatte gewesen, sonst meine Großeltern mütterlicherseits. Sie waren auch Geflüchtete aus Ostpreußen und die wohnten dann auf der Insel Rügen. Das heißt, wir waren auch oft da in einem kleinen Städtchen Bergen und meine Oma war eine extrem passionierte Anglerin. Die ist dann erst als Rentnerin aus Langeweile Anglerin geworden. Und in der DDR, wenn ich das richtig erinnere, waren die Wettbewerbe zwischen Männern und Frauen nicht getrennt. Und die ist dann sogar auf der Insel Rügen, das muss man sich mal vorstellen, Kreismeisterin im Angeln geworden, mehrfach. Geil. Und hatte zu Hause auch unglaublich viele Anerkennungswimpel von diesen ganzen Angelwettbewerben. Und in den Ferien war ich natürlich oft da und musste immer angeln. Hast du uns Osteuropa oder so mal Urlaub gemacht? Ja, wir waren auch in der Tschechei, wie man damals gesagt hat. Und auch in Ungarn mal gewesen. Und sind dann damit, meine Eltern hatten dann Wartburg dahin getuckert. War die Eltern in der Partei oder die Familie? Meine Eltern waren beide in der Partei, ja. Weil sie mussten oder weil sie überzeugt waren? Das weiß ich gar nicht so genau. Mein Vater war nicht überzeugt. Der hatte auch eine Distanz zum Staat insgesamt. Ich habe das gar nicht als äußerlichen Merkmal gesehen, sondern eine Art, wie der uns erzogen hat und wie er uns auch beraten hat persönlich und auch beruflich. Der hat das, glaube ich, eher so, wie soll man sagen, mit so einer Skepsis, aber trotzdem mit so einem Alterspragmatismus gemacht. Meine Mutter war auch in der Partei, ist aber eigentlich eine unpolitische Person. Da weiß ich nicht genau, wie die da reingeraten ist. Hast du im Nachhinein nie gefragt? Nee, habe ich eigentlich nie gefragt. Mit meinem Vater habe ich mich länger darüber unterhalten. Weil mich das biografisch interessiert hat. Aber es hat eigentlich keine große Rolle bei uns gespielt. Also meine Eltern waren jetzt nicht so, was man so früher 150-prozentige genannt hat, die jetzt zu Hause irgendwie eine Parteilinie vertreten oder uns indoktrinieren wollten. Und ich habe das bei meinem Vater relativ deutlich gespürt. Also das war ja in der DDR immer so eine große Frage. Geht man drei Jahre zur Armee oder nur anderthalb Jahre? Und wenn man studieren wollte, musste man immer drei Jahre zur Armee gehen. Und mein Vater hat mir ganz klar davon abgeraten und gesagt, mach das auf keinen Fall. Das ist verschenkte Lebenszeit und du wirst das auf jeden Fall bereuen. Sodass ich da irgendwie familiär auch eine Unterstützung hatte. Ich bin ja dann auch nur anderthalb Jahre gegangen. Bei uns zu Hause war es immer so, Honecke-Witze durften nicht gemacht werden, wenn Tante und Onkel da sind. Die waren 150-prozentige. Ansonsten in der Schule am besten auch nicht. Beziehungsweise ich war noch zu jung. Aber ansonsten ging das frei weg. Wie war es bei euch? Wir haben eigentlich relativ offen zu Hause geredet. Aber auch so mit Freunden? Ja, also ich sage mal so, aber das war eigentlich gut bei dir. Ich meine, du musst doch eigentlich nach der Wende, musst doch da relativ vor. Du hast ja die DDR kaum noch mitbekommen. Ich habe immer nur Trabi-Fahnen mitbekommen. Ja, aber... Das kommt mir ja trotzdem mit durch Nacherzählungen und so weiter. Aber man muss vielleicht auch noch unterscheiden. Die DDR hatte ja auch unterschiedliche historische Phasen. Und jetzt so in meiner Generation, ich bin ja 68 geboren. Und in den 80er Jahren war die DDR schon, hat die schon unglaublich viel an Legitimation eingebüßt. Also es war nicht mehr so, dass man so einen alltagsrevolutionären Geist hatte oder dass man die Leute irgendwie zum Mitmachen überzeugen konnte. In meinem Freundeskreis und so hatten wir alle so eine Halbdistanz, auch fast ein ironisches Verhältnis. und haben uns dann häufig auch über diese ganzen Ritualisierungen, das politische Vokabular, auch das Personal, das Spitzenpersonal der DDR doch lächerlich gemacht und haben die gar nicht mehr so ernst genommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle in der Opposition waren und uns dagegen die staatlichen Zudringlichkeiten aufgelehnt haben, aber dass wir doch uns schon sehr stark auch privatisiert hatten. Also wir haben viele Sachen gemacht, die man jetzt vielleicht unter den Augen der Offiziellen nicht unbedingt machen würde, aber wo man eben weiß, da gab es so eine halbe Duldung. Es war nicht erwünscht, aber auch nicht so richtig erlaubt. Aber man hat das dann irgendwie trotzdem gemacht, auf dem Freizeitverhalten, bei Musikkonzerten. Ich habe dann relativ früh mit Freunden angefangen, so Kabarett zu spielen, auf eigene Initiative und da musste man ja auch so eine Einstufung machen. Das heißt, man musste sich eine Kommission vorstellen, eine Kabarettkommission. Ja, ja, um festzustellen, den Honecker-Witz machen. Ja, ob man dann auch irgendwie linientreu ist und ob die künstlerische Qualität angemessen ist. Linientreues Kabarett. Ja, damit man überhaupt dann eine Lizenz zum Auftritt bekam. Musstest du dann über den bösen Westen Witze machen? Naja, jedenfalls, ich weiß nicht nach welchen Kriterien, die das beurteilt haben, aber dann hatten sie immer gesagt, das sei irgendwie Unterhaltung unter der Haltung und wir könnten keine Anerkennung bekommen. Und dann sind wir trotzdem immer mal wieder, ja, mal im Studentenclub, mal irgendwie in kirchlichen Räumen, mal in privaten Räumen, doch über eine lange Zeit immer aufgetreten. Kennst du deine besten Witze? Ach, nee, das waren eher so längere Sketche, das waren jetzt nicht so Einzelwitze und wir hatten auch Leute, die Musik gemacht haben, da haben wir irgendwie so auch Sachen gesungen und das war einfach so ein bisschen unser Zeitvertrag. Es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil man rumgekommen ist und weil man in gewisser Weise auch ein bisschen mit den Mächtigen spielen konnte. Wir wussten natürlich, dass wir observiert werden. Es gab auch mal eine Veranstaltung, und da kam dann vorher jemand zu mir und sagte, ja, er sei vom Ministerium für Staatssicherheit und er würde heute mal unseren Auftritt besuchen und er wolle uns nur darüber informieren. Das fand ich ja ganz interessant. Und ich habe das dann hinterher auch mal von einer Freundin gehört, die sich dann nach der Wende offenbart hat und gesagt, sie musste von uns irgendwie für die Stasi irgendwelche Texte abschreiben und da abgeben und so weiter. Hast du deine Stasi-Akte mal? Ja, ich habe meine Stasi-Akte mal eingefordert und da steht gar nicht viel drin. Schlechter Kabarettist. Ja, wahrscheinlich. Aber man muss sich ja ein bisschen absichern, was da so rapportiert worden ist und so weiter. Ich hatte während meiner Armeezeit auch nochmal mit der Stasi zu tun. Und jetzt, nachdem ich dann irgendwie so ein Buch über Ostdeutschland geschrieben habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, bevor ich das publiziere, möchte ich doch wissen, was da drin steht. Mich hat das sonst nicht interessiert. Ich habe mich weder als Opfer des Systems gesehen, noch jetzt irgendwie als hundertprozentiger Mitläufer, sondern als jemand, der irgendwie seine Jugend da verlebt hat, der versucht hat, irgendwie die eigenen Freiräume so ein Stück weit auszunutzen, auszuschöpfen. Und jemand, der auch relativ stark über Freundschaften sich in dem System stabilisiert hat. Das ist ja unglaublich wichtig, dass du Peers hast, dass du Leute um dich hast, denen du vertraust, die irgendwie ähnlich ticken, die dich auch in dem, was du machst und was du bist, bestätigen und die dir hinterher auch sagen, dass du kein Arschloch gewesen bist. Das sind irgendwie so wichtige Sachen. Und mit vielen Leuten, mit denen ich damals befreundet war, mit denen habe ich heute noch ein gutes Verhältnis. Und wir reden auch öfter mal über die DDR, das jetzt so mit zunehmendem Alter wird das wieder mehr. Ich glaube, das ist auch so ein biografischer Bogen, die man dann manchmal macht. Und das stelle ich bei vielen Leuten fest, dass das doch wieder wichtige Themen werden, weil das eben auch Dinge sind. Ich habe mich ja auch lange mit der DDR oder mit meinem Leben in der DDR überhaupt nicht beschäftigt. Ich war froh, dass die DDR untergegangen ist. Es war auch eine unglaubliche Befreiung. Und dann sozusagen die Möglichkeit, die Welt ganz anders nochmal kennenzulernen, auch neue biografische und berufliche Möglichkeiten auszuschöpfen, das war erst mal das Wichtigste. Und ich wollte auch nicht ewig sozusagen in der alten Wäsche da drin hängen, sondern habe erst mal gesagt, Gott, meine Güte, die DDR ist untergegangen, ist doch erst mal wunderbar. Nutze einfach die neue Freiheit. Und so ging das dann vielen auch. Warst du denn selbst in der Partei? Nee, ich war nicht in der Partei. Hat dich die Stasi versucht anzuwerben? Ja, auch die Partei hat mich intensiv versucht anzuwerben. Die Stasi aber nur im Kontext mit dem Grundwehrdienste, in der Nationalen Volksarmee wurden wir mal, ich habe ja so eine Lehre gemacht, da wurden wir mal rausgerufen, so vier oder fünf Leute aus der Klasse. Und dann wurden wir in so einen anderen Raum geführt und dann saßen da drei Leute, die sich dann irgendwie als Mitarbeiter der Stadtsicherheit vorgestellt haben. Und dann haben die uns so ein bisschen erzählt, dass es doch irgendwie toll wäre, zu diesem Grenzregiment, Felix Dzerzynski zu gehen, so ein Stasi-Regiment, um hier den Grenzschutz zu machen oder auch Personenschutz für Erich Honecker. Und das ist alles ganz toll. Und man könnte die, er würde unglaublich viel Geld bekommen und könnte die fantastischen Autos fahren und so weiter. Und so nach so einer Stunde Vortrag mit allen möglichen Versprechungen, die sie einem da gemacht haben, haben sie gefragt, wer dann jetzt nicht zum Dzerzynski gehen wollen würde. Und dann habe ich mich gemeldet und die anderen sind dann irgendwie sitzen geblieben. Ich weiß nicht, ob die nachher gegangen sind oder ob die sich da auch noch irgendwie rausgewunden haben. Und dann habe ich so einen Standardsatz gesagt, der in der DDR eigentlich üblich war, wenn man sich erziehen wollte. und da habe ich einfach gesagt, ja, ich glaube, dass ich nicht so militärische Qualitäten hätte und ich könnte der im Staat an anderer Stelle viel besser nutzen als bei diesem Regiment, Felix Dzerzynski. Und dann ist der so ziemlich ausgerastet. Ja, sie werden mich noch kennenlernen und wir sehen uns immer noch mal ein zweites Mal und so. Und dann bin ich dann rausgegangen und dann war das auch erledigt. Wann hast du gemerkt, irgendwie als Kind oder Jugendlicher, dass du in der Diktatur lebst? Wie hast du das gemerkt? Eigentlich relativ früh, auch durch Kontakte zu Leuten, die auch Schwierigkeiten hatten, auch im Zuge der Ausreisebewegung. Das war ja ein riesiges Thema, so ab Mitte der 80er Jahre, dass es nicht mehr nur Einzelfälle waren, die jetzt auch völlig isoliert waren, sondern dass das jetzt mal in Anführungszeichen Leute aus der Mitte der Gesellschaft waren mit unterschiedlichen Berufen. und das gab es in unserem Umfeld eben auch, auch dass Leute, sozusagen mit denen man in der Schule was zu tun hatte, dass die den Ausreiseantrag gestellt haben und dann auch stigmatisiert wurden oder beim Fahnenappell auch mal angesprochen worden sind. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das finde ich eigentlich eine Art von Übertretung und eine Anmaßung. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber wir hatten uns eigentlich so auch in verschiedenen Gesprächsrunden und so weiter, auch mit Leuten, die ich gut kannte, eigentlich darüber verständigt, dass das eigentlich nicht akzeptabel ist. Und wir hatten auch häufig gesehen, also immer, wenn man was Kleines gemacht hat, hat die DDR ja sehr nervös und zum Teil überzogen reagiert. Das war ja wirklich zum Teil eine paradoxe Situation. Man hat irgendwie einen ironischen Spruch gemacht und schon gab es irgendwie eine Vorladung bei der Direktorin oder ich weiß nicht, bei mir, bei uns in der Klasse, da sollten wir mal irgendwie so eine Wandzeitung machen und dann haben die Leute, ich war da nicht dabei, aber irgendwie zwei Freunde, dann anstatt Karl Marx, dann irgendwie so mit so vorgestanzen Buchstaben Kalle Maxe da irgendwie hingeschrieben. Und das hat dann schon für einen Aufruhr gesorgt. Und da hat man schon gemerkt, okay, wir dürfen unglaublich viel nicht machen. Es gibt diese starke Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum, also was man wo sagen darf. Und das empfand ich eigentlich schon als verlogen. Natürlich gab es immer noch mal diese Erzählung von der Systemkonkurrenz, auch von den sozusagen überlegenen Qualitäten des Sozialismus, dass man sagt, es gibt irgendwie, das sind jetzt nur Wachstumsschmerzen und irgendwann kommen wir im Kommunismus an und da ist alles viel gerechter und die Menschen sind nicht ungleich und dann gibt es irgendwie das kapitalistische System. Es ist nicht so, dass ich immer nur in den Westen geguckt habe. Ich habe auch früh immer den Westen immer sehr kritisch gesehen, aber den Osten eben auch. Und das hat sich nochmal ein Stück weit verstärkt, natürlich in diesem Interregendom zwischen nicht mehr DDR und noch nicht Bundesrepublik, dass ich doch auch Hoffnung hatte, man würde irgendwie auch noch in ein anderes Gesellschaftsmodell hineinkommen. Ich frage mich immer, wie es bei mir gewesen wäre, wenn es entweder die DDR länger gegeben hätte oder ich früher geboren wäre, ob ich dann auch irgendwann so gedacht hätte, okay, das heißt doch hier Deutsche Demokratische Republik, aber das hat ja nichts mit Demokratie zu tun, das ist eine Einparteiendiktatur. Ob ich darauf gekommen wäre oder nicht, oder ob ich mitgemacht hätte oder nicht. Ja, es gibt ja jetzt dieses Buch von Christina Morina, der Historikin aus Bielefeld, die so auch DDR so Briefe und Eingaben und so weiter so analysiert hat. Und man muss ja auch ein bisschen den Blick auf die Demokratie so ein Stück weit erweitern, weil es gab natürlich auch in der DDR Mitbestimmungsmöglichkeiten. Also wir denken jetzt häufig an Parteiendemokratie und parlamentarische Formen. Da war das natürlich eine Diktatur, aber im Alltag, im Kleinen, gab es durchaus Mitbestimmungsmöglichkeiten. Ich habe das jetzt auch in meiner Recherche für ein Buch, das ich eben über diesen Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, festgestellt habe, zu Lüttenklein, dass da zum Beispiel im Rathaus in Rostock vorher Stadtmodelle aufgestellt wurden und die Leute aufgefordert wurden, da hinzukommen, sich das anzugucken und Verbesserungsvorschläge zu machen. Ich habe mit einem der Stadtplaner und Architekten von Lüttenklein, der jetzt aber schon gestorben ist, auch längere Gespräche gehabt, der mir dann irgendwie erzählt hat, wie die versucht haben, das sozusagen dem sozialräumlichen Konzept umzusetzen und diese ganzen, ob das jetzt die Bewegung ist oder irgendwelche Haltestellen und so weiter, Parkanlagen. Also es ist nicht so, dass alles nur von oben, sondern auch in betrieblichen Kontexten gab es durchaus Formen der Mitbestimmung. Da wurden sie zum Teil auch erzwungen, weil die Leute durch Leistungszurückhaltung, durch Formen von kleiner Meuterei, sage ich mal, auch in der Lage waren, durchaus Betriebsleitungen dann in die Bredouille zu bringen und sich dann auch Freiräume zu schaffen. Und das hat man immer wieder gesehen, aber es ist natürlich jetzt keine Demokratie, wie wir sie vom Auge haben, wenn wir über Demokratie sprechen, aber das sind Beteiligungs- und Partizipationsmöglichkeiten, die es im Kleinen manchmal eben schon gab. Jetzt bist du ja die volle Zeit damals in die Schule gegangen. Was wollte der junge Steffen werden? Ja, was wollte ich werden? Du konntest ja nicht ahnen, dass die DDR untergeht, dass es eine Wiedervereinigung gibt, dass dem Mauer fällt. Ja, es ist ja immer ganz schwierig, wie man überhaupt zu einer Berufsvorstellung oder zum Berufsbild kommt. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich vielleicht auch Arzt werde. Das ist dann biografisch nicht geglückt, weil ich eben nicht auf die sogenannte erweiterte Oberschule, also so eine Art DDR-Gymnasium, gehen konnte. Aber dann waren wir noch eine Partei. Ja, aber das Entscheidende war ja, zu welcher sozialen Schicht die Eltern gehörten. Und im Klassenbuch stand ja dann A oder I, also Arbeiterklasse ohne Intelligenz. Und die DDR hat sich ja stark darum bemüht, sozusagen jetzt die Schicht der Intelligenz nicht zu stark zu reproduzieren und zu zementieren. Es ist ja nicht gelungen, aber trotzdem gab es Versuche. Es haben ganz wenig Leute, also jetzt aus meiner Klasse 34 Kinder, ich glaube, es ist einer zur erweiterten Oberschule gegangen und dieser 29 anderen eben nicht. Also ganz, die DDR hat ja sozusagen interessante Entwicklung gemacht. Bis in die 70er Jahre waren ja die Studierendenzahlen so ähnlich wie in der Bundesrepublik, wenn man das jetzt pro Kohorte zählt. Und dann danach hat die DDR den Zugang zum hochschulischen Sektor im Prinzip reduziert. Und dann Ende 89, Ende der 80er waren das weniger als noch Anfang der 70er. Und in derselben Zeit ist halt das Universitätssystem im Westen expandiert. Also immer mehr Studierende, Neugründungen von Universitäten. Und die DDR war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das einzige industrialisierte Land, das die Zahl der Hochqualifizierten reduziert hat. Und dadurch entstand natürlich dieses riesige Nadelöhr. Ganz wenig konnten weitergehen, hat auch für riesigen Frust gesorgt. Bei meiner Mama, die hatten A bei sich drinstehen. Die Eltern, weil Oma und Opa nicht in der Partei waren, ging es dann nicht weiter. Obwohl sie ein Opa gab. Ja, und ich habe dann sowas gemacht, das nannte sich Berufsausbildung mit Abitur. Als Elektronikfacharbeiter, Elektriker, auch im Schiffbau, Schiffselektronik Rostock hieß der Betrieb. Und habe da Schiffsanlagen montiert und in der Berufsschule gelernt. Und dann hat man so etwas gehabt, wie so ein reduziertes Abitur. Also nicht in allen Fächern. Natürlich stark irgendwie technische Fächer, Physik und so weiter. Russisch natürlich, Staatsbürgerkunde, Deutsch und so weiter. Aber eben nicht in Biologie zum Beispiel. Und da war das Medizinstudium natürlich nicht mehr möglich. Und dann nochmal zurückkommen zu dieser Armeefrage. Ja, dann drängte sich natürlich auf, wenn man in der DDR dann studieren wollte, musste man schon seinen Armeedienst machen. Und als Hebel, damit die Leute auch drei Jahre gehen, hat man gesagt, wir ziehen euch jetzt sofort, wenn ihr euer Abitur habt, wenn ihr drei Jahre geht, wenn ihr sagt, ihr geht nur anderthalb Jahre, dann ziehen wir euch erst mit Mitte oder Ende 20. Das heißt, man konnte dann so lange nicht studieren. Man musste dann warten. Jetzt im Nachhinein hätte ich das natürlich irgendwie, wäre das ein bisschen besser gewesen, weil ich dann gar nicht zur Armee hätte gehen müssen, weil dann eben die Mauer fiel. Aber da war das eben so, dass ich dann gesagt habe, wie komme ich denn jetzt irgendwie zu meinem Armeedienst, dass ich hinterher noch irgendwas studieren kann. Und dann gab es mal so eine Veröffentlichung und da standen die Ablehnungsquoten für die einzelnen Studienfächer. Und dann habe ich mich bei dem Studienfach beworben, wo es die geringste Ablehnungsquote gab. Ich weiß nicht, es waren 0,6 Prozent. Das war Mathe-Physik-Lehrer. Wollte ich gar nicht werden. Ich war gut in Mathe, ich war auch sehr gut in Physik. Habe das dann bekommen. Und dann haben die eben, wie gesagt, wir ziehen sie dann gleich zur Armee, weil das ist ein gesellschaftlich nachgefragtes Berufsfeld. Da brauchen wir sie. Da brauchen wir sie. Und dann war ich eine Woche bei der Armee, da habe ich den Studienplatz zurückgegeben. Weil es dir so gut gefallen hat bei der Armee. Nee, weil ich dann gesagt habe, ich will das ja gar nicht studieren. Ich habe das ja nur sozusagen als Trick angewandt, um dann schnell gezogen zu werden. Und dann habe ich gesagt, ja, danach überlege ich mir dann, was ich eigentlich machen möchte. Und, wenn ich es richtig verstehe, haben wir beide in der gleichen Kaserne unsere Ausbildung gemacht. Ja. Nur 20 Jahre auseinander. Ja, ja. Im Jahr 88 bin ich dann am 1. November, glaube ich, eingezogen worden. zur 8. Mordschützendivision der Nationalen Volksarmee und war dann Funker auf einem Schützenpanzerwagen. Und das ist ja, die hieß damals Werder Kaserne, jetzt heißt sie, glaube ich, Julius Leber oder so? Julius Leber Kaserne, glaube ich. Ich glaube, die gibt es vielleicht gar nicht mehr, aber damals 2005, 2006. Jetzt ist es, ich habe die noch mal besucht, jetzt ist das ja so ein sehr offenes Gelände. Damals war die vollständig ummauert. Und man kam ja, weil wir ja zur Nationalen Volksarmee, man hat ja auch nur ganz wenig Urlaub gehabt. Also du musstest ja alle, auch Privatsachen nach Hause schicken, hast dann die Haare abrasiert bekommen und hast sechs Wochen oder acht Wochen, weil ich es gar nicht mehr, keinen Tag warst du draußen und der Drill war ja so enorm, dass die dich nachts geweckt haben. Du musstest mit Sturmgepäck, Treppe hoch und runter laufen. Also ich weiß noch, ich habe eine Woche nicht geschafft, mal eine Karte zu lesen, die ich von zu Hause bekommen habe, weil sozusagen die Ambition der Ausbilder, da war eben die Leute richtig auch zu brechen, also richtig in dieses System einzustielen. Bei der Bundeswehr war es genau im Gegenteil. Ja, da gab es ja sogar Alkoholkonsum in der Kaserne, wie ich das jetzt höre. Ja, okay. Bei uns gab es natürlich so Alkoholschmuggel, das war ziemlich zentral und da hat man es irgendwie nachts, schlief man dann und dann ging so eine große Straße hinten in dieser Mauer und dann hörte man hin und wieder mal, wie eine Flasche auf dieser Straße zersplitterte und dann haben wir gesagt, ja, das war jetzt ein Glasmantelgeschoss und jeder wusste, dass da wieder Leute irgendwie eine Flasche Schnaps reingeschmuggelt haben, die ausgetrunken haben und die mussten ja irgendwo die Flasche entsorgen, sonst gab es dann riesigen Ärger und dann wurde die immer auf die Straße geworfen und zwei, drei Mal habe ich dann morgens gesehen, wie da Autos lang gefahren sind, Trabis und die hatten dann gleichen Platten natürlich. Wie war die Armeezeit ansonsten? Also für mich war es ganz entspannt, und montags hin, freitags zurück. Es ist also eine extrem erniedrigende Zeit. Hat Sie irgendwas gebracht? Es gibt noch einen sehr guten Freund von damals, mit dem ich immer noch sehr eng bin, der war ein bisschen älter als ich, der hatte auch noch schon so eine innere Ruhe und Gelassenheit, der hatte auch schon seine Auseinandersetzung mit der Stadtsicherheit und hat mich da eigentlich ganz gut begleitet und wir waren sowieso irgendwie, ja, du bist dann plötzlich irgendwie mit 16 Leuten in einem Zimmer, hast da nur deinen kleinen Spind rund um die Uhr, wirst du da irgendwie mal trittiert. Unsere Stube war vier Leute. Okay, ja. Oh Gott, oh Gott. Bedingt einsatzbereit, die Bundeswehr sehe ich schon. Jedenfalls war das natürlich ein extremes auch herausreißen aus diesem häuslichen Umfeld und auch eine unglaublich starke Selbstbestimmung, auch mit allen Formen von Schikane, auch gegenüber Leuten, die irgendwie anders getickt waren, auch Homosexuelle wurden, irgendwie relativ stark angefeindet. Also da gab es auch ein sehr raues Klima und zugleich natürlich auch eine Form von Kameradschaft, die man natürlich auch da immer erlebt. Ich bin da gut durchgekommen und war auch mental robust genug, um das einigermaßen zu überleben. Und wir hatten das Glück, ja, oder man könnte sagen Glück oder Pech. Ich war ja auch während, im Herbst 89 noch bei der Armee. Das war natürlich auch eine extrem interessante Zeit, weil man da, wie glaube ich an kaum einem anderen Ort, die Pulverisierung von Macht miterleben konnte. Man konnte eben plötzlich erleben, wie diejenigen, die irgendwie vorher einem noch alles sagen konnten, wie die plötzlich an Autorität Einbußen hinnehmen mussten und plötzlich wurde man als Soldat in die Lage versetzt zu widersprechen, zu sagen, die Frühsport machen wir nicht. Das war ja ja undenkbar vorher, jeden Morgen um sechs, irgendwie 3000 Meter laufen. War das vor dem Mauerfall? Ja, das war vor dem Mauerfall. Also vorher schon? Das fing dann relativ früh an, dann haben wir auch einen Soldatenrat gegründet und plötzlich waren wir nicht nur Befehlsempfänger, sondern Verhandlungspartner. Und die wussten natürlich auch nicht, wo es hingeht. Also das heißt, die waren natürlich auch extrem verunsichert, wie sie in so einer Situation agieren müssen. Das war dann nach dem Rücktritt von Erich Honecker. Dann hatten wir natürlich auch andere Informationskanäle und dann gab es frühzeitig auch einen Kontakt mit dem neuen Forum in Schwerin, mit denen Leute da von uns Kontakt aufgenommen hatten und dann ging es so relativ stark auch um, ja, wie verhält sich eigentlich die NVA, also jetzt auch zum Jahrestag der DDR am 7. Oktober 89. Da war das natürlich schon ein riesiges Thema auch unter uns, wie verhalten wir uns eigentlich. Die ganzen Fahrzeuge, die LKWs und so weiter, die waren alle auf dem Existierplatz und wir saßen in einem Soldatenstube und wir haben das diskutiert, was, wenn jetzt der Einsatzbefehl kommt, und was machen wir denn jetzt eigentlich? Nehmen wir jetzt die Kalaschnikow und setzen uns da rauf und fahren irgendwie zum Schweriner Schloss und machen da irgendwas und wir kannten natürlich alle die Ereignisse auf dem Platz des himmlischen Friedens. Das stand uns noch vor Augen und das haben wir diskutiert. Ich weiß nicht, wie wir nachher gehandelt hätten. Ich bin extrem dankbar, dass die Situation nicht eingetreten ist, aber das war natürlich irgendwie... Was war das Ergebnis der Diskussion? Das ist nicht mal... Ja, wir haben natürlich... Man diskutiert oft auch mit dem losen Ende, wo man jetzt nicht zu einer Schlussfolgerung kommt, aber es war klar, dass wir jetzt nicht einfach so uns darauf setzen, sondern dass wir auch Zweifel haben, dass wir innere Widerstände haben, dass wir auf jeden Fall auch solche Situationen vermeiden möchten. Und dann haben wir relativ frühzeitig auch so den ersten Sitzstreik, glaube ich. Ich glaube, wir waren überhaupt die erste Kaserne, die das gemacht hat. Gab es auch eine Berichterstattung in der Bild-Zeitung damals. Wie habt ihr gemerkt, dass ihr das könnt? Das war eine extrem... Das war eine irre Situation. Also plötzlich... Also du bist ja wirklich das allerletzte Rädchen. Du bist ja nicht ein Bürger in Uniform, wie das heute so heißt. Sondern du bist jemand, der zu funktionieren hat, der... Also wenn man sprechen wollte, dann musste man den Arm so vorhalten und muss der Genosse Hauptmann gestatten, dass ich spreche. Und wenn der Nein gesagt hat, dann konnte man eben nicht sprechen. Und sei es die nächsten vier Wochen. Und plötzlich war die Situation anders. Also es ist schon so, dass man plötzlich von so einer Situation der totalen Passivität und auch der Verunmächtigung plötzlich auch in so einen Rausch, der... Ja, oder so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit hineingerät. Also ganz kleine Dinge. Es ging uns jetzt gar nicht um große politische Forderungen. Das ist ja vielleicht auch das Interessante daran. Sondern wir haben dann gesagt, okay, wir wollen nicht mehr zum Mittag... Man musste immer zu... Wenn man zum Mittag und zu jeder Mahlzeit musste man immer hinmarschieren und ein Lied singen. Und das war natürlich viel zu dichter zu dieser Soldatenmensa, sondern das heißt, man musste dann einmal irgendwie so eine große Runde drehen, konnte nicht schnurstracks da rüber gehen. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen zu Fuß wie ganz normale Leute da rüber laufen. Das war eine Forderung. Wir haben gesagt, keinen soldatischen Haarschnitt mehr. Das war eine zweite Forderung. Wir hatten immer so eine Liste von Forderungen gemacht. Die dritte war dann kein Frühsport mehr. Haben wir auch durchbekommen. War gar nicht schlecht. Also um solche Dinge, also Alltagsverbesserungen, darum ging es dann. Und gut, dann haben wir da irgendwie auch mal so einen Sitzstreik gemacht, der dann auch so ein bisschen durch die Presse aufgegriffen wurde. Und das war für die Generalität und für die ganzen Offiziere, deren ganzes Leben ja daran hingen. Die waren ja dann 25 Jahre bei der Nationalen Volksarmee oder sowas, für die natürlich ein absoluter Schockzustand. Die haben sich dann auch verkrochen, zum Teil in Büros eingeschlossen. Es gab auch Leute, die sich mit Waffen im Büro eingeschlossen haben. Es gab ja auch einen Stadtsicherheitshauptmann da in dem Ding, der dann anfing, auch die ganzen Akten in seinem Zimmer zu verbrennen. Dann konnte man so sehen, wie da der Rauch durch das Fenster abzog. Also das waren so alles Veränderungen, die erst mal sehr klein begannen, aber dann sehr massiv wurden. Und dann war irgendwie klar, die Nationale Volksarmee greift jetzt in diese Situation nicht ein, sondern die bleiben in ihren Korsernen. Und es gab dann auch Signale zu sagen, okay, es soll auch Gespräche mit dem neuen Forum geben. Und dann hatten wir auch als Soldaten in der Diskussion uns da beteiligt. Und dann gab es so ein Objekt in der Nähe von Schwerin. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo es ist. Da haben die gesagt, es gibt so eine Art unterirdischen Bunker für die Parteileitung im Falle einer Konterrevolution. Und da sollten jetzt drei Soldaten oder zwei Soldaten, weiß ich nicht mehr, abgeordnet werden, um das Ding zu bewachen. dass das nicht irgendwie von der Stadtsicherheit besetzt wird oder von anderen operativen Organen der DDR-Sicherheit. Und dann sind wir da irgendwie hingefahren, unbewaffnet. Das war auch immer ganz wichtig, dass man da irgendwie nicht als bewaffneter Soldat auftaucht. Und das war an so einem See auch so ein Hügel, so ganz viele einzelne, so typische DDR-Bungalows. Und in einem Bungalow wohnte offensichtlich eine Stasi-Familie. Und dann konnte man den Teppich so wegrollen. Das ist so ein bisschen James-Bond-mäßig. Den Teppich so wegrollen und dann war so eine große Bodenklappe und dann ging eine Treppe nach unten. Und da unten war dann eine Funkstation, mehr Räume mit Schlafplätzen, Essen für mehrere Monate und so weiter. Und das war ganz schön. Dann haben wir da irgendwie, ich glaube, zehn Tage oder so habe ich dann da in diesem Bungalow gewohnt. Mit noch einem anderen Soldat. Wir sind dann morgens zum Bäcker geradelt. Da war natürlich eine fantastische Zeit. Aber für die Leute da aus dem Ort, die bekamen das dann irgendwie mit. Und dann kamen eines Nachts auch mal Jugendliche, die dann das Haus mit Steinen bewarfen. Und da haben wir versucht, die so ein bisschen zu entspannen, zu sagen, dass wir das eigentlich schützen und jetzt nicht noch mal in Funktion bringen wollen. Und morgens ist man dann da immer irgendwie an den See gegangen. Das war eigentlich eine, hat auf der Terrasse gesessen, einen Kaffee getrunken. Das war eigentlich ganz nett. Warst du denn einer der Regelsführer? Nö, das würde ich nicht sehen. Ich war da mit beteiligt und da waren, wir waren eigentlich relativ viele und wir waren uns auch relativ einig. Das war jetzt nicht, dass das irgendwie eine kleine Minderheit war, die das da anstoßen musste. Aber ich habe mich da wie andere auch beteiligt. Hast du mit Papa oder Mama telefoniert dazwischendurch und mal erzählt, was da abgeht? Ja, das ging ja nicht, gar nicht so richtig. Briefe geschrieben haben? Ja. Man hat ja auch nicht viel Urlaub bekommen. Man konnte ja auch nicht aus der Kaserne raus und das war alles ein bisschen schwierig. Ich habe Schwestern und mit denen habe ich öfter mal auch sprechen können. Die kamen auch mal nach Schwerin und haben mir dann ein bisschen erzählt, was so draußen abging. In Rostock waren ja dann irgendwie auch große Demonstrationen vor der Marienkirche. Und die haben mir dann erzählt, mein Vater war ja auch so in der Kampfgruppe. Das waren ja so paramilitärische Einheiten, die gegründet worden sind, um dann auch stärker mobilisieren zu können. Im Falle von Konflikten. Und die haben dann erzählt, dass mein Vater einen Tag sozusagen dann auch bei diesen Montagsdemos dabei war. Als Kampfgruppe mussten die da irgendwie was sichern. Und am nächsten Tag, in der nächsten Woche, auf der anderen Seite als Demonstrant mitmarschiert. Also so schnell sind auch die Rollen eigentlich vertauscht worden. Sodass das wirklich so eine Qualität einer gesellschaftlichen Erosion, also wo eine kleine Sache ins Rutschen kommt und dann wird das immer größer. Und plötzlich verschieben sich dann alle Koordinaten und auch all das, was irgendwie vorher politisch gegolten hat, verliert eben an Durchschlagskraft. Und dann muss man sich permanent auch neu orientieren. Also sozusagen die Kompassnadel, die zittert dann ganz schön. Und dann verändern sich vielleicht auch die Richtungen, in die man hineinwandern. Aber ich fand das eine, sagen auch die meisten Leute, die das mitbekommen, es war eine absolut berauschende Zeit. Also für mich biografisch auch die wichtigste Zeit. Weil, also nicht nur wegen der Freiheitsgrade, sondern auch, weil die Möglichkeiten, politisch wirksam zu werden und überhaupt so eine Öffnungsbewegung mitzuerleben in einem doch sehr sklerotischen, erstarrten, stagnativen System. Also das war einfach unglaublich beglückend. Bei vielen Ostdeutschen kam natürlich dann irgendwie auch hinterher wieder so eine kalte Dusche mit den ganzen Schwierigkeiten der ökonomischen Transformation. Aber für mich war das natürlich biografisch die ideale Phase. Ich war 21 Jahre alt. Ich hatte meinen Militärdienst hinter mir. Ich wusste nicht, was ich irgendwie machen sollte. War irgendwie auch biografisch völlig desorientiert. Hab gesagt, und hatte auch gar keine Lust zu studieren in der DDR und hab dann plötzlich festgestellt, Wahnsinn, jetzt geht alles. Und schon die Vorstellung, dass ich irgendwie, also es war ja biografisch so weit weg, irgendwann mal nach Paris zu fahren oder in Italien Urlaub machen zu können oder sonst was, dass das alles möglich sein soll. Das ist einfach ein beglückendes Erlebnis, das sich wahrscheinlich in meiner Biografie nicht wiederholen wird. Hättest du denn im Vorfeld jemals gedacht, dass der Sozialismus untergehen würde? Also der DDR-Sozialismus? Weil ich hatte in den letzten Jahren viele Gäste, die meinten immer so, eigentlich unvorstellbar. Also es kam dann irgendwie dann doch sehr überraschend alles. Im Nachhinein kann man das immer schlecht sagen, was man damals gedacht hat. Manchmal rationalisiert man das ja auch ex post. Von daher muss man auch vorsichtig sein, dass man sich nicht selbst irgendwie in die Tasche lügt. Heutzutage können wir uns auch nicht vorstellen, dass unser kapitalistisches System untergehen würde. Die Wiedervereinigung oder daran, dass die DDR sozusagen völlig aufhört zu existieren, das habe ich sicherlich nicht geglaubt. Ich meine, die Leute 1989 sind ja auf die Straße gegen diese Diktatur gegangen. Die wollten ja jetzt nicht Wiedervereinigung, die wollten erstmal diese Diktatur weghaben. Ja, es ging um einen gesellschaftlichen Aufbruch, es ging irgendwie auch um eine andere DDR oder einen demokratischen Sozialismus, zum Teil auch um ein Einlösen der Versprechen, die durch die Partei- und Staatsführung irgendwie zumindest rhetorisch auch gegeben wurden. Und ich habe schon darauf gehofft, dass das System sich öffnen könnte und dass es auch irgendwie Veränderungen gibt. Immerhin, ich meine, Gorbatschow existierte. Wir kannten auch natürlich die ökonomische Liberalisierung in Ungarn und die Möglichkeit für Leute aus Ungarn zum Beispiel in den Westen zu fahren oder aus Jugoslawien damals. Also es waren ja schon viele auch Veränderungen im Umfeld und im Sommer fingen ja dann auch schon die Bewegung an in den baltischen Ländern mit Menschenketten und sonstigen. Also es ist ja eine ganze Serie, das ist ja nicht nur in der DDR passiert. Und klar, Gorbatschow war für uns die absolute Lichtfigur. Die Art, wie der Mann gesprochen hat, wie der öffentlich aufgetreten ist, überhaupt diese magischen Worte, Glasnost und Perestroika, das waren einfach Signalbegriffe. Und da haben wir natürlich schon gesehen, dass die DDR-Führung da eine extreme Gegenwehr, eine Anti-Haltung geht. Mit diesem berühmten Ausspruch von Kurt Hager, ja, wenn der Nachbar seine Wohnung tapeziert, dann muss man das ja nicht selbst auch gleich machen, um zu, auf die Frage eben, ob in der DDR jetzt auch Reformen anstünden. Aber irgendwie hatte man doch schon auch eine Forschung davon, dass die DDR eigentlich ohne die Sowjetunion nicht existenzfähig ist und dass ein eigenständiger Weg eines so kleinen und auch letzten Endes ressourcenarmen Landes kaum vorstellbar ist. Und das letztendlich ist, ja, man war ja auch ein Stück weit ein Moskauer Satellit. Was passiert eigentlich, wenn die Moskauer Führung irgendwann mal den Daumen senkt oder wenn die Energieversorgung nicht mehr so gewährleistet ist? Von da habe ich schon gesehen, das gibt dann Druck, auch der aus Moskau ausgeübt werden kann. Und ich hatte eigentlich so ab 1986 schon die Hoffnung, dass da Bewegung hineinkommen könnte. Weißt du, was du am 9. Wörmmer gemacht hast? Was in der Kaserne? Ja, ich war in der Kaserne und das beschreibe ich auch in dem Buch, Lückenklein, dass ich, wir hatten da immer so 48 Stunden Dienst, hieß das. Da musste man dann immer zwei Stunden irgendwie Wache stehen an der Kaserne. Zwei Stunden hatte man Bereitschaft und zwei Stunden durfte man schlafen. Und wir hatten so ein kleines Radio, Batterie getriebenes Radio. Das haben wir uns dann immer zugesteckt, weil das so unglaublich langweilig war von morgens um zwei bis um vier irgendwo in Schwerin, wo kein Hahn krähte und kein Auto fuhr, irgendwo da zu stehen und immer auf und ab zu marschieren mit so einer geladenen Kalaschnikow. Und dann haben wir da immer mit diesem Radio gehört und dann hatte ich irgendwie einen Westsender eingestellt und andere Leute auch. Und irgendwann kam jemand und sagte, es war natürlich auch verboten, Radio zu hören überhaupt, einen Westsender schon gar nicht. die Mauer ist auf. Und es war so unvorstellbar und irgendjemand besorgte dann aus so einer Geheimreserve dann noch eine Flasche Schnaps. Und ich weiß noch, die nächste Wachrunde, die ich hatte, die bin ich dann nicht mehr so ganz gerade gegangen. Aber es war natürlich absolut bizarr. Man sitzt da irgendwie in dieser Kaserne, in so einer stickigen Stube und muss dann immer raus und es ist irgendwie alles so unwirtlich. Und woanders jubeln die Menschen und fahren dann irgendwie mit ihren Trabis nach West-Berlin rein. Und klar, auch in der DDR war natürlich vorher schon in gewisser Weise eine Diskussion darüber, dass es ein neues Reisegesetz geben sollte. Also dass man irgendwie eine Möglichkeit des Reisens in den Westen schaffen würde. Das war schon mehrere Wochen davor beschwange. Es kam jetzt auch nicht so urplötzlich, aber dass dann die Mauer aufgegangen ist. Und dann war auch klar, so ein bisschen besiegelt, dass das Ende der DDR als Soldat hatte man ja keinen Ausweis. Das war ein riesiges Problem. Sondern hatte man nur einen Wehrpass. Und wenn man dann in den Westen gehen wollte, dann wurde man eben noch trotzdem kontrolliert. Und das galt dann auch noch als Fahnenflucht. Das heißt, ich konnte gar nicht in den Westen gehen und habe es dann gerade noch so geschafft, mein Begrüßungsgeld rechtzeitig irgendwie, ich glaube am 30. Dezember oder sowas, abzuholen. Ich war dann einmal zwischendurch nochmal in Berlin, weil ich schon auch eine Wohnung hatte hier in Berlin. Und da habe ich es nicht geschafft, nach West-Berlin rüber zu kommen. Das wurde immer noch kontrolliert. Warst du jemals vorher im Westen? Ne, bin ich nicht gewesen. Mir fällt gerade ein, ich meine, du schreibst jetzt viele soziologische Bücher, ich meine, das letzte ist jetzt Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Gab es, wenn du jetzt mal so rückblickend auf die DDR guckst, gab es da auch Triggerpunkte? Gab es da eine Spaltung der Gesellschaft oder keine Spaltung? Ja, kann man diese Brille auch auf die DDR? Schwer, weil die DDR hatte ja keine Öffentlichkeit, das heißt, man konnte Kontroversen auch nicht austragen, sondern Konflikte waren eigentlich gedeckelte oder unterdrückte Konflikte. Das ist immer ungesund, wenn eine Gesellschaft die Konflikte nicht, also ich habe sowieso nicht so ein Bild von Konflikten, dass sie immer negativ sind, sondern es gibt auch eine Positivität der Konflikte. Gesellschaftlicher Wandel ist immer mit Konflikten verbunden und die DDR hat halt lange versucht, sozusagen Konflikte runterzuhalten und auch zu kontrollieren, bis das irgendwann nicht mehr geglückt ist und letzten Endes dann der Deckel vom Topf abgeflogen ist. Aber so eine Analyse, wie wir sie da machen, das hätte man für die DDR nicht machen können, weil es eine sehr unsortierte und unstrukturierte Gesellschaft ist. Also immer, wenn du keine öffentlichen Möglichkeiten der Kommunikation hast, immer, wenn du deine Interessen nicht formulieren kannst, wenn es auch gar kein Vokabular für unterschiedliche politische Positionen gibt, dann kann es auch einfach keine strukturierten Konflikte geben. Es ist ja auch ein bisschen das Problem der DDR gewesen im Zuge der Wiedervereinigung, dass die Ostdeutschen doch ein extrem unsortiertes Volk gewesen sind. Also nicht wirklich mit strukturierten, ausdefinierten Interessen, auch mit gar keinem Selbstverständnis darüber, was sie eigentlich wollen. Im Prinzip ist die DDR ja in den Schoß der Bundesrepublik hinein kollabiert. Und dann hat man sich hinterher gefragt, ja was war das denn alles und was steht da eigentlich im Einigungsvertrag? Also so ein bisschen schlafwandererisch ist man da hineingegangen und ich glaube, man wäre besser beraten gewesen, wenn man über vieles größere öffentliche Diskussionen geführt hätte, wenn man Pro und Konz von bestimmten Dingen besser ausformuliert gewesen wären und wenn Leute sich vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hätten, was sie eigentlich erwartet und was eigentlich die Konditionen des Beitritts sind und so sind dann viele so ein Stück weit kalt erwischt worden und das hat dann automatisch natürlich auch zu einer Situation einer enormen kollektiven Enttäuschung geführt. Jana Hensel hatte mal dieses schöne Bild, das ich auch öfter mal benutze, die hat eben gesagt, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, also man wächst in einer autoritären Familie auf, die Eltern sind ganz hässlich zu einem und dann befreit man sich von diesen Eltern und zieht aus und sagt, ihr könnt mich alle mal, es war so, es waren die DDR-Burger im Herbst 89, haben ihre Regierung dann in die Wüste geschickt und dann geht man in die nächste Bar und man trifft da irgendwie eine extrem tolle Person, verliebt sich dann irgendwie sofort und die Person ist ja nicht nur toll, sondern sie ist irgendwie auch noch ökonomisch total potent und die Person sagt dann ja, zieh doch bitte mal mit in, zieh doch mit meine Wohnung, man ist ganz begeistert, man wird da sogar eingeladen und dann zieht man ein und dann bringt man vielleicht seine alte Plattensammlung mit und seine Zahnbürste, du aber deine alten Klamotten, die wollen wir hier wirklich nicht haben und die Zahnbürste muss links stehen, die darf nicht rechts stehen. Also das heißt, die Hausordnung ist schon völlig durchdefiniert und dann fühlt man sich natürlich so ein Stück weit wieder fremdbestimmt und auch ein Stück weit wieder unfrei und so war das natürlich mit vielen Ostdeutschen, die dann in das Haus der Bundesrepublik eingezogen sind, es war einfach alles schon da und Jürgen Habermas hat in einem interessanten Text nochmal gesagt, ja, die DDR-Bürger hatten eben mit dieser Wiedervereinigung nicht die Möglichkeit gehabt, ihre eigenen Fehler zu machen und aus ihren eigenen Fehlern zu lernen. Das heißt, es fiel dann natürlich immer relativ leicht, auch all das, was nicht funktioniert hat, auf andere zu attribuieren. Also dann war es der Westen, wenn die Investitionen nicht gelangen und wenn die Arbeitslosigkeit kam oder die Privatisierung anders gelaufen ist, als man sich das vorgestellt hat und wenn natürlich an allen Schalthebeln der Macht in den wichtigen ökonomischen Positionen und so weiter, wenn überall die Westdeutschen dominieren, na gut, dann sind die natürlich automatisch auch so ein bisschen diejenigen, die man da in der Verantwortung sieht oder als Schuldige benennt und das hat eben dann auch zu einer etwas unguten gesellschaftlichen Entwicklung mit vielen Unwuchten, aber auch kollektiven Missverständnissen geführt. Meinst du nicht, dass heutzutage in der gesamtdeutschen Gesellschaft trotzdem Konflikte unter dem Deckel gehalten werden? Klar, wir haben jetzt eine Öffentlichkeit, eine demokratische Öffentlichkeit, Medien bestimmen das, du beschreibst ja viele Auslöser von Trigger, aber trotzdem, das merke ich hier auch immer in unseren Gesprächen, es gibt so manche Konflikte, da wird alles getan, dass das so gut es geht unterm Deckel bleibt, jetzt Verteilungsfragen, Umverteilung, also diese unglaubliche Schere mittlerweile zwischen Arm und Reich, die Eigentumsverhältnisse, dass sich das immer mehr sammelt, oben und unten oder auch die Art, die Grundlage, wie wir wirtschaften angesichts des Klimawandels. Stattdessen gibt es halt andere Konflikte, wir reden über Nebensächlichkeiten angesichts der großen Fragen. Ja, das kommt darauf an, was für eine Perspektive man darauf anlegt, also wir sagen jetzt in diesem Buch Triggerpunkte, ja, dieser alte Klassenkonflikt ist eigentlich ein Stück weit depolitisiert, das heißt, die Leute beklagen sich zwar über die großen Ungleichheiten, es wird auch öffentlich artikuliert, natürlich, 80% der Leute in Umfragen sagen, die Ungleichheit ist zu groß, die Schere zwischen Arm und Reich ist zu groß, aber es ist extrem folgenlos, das heißt, dass die Ungleichheit zwar nach wie vor erlebt wird und auch sozusagen für problematisch gehalten wird, aber es lässt sich nicht so ohne weiteres in der Form der politischen Mobilisierung überführen. Weil den Leuten das dann doch egal ist, weil sie andere Ja, weil es noch andere Motive gibt, zum Beispiel die Leistungsnormen, also die Orientierung auf Meritokratie, man kann aus der international vergleichenden Forschung zum Beispiel sehen, dass in den Ländern, in denen die Ungleichheit gewachsen ist, auch die Zustimmung zur Meritokratie gleichzeitig gewachsen ist. Das heißt, die Leute beschweren sich zwar über Ungleichheit, aber sie sagen trotzdem, in der Gesellschaft sind die Dinge so verteilt, dass das irgendwie was mit Leistung zu tun hat. Aber das ist, ich meine, ich habe jetzt viele Ökonomen und Soziologinnen, die haben mir genau das, also die Realität sieht ja anders aus, die Ungleichheit und die wachsende Ungleichheit basiert ja nicht auf Leistung, sondern Vermögen wird ja mittlerweile durch Erben, also das meiste Vermögen in Deutschland wird vererbt, also das Gegenteil von Leistung. Ja, okay, dann kann man das falsches Bewusstsein nennen oder ideologische Verwirrung, aber das ist, wir beschreiben das in dem Buch relativ ausführlich, warum kommt, man würde ja denken, ja, die Ungleichheit wächst, da müsste es doch automatisch eine linke Mobilisierung geben, da müsste doch jemand, irgendwie ein politischer Akteur, der jetzt sagt, irgendwie Erbschaftssteuer und Vermögensteuer und irgendwie Spitzensteuersatz, der müsste ja irgendwie die Massen bewegen können und zu den Wahlohren bringen, das finden wir aber nicht. Die linke Partei ist in einem Prozess der Selbstverzwergung, selbst Sarah Wagenknecht hat jetzt bei ihrem Auftritt gestern jetzt keine massiven Umverteilungsforderungen gestellt, sondern sich da relativ aus meiner Sicht moderat positioniert, sogar auch diesen Leistungsgedanken nochmal betont und das ist schon interessant, weil ich glaube, dass es man politisch eben kein so starkes Gewinnerthema, wir finden zum Beispiel bei uns, dass die allermeisten Leute, selbst wenn die kleine Einkommen haben, sagen, ich kriege schon irgendwie meinen gerechten Anteil und mir geht es einigermaßen gut. Das ist überraschend. Ideologisch verwirrt, finde ich super. Wir haben die stärkste Zustimmung zur Meritokratie, also zur Vorstellung einer leistungsgerechten Gesellschaft, haben wir nicht in den oberen Schichten, so war das früher in den 70er Jahren, wenn du Umfragen hast, da haben diejenigen, die irgendwie die Begünstigten des Systems sind, haben gesagt, leistungsgerechte Gesellschaft, super, haben wir, wollen wir. Und die unteren haben gesagt, ja, wir sind aber ein Stück weit skeptisch, der Staat muss auch für Umverteilung sorgen und irgendwie unsere Einkommen sichern. Heute ist es so, dass diejenigen mit den kleinen Einkommen, die Mitglieder der Arbeiterklasse, der Meritokratie stärker zustimmen als die oberen. Aber das ist doch irre. Ja, das kann man sagen. Also angesichts der Realität. Ja. Wie erklärst du dir das? Ja, ich glaube einfach, dass die Deutschen ideologisch verwirrt sind. Ja, da könnte man sagen, ja, entweder gibt es so eine Schicksalsergebenheit, das heißt, man versucht irgendwie zu rationalisieren, was ist, um nicht in eine Situation hinein zu kommen, wo man irgendwie ganz viel kognitive Dissonanz hat. Oder man sagt, es gibt auch Erfolge natürlich der langen Zeit des Neoliberalismus, also so kritisch, wie man mit diesem Begriff umgehen muss, dass im Prinzip diese Ideologie auf sozusagen der marktgerechten Verteilung, der leistungsbezogenen Belohnung, dass das irgendwie so stark durchgesickert ist und die Leute sich auch sozusagen in ihren eigenen biografischen Projekten ein Stück weit individualisiert haben. Vielleicht ein dritter Punkt, den man auch nicht unterschätzen sollte, ist auch eine bestimmte Enttäuschung über die Heilkraft wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung. Und zwar dahingehend, das habe ich vor Jahren schon mal in einer kleineren Studie gemacht, da haben wir Leute gefragt, ja glauben Sie, dass der Wohlfahrtsstaat Armut bekämpfen kann oder die soziale Situation verbessern kann? Am skeptischsten sind die, die unten stehen, nicht die, die oben stehen. Das heißt, es gibt so eine, ja Habermas hat das mal genannt, eine Erschöpfung der utopischen Energien des Wohlfahrtsstaates. Also sie glauben, sind zwar dafür, dass die Ungleichheit reduziert wird und so weiter, aber sie glauben, dass die Instrumente, die wir dafür haben, nicht wirklich zielgenau sind, nicht das ausrichten, was sie ausrichten sollen, dass trotz viel Geld im System sich Armut nicht so ohne weiteres abbauen lässt. Und ein allerletzter Punkt, das ist sozusagen auch noch ein zentraler Punkt in unserem Kapitel über diese sogenannten Oben-Unten-Ungleichheiten ist, dass wir keinen wirklichen Kampf der Klassen mehr haben, im Sinne Kampf von unten gegen oben, sondern wir haben stärker horizontale, zum Teil moralisierte Positionskämpfe. Das kann man sich zum Beispiel anschauen in der Diskussion um das Bürgergeld. Es gibt eine, in den einfachen arbeiterlichen Schichten gab es eine riesige Skepsis gegenüber der Erhöhung des Bürgergeldes. Das hat man häufig als ungerecht empfunden, nicht mehr leistungsbezogen, der Lohnabstand zu den Arbeitenden wurde als zu gering angesehen und genauso gibt es natürlich Vorbehalte gegenüber Leuten, die jetzt in Anführungszeichen leistungslos als Migrantinnen und Migranten hierher kommen und dann irgendwie die Leistung durch den Sozialstaat erhalten. Also diese Art von Verschiebung der Konfliktrichtung weg von sozusagen einem vertikalen Verteilungskonflikt hin zu eher so horizontalen Positionskonflikten innerhalb einer Klasse. Die sind ja alle mehr oder weniger in einer ähnlichen sozialen Lage. Das ist schon glaube ich eine grundlegende Veränderung in der gesamten politischen Mechanik. Und deswegen führt eben auch größere Ungleichheit und auch größere Ungleichheitskritik nicht automatisch zu nach mehr Umverteilung, nach mehr Umverteilungsforderungen. Das stimmt. Und das ist ja auch meine Erfahrung jetzt seit den letzten zehn Jahren. Ich frage mich halt nur, steckt da was dahinter? Also das könnte ja auch quasi, wenn du sagst, wer profitiert davon, dass das so ist, wie es ist. Dass sie das festgestellt und dass die Leute irgendwie Ungleichheit schlimm finden, aber im großen Ganzen, dass das folgenlos bleibt. Können wir jetzt als erstes sagen? Das frage ich mich jetzt nicht zuerst, weil gut, dann müsste man ja irgendwie eine Verschwörungstheorie haben oder eine Vorstellung, dass es irgendwie einen Agenten gibt, der oder einen sozialen Akteur, der das... Nein, das kann ja auch ohne quasi, dass das jetzt vorsätzlich herbeigeführt wurde, aber also die Klasse der Reichen und der Reichsten profitiert natürlich davon. Die profitieren, die haben sicherlich auch Interesse daran, dass es solche gesellschaftlichen Narrative gibt... Dass die unteren Schichten sich gegenseitig an den Hals fallen? Ja, aber sozusagen, was das verursacht, das sind sicherlich sozusagen auch größere gesellschaftliche Prozesse und historische Entwicklungen. Da kann man ja auch über die Medien anreden und... Die Medien spielen sicherlich eine Rolle, aber sicherlich auch die... Die vermeiden diese Fragen, also die ich jetzt angesprochen habe, ja auch um groß und zu also Eigentumsverhältnisse, oben und unten, arm und reich. Das ist schon so, das könnte viel mehr thematisiert werden, auch im Zentrum sein und es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass es wenig politische Akteure gibt, also auch die Gewerkschaften und so weiter, die solche Interessen überhaupt bündeln können und kollektivieren können. Also es fehlt ja letztendlich eine Art von Übersetzungsmöglichkeiten dieser Unzufriedenheiten, die ja da sind. Es ist ja nicht so, dass die Leute alle sagen, die Einkommensverteilung ist jetzt super, genauso soll sie sein, sondern es gibt ja diese starke Unzufriedenheit, aber die müssen eben auch durch politische Akteure, auch durch Diskursakteure natürlich irgendwie gebündelt und übersetzt werden, um überhaupt in dem politischen Raum Konflikte auslösen zu können. Da fällt mir auch ein, ich meine, einer der Gründe, warum Leute AfD mittlerweile wählen, sind ja jetzt nicht alle irgendwie überzeugte Nazis, sondern einfach nur weil sie Protest gegen die da oben und so weiter wollen. Da gibt es immer einen Grund, also deren Lebensverhältnis und auch wirklich die Ungleichheit im Land. Da kann man ja sagen, okay, da ist ja was dran. Gleichzeitig irgendwie, wenn jetzt Bundestagswahl ist, da sagt die SPD, ja wir wollen da umverteilen. Die Grünen haben das auch irgendwie im Programm, die Linken. So, dann gibt es Wahlergebnisse. Erstens, die drei kommen nicht zusammen. Ja. Und das erste, was die anderen beiden machen, wenn sie mit der FDP oder CDU Koalitionsgespräche führen, dann lassen sie genau das erstmal hinten wegfallen, weil die andere Seite dann damit Ding macht. Also das erzählen uns dann die Akteure selbst, dass das dann kein Thema ist. Ja, die Grünen sind ja auch mal sehr auf die Nase gefallen, als sie sich mal erhöhte Steuersätze ausgesprochen haben. Die hatten ja mal einen Wahlkampf, wo sie das gemacht haben, wo auch Jürgen Trittin noch irgendwie stark daran beteiligt war. Und da haben sie eben keine Erfolge damit erzielt. Vielleicht liegt das jetzt auch an ihrer Klientel, die ja eigentlich relativ einkommensstark ist. Aber es scheint offensichtlich politisch erstmal kein Gewinnerthema zu sein. Vielleicht macht man es aber auch falsch, wie man das denn angeht. Weil ich glaube, die Leute wissen, glaube ich, innerent schon, dass da was gemacht werden muss. Ich meine, warum, das ist das Ding, die AfD will ja da faktisch gar nichts machen. Die sind ja eigentlich eine Anti-Umverteilungsverteilung. Ich glaube, es wäre leichter, Unterstützung dafür zu mobilisieren, wenn man so etwas machen könnte. Das ist im deutschen Kontext auch verfassungsrechtlich nicht möglich, wie so Irrmarkt-Umverteilung. Also dass man das Geld nicht in die allgemeine Staatskasse nimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Erbschafts- oder Vermögenssteuer erhöht und zweckgebunden ausgibt. Wenn man sagen würde, das Geld geht jetzt in die Schulen oder ins Bildungssystem, da würden sehr viele Leute zustimmen. Wenn man sagt, das Geld geht jetzt in den Staatshaushalt, dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, dann wird das irgendwie für Waffen oder Aufrüstung oder wie auch immer ausgegeben und so weiter. Das kommt ja niemals da an. Das heißt, die... Ist aber auch wieder das neoliberale Ding, so der Staat gibt das Geld nicht anständig aus. Ja, aber wir haben das in unseren Befragungen auch immer gesehen, dass die Leute irgendwie sagen, ja, sie würden ja, aber dann geht das irgendwie in so einen großen Orkos hinein. Dann verschwindet das in irgendwelchen Töpfen und wird dann für Zwecke ausgegeben, die man selber vielleicht nicht gut findet oder nicht priorisieren würde. Das heißt, wenn man das irgendwie ein bisschen anders handhaben würde, dann würde man wahrscheinlich mehr Akzeptanz von solchen Umverteilungsformen finden. Du hast in einem der Bücher, das ist schon eine Weile her, ungerechte Ungleichheiten hast du herausgegeben, waren natürlich viele andere Soziologinnen dabei, einige, die hier auch schon zu Gast waren. Und da gibt es, glaube ich, von Hartmut Rosa auf Seite 29 einen kurzen Absatz, den lese ich mal vor. Mal gucken, ob du dem zustimmst. Da heißt es nämlich zu dem Thema, was wir jetzt gerade besprechen, schreibt Rosa, tatsächlich, so möchte ich im Folgenden zeigen, verhält es sich so, dass die Konzentration der politischen Linken auf die Frage der Verteilungsgerechtigkeit und auf die Diagnose eines Kampfes zwischen Gewinnern und Verlierern, Ausbeutern und Ausgebeuteten niemandem anderen als dem neoliberalen Gegner in die Hände spielt und das unheilvolle, spiralförmige Steigerungssystem, welches jener betreibt, in vitalem Gange hält. Denn die Konzentration auf die Klassenspaltung, so mein hier in provokative Absicht vorgetragenes Argument, trägt letztlich in erheblichem Maße dazu bei, dass die herrschende sozioökonomische Formation zu stabilisieren, mehr noch, sie erweist sich als geradezu funktional für die systemische Reproduktion kapitalistische Verhältnisse. Ja, als Herausgeber muss ich nicht einem zustimmen. Stimmst du dir zu? Naja, Hartmut Rosa geht es letztendlich um diese Steigerungsspielen im Kapitalismus und deswegen sagt er, okay, dieser Kampf um Ressourcen, das ist eben zu wenig oder zu einseitig. Ich stimme dem aber nicht zu. Ich glaube, die Verteilungsfrage ist nach wie vor gesellschaftlich eine zentrale Frage. Die wird heute ein bisschen anders gestellt. Aber letzten Endes für alles, ob wir über Chancengleichheit, über Möglichkeiten des Bildungsaufstiegs sprechen, ob wir über intergenerationale Weitergabe von bestimmten sozialen Positionen sprechen. Da ist natürlich die Einkommens- und Vermögensverteilung der absolut zentrale Schlüssel. Ich habe selber mal in diesem Buch in diesem Buch Lebenschancen heißt es über die Mittelschicht so einen Vorschlag gemacht, den nenne ich Lebenschancenkredit. Der ist jetzt auch mal politisch aufgegriffen worden und das ist die Vorstellung, also gibt es so etwas ähnliches wie so ein Sozialerbe, das gibt es ja auch in der Diskussion, dass man im Prinzip über die höhere Besteuerung von Erbschaften doch so etwas wie eine finanzielle Ausstattung von Jugendlichen, auch universal oder universell finanzieren könnte, wenn der Staat für jede junge Person jedes Jahr 1000 Euro anlegen würde, dann hätte man mit Zins und Zinseszins irgendwie mit nachher irgendwie mit Mitte 20 so 40.000 Euro zur Verfügung. Das ist ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber man hätte zumindest mal über diese Umverteilungsform nachgedacht und das fand ich ganz interessant, dass das zum Beispiel etwas ist, was auch für die FDP durchaus zumindest diskussionswürdig ist. Da hatte ich immer mal Nachfragen, ob ich da mal was vorstellen könnte zu dieser Idee. Ist natürlich auch ein Stück weit irgendwie eine liberale Idee der Chancengleichheit, aber man könnte dadurch Umverteilung realisieren. Ich glaube, das ist der Schlüssel, Armut ist eben nicht nur eine mangelnde materielle Ausstattung, sondern Armut heißt auch, dass es größere soziale Distanzen gibt zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und je größer die natürlich sind, also die gesamte Ungleichheit, desto schwieriger ist es auch von einer Etage zur anderen zu wandern. Das zeigen alle auch ökonomischen und soziologischen Studien im internationalen Vergleich, dass es eben einen starken Zusammenhang gibt zwischen dieser generationalen Vererbung, von Statuspositionen und der Größe der Ungleichheit. Das ist natürlich klar, wenn die Abstände zwischen den einzelnen Leitersprossen größer sind, dann ist die Anstrengung, die man aufbringen muss, um von einer zu anderen zu kommen, auch deutlich größer. Und wir haben aber natürlich eine veränderte, vielleicht fragt man mal, was unterscheidet uns eigentlich von der Gesellschaft der 60er und 70er Jahre. Also wenn man jetzt mal sagt, ja früher waren wir eben eine Pyramide, dann sind wir irgendwie zu dieser Beutezwiebel geworden und das ist im Prinzip etwas, was so in den 80er Jahren abgeschlossen gewesen ist. Und was bringt das eigentlich, diese Veränderung mit sich, dieser Form? Das sind ganz viele sozusagen Umschichtungsprozesse, das heißt, die mittleren sozialen Positionen, die unteren wandern im Prinzip in die Mitte und formen dann den Bauch der Zwiebel. Was wir heute haben, ist häufig Austauschmobilität. Das heißt, wenn eine Person aufsteigt, zumindest sozusagen im Numerisch, muss auch irgendwie eine andere Person absteigen. Das heißt, der soziale Wettbewerb wird natürlich viel, viel stärker und auch die Anstrengung, die zum Beispiel die Mittelschicht unternimmt, um ihre Position zu halten. Wir sind eben in einer anderen gesellschaftlichen Form angekommen. Das Kapitalismus stärken. Und damit gibt es eben am unteren und am oberen Ende der gesellschaftlichen Struktur auch Form von der stärkeren Verholzung. Also es wird alles irgendwie fester, unbeweglicher. Wenn man einmal da drin sitzt, zum Beispiel in einer Armutssituation, dann ist es sehr schwer da rauszukommen und es gibt eben auch eine starke Vererbung von Armut, währenddessen, dass du in den mittleren Positionen volatiler wird. Und das ist so die Situation, in der wir uns befinden. Ich finde ja immer krass, die Deutschen haben irgendwie, das beschreibst du auch, diesen Glauben an die Leistungsgesellschaft und gleichzeitig sind sie dann irgendwie nicht für hohe Erbschaftssteuer. Also wenn man radikal zu Ende denkt, müsste man ja quasi 99 Prozent oder so Erbschaftssteuer machen. Das müsste eigentlich auch die liberale Forderung Nummer eins sein. Also wenn man irgendwie sagt, und dann gibt es natürlich tausend Gründe, ja, dann werden irgendwie Firmen erben und die wollen ja die Arbeitsplätze erhalten und dann würde ja niemand mehr einen Wald anlegen und weil er den nicht vererben hat. Die alten Mythen. Und so weiter. Aber die empirische Basis dafür ist eigentlich relativ schwach. Viele Erben von Unternehmen sind eben auch keine guten Nachfolger in einer Unternehmensleitung. Man könnte sich auch Modelle vorstellen, wo der Staat zum Beispiel statt die Erbschaftssteuer zu kassieren, stiller Teilhaber an einem Unternehmen. Dann würde dem Unternehmen jetzt erstmal nicht Substanz geraubt werden und es würde fortbestehen. Auch die Arbeitsplätze würden erhalten bleiben. Also es sind ja immer so Argumente, die dann sofort aus dem Hut gezaubert werden. Aber ich halte vieles davon mit guten Gründen nicht für besonders stichhaltig. Aber zeigt das dann nicht, dass quasi eher Politik und da gibt es auch in anderen Ländern immer wieder Studien, dass die Politik dann Politik für die Reichen macht. Also die Reichen predigen immer Leistung, 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 Leistung und ihr könnt euch hocharbeiten, aber sobald es dann quasi, sobald man das zu Ende denkt, anhand der Erbschaften, weil das meiste Vermögen wird halt von den Reichen vererbt, dann zählt das eben nicht. Ja, es gibt natürlich eine enorme Lobby, auch sozusagen Lobby der Vermögenden, die relativ stark auch Einfluss auf Politik nehmen kann. Unser Geld ahne. Ja, in den USA ist das noch viel intensiver, da gibt es auch interessante Studien und das ist ein Kranz von Vermögensberatern, Anwälten, Politiker, politischen Lobbyisten, die da überall aktiv sind und für Deutschland gibt es ja auch Studien, die eben zeigen, dass es einen überproportionalen Einfluss von Wohlhabenden und Vermögenden gibt auf politische Entscheidungen, Entscheidungsfindungen und dass dann die Ärmeren deutlich weniger Sagen haben im politischen Prozess und natürlich dann als Folge daraus auch sagen, ja okay, dann beteilige ich mich nicht mehr an die Wahl, weil ich habe ja so wenig Möglichkeiten, da meine Stimme zur Geltung zu bringen und in der Folge ist es natürlich auch so, dass die Parteien sich dann vielleicht nicht mehr um diese einkommensschwachen Gruppen so stark kümmern, weil man sowieso weiß, die sind teilweise aus dem politischen Prozess schon ausgestiegen, das heißt, es ist dann auch politisch nicht lohnenswert, die so stark zu mobilisieren. Ja, ich meine, die Reichen lobbyieren nicht nur bei der Politik erfolgreich, weil sie auch mehr Geld dafür zur Verfügung haben, sondern wäre jetzt meine Diagnose, die Reichen besitzen oder finanzieren dann aber auch die entscheidenden Medien. Ja, sicherlich, ja. Und da kann man erstens manche Themen, also manche Konflikte, die vielleicht brodeln, raushalten oder halt andere Triggerpunkte setzen. Ja, das ist natürlich immer, wer betreibt eigentlich Agenda-Setting und was kommt sozusagen ganz vorne rauf, skandalisiert man jetzt irgendwie Sozialleistungsbetrug oder skandalisiert man irgendwie Steuervermeidungsstrategien und gut, das ist ja bekannt, dass die Zahlen da so weit auseinanderklaffen, aber die meisten Leute denken eigentlich die größten sozialen Schäden werden dann durch ein paar Leute, die Sozialleistungen beziehen und eigentlich nicht beziehen sollten, ausgübt, aber dabei sind es natürlich diejenigen, die irgendwie Steuerschlupflöcher, Steuervermeidungsstrategien dann irgendwie entwickelt haben, um sich dann irgendwie dem Gemeinwesen ein Stück weit zu entziehen. Also das stimme ich absolut überein. Das ist ja glaube ich kein verschwörungstheoretisches Denken, sondern ist da vielleicht Verschwörungspraxis. Also da verschwören sich die Reichen der Gesellschaft, oder? Naja, ich würde erstmal sagen, das ist ja auch legitim. Da muss man ein bisschen über den Begriff nachdenken, was eigentlich verschwören heißt, aber zumindest sind das asymmetrische Einflussmöglichkeiten oder auch Machtverhältnisse, die natürlich auch ihren Widerhall in der Politik finden und dann natürlich auch die die Politiker selber haben natürlich auch eine bestimmte Sicht auf die Welt. Wir wissen eben auch der Bundestag besteht eben auch vor allen Dingen eben aus Leuten, die aus relativ guten Berufen kommen, wenig Leute aus einfachen Berufen. Ist auch verständlich, es gibt eine extreme Komplexität von politischen Entscheidungen und auch sozusagen überhaupt die kognitiven Möglichkeiten an Politik teilzunehmen, sind sicherlich auch ungleich verteilt, aber wenn man sagt, wir wollen irgendwie eine Repräsentation unterschiedlicher Interessen und auch unterschiedlicher gesellschaftlicher Statusgruppen, dann ist es schon auch demokratietheoretisch denke ich ein Problem. Obwohl das nicht heißt, dass jemand der aus der Arbeiterklasse kommt, automatisch, wenn er mal in den Bundestag gewählt wird, irgendwie Arbeiterinteressen vertritt, das ist ja auch nicht der Fall, aber ich denke, es wäre schon irgendwie gesünder, wenn man eine größere Mischung auch von unterschiedlichen Perspektiven hätte und natürlich auch solche Themen da irgendwie prominent besetzt werden würden. Falls ihr übrigens Fragen habt an Steffen, her damit, Hans wartet im Chat, stellst du dir am Ende? Ja, vielleicht muss man nochmal eins, ich meine, das ist ja auch immer so ein Thema im Ost-West-Vergleich, ich meine, da sieht man halt, wie stark sich das reproduzieren kann, dass die Ostdeutschen eben fast kein Vermögen haben, ganz geringes auch Immobilienvermögen, ich hatte mal irgendwo gelesen, in Hamburg wird mehr Erbschaftssteuer bezahlt, als in ganz Ostdeutschland, was ja schon sehr aussagekräftig ist und dann ist auch klar, die reichsten Ostdeutschen sind Westdeutsche, das sind die Villenbesitzer in Potsdam und das hat natürlich was damit zu tun, dass es eben über die meisten Leute, die vermögen, werden ja nicht durch Erwerbsarbeit vermögend werden, sondern ein paar durch Unternehmensgründung und Investitionen, aber die allermeisten Leute eben über Vermögensübertragung innerhalb von Familien oder durch Heirat und damit ist das natürlich nicht leistungsbezogen, sondern hängt von der Spermienlotterie ab und und das kann man jetzt wollten wir vor 150 Jahren überwinden, also diesen Adel. Gibt es ja immer diesen bösen Witz, den hat mir mal jemand bei einer Lesung in Halle erzählt, wann ist die deutsche Wiedervereinigung eigentlich vollendet, wenn kein Ostdeutscher mehr im Grundbuch steht, also das ist ganz bitter, aber das geht mir oft so, wenn ich in Görlitz bin oder in Leipzig, dann sage ich Leute, es sieht doch einfach toll aus, es ist wunderbar und dann sagen die Leute eben, ja es gehört uns aber nicht, also das ist auch etwas, was man im Einigungsprozess hätte bedenken müssen, also die Frage der ökonomischen Teilhabe, dass die Ostdeutschen eben mehr sind als Arbeitnehmer, dass man irgendwie auf Vermögensbildung setzen muss, dass man bei der Privatisierung vielleicht auch Finanzierungslinien schaffen muss, dass Ostdeutsche dann auch bei Management bei Ort erfolgreicher sind oder Unternehmen übernehmen können und so weiter und da hat man sich relativ stark darauf verlassen, dass das eigentlich ein naturwüchsiger Prozess ist und irgendwann die Ostdeutschen eben auch Vermögen anhäufen können. Immerhin ja fast 95% aller Unternehmen in Ostdeutschland sind eben nicht an Ostdeutsche verkauft worden. Westdeutsche, ne? Ja, und Westdeutsche 5% noch irgendwie so an internationalen Investoren, damals gab es aber noch nicht so einen internationalen Investorenmarkt und das war eben, ja wenn man innerhalb von dreieinhalb oder vier Jahren 8.000 oder 9.000 Betriebe verkauft, dann erzielt, verkauft man die natürlich auch nicht zum Höchstpreis, ne? Das ist dann sowas wie so ein Fire Sale, alles muss raus und es wäre so, als wenn man unter heutigen Situationen irgendwie 50.000 Betriebe innerhalb von wenigen Jahren nur in der Bundesrepublik verkaufen würde, da würde man natürlich auch keine exorbitanten Preise erzielen. Wir hatten ja vorhin festgestellt, bei den Konflikten, die vielleicht heutzutage unter dem Deckel gehalten werden, wie zum Beispiel beim Thema Ungleichheit, das liegt dann auch an den Leuten, die das irgendwie schlimm finden, aber das bleibt dann quasi politisch folgenlos, weil sie andere Sachen wichtiger finden, wegen anderen Konflikten, wegen anderen Themen dann doch anders wählen beziehungsweise auch die herrschende Politik das dann nicht aufgreift. Mir ist aber gerade eingefallen, beim Thema Eigentumsverhältnisse, da passiert ja dann ab und zu tatsächlich was, also ich erinnere mich an die Enteignung des Volksbegehren in Berlin, deutsche Wohnen vergesellschaften, das ist ja am Kern ein Eigentumsverhältnis Thema gewesen, das ist dann klar ausgegangen und dann bleibt es aber umsetzungstechnisch folgenlos, weil die Politik das halt nicht will, obwohl das quasi demokratisch tatsächlich folgenreich entschieden wurde. Gut, es ist kein starkes Mandat für die Politik, also die Politik kann dann immer noch was anderes machen, auch bei diesem Volksentscheid. Klar, aber die Politik ja, ich will mich auch zu diesem Fall jetzt nicht äußern, weil ich da jetzt die Intimkenntnisse, ich habe das natürlich beobachtet als Bürger und so weiter, aber habe mir das nicht so genau angeguckt. Die Politik hat sich auf die Seite derjenigen, die enteignet werden sollen, geschlagen, nämlich die privaten Immobilienbesitzer. Ja, aber eben mit dem Argument, dass das irgendwie ein extrem teurer Kauf werden würde, dass das irgendwie gerichtlich über viele Jahre sozusagen alle Kräfte binden würde und so weiter, da sind noch ein paar andere Argumente ins Feld geführt worden. Das wäre eine Behauptung, es gab ja eine Kommission, die hat das viele abgeräumt. Aber natürlich, es gibt eine extrem starke Beharrungskraft einmal geschaffener Vermögensverhältnisse und auch eine starke sozusagen Verteidigungsbereitschaft derer, die da auf der Sonnenseite sind. Das ist nun mal so und dadurch gibt es eben auch diese extrem starken Reproduktionen von Ungleichheit, gerade auf dem Wohnungsmarkt, wo man ja auch mit guten Gründen immer sagen kann, ja, Wohnen ist eben auch ein soziales Gut, wie andere soziale Güter auch. Ich meine, jemand, der kein Dach über dem Kopf hat oder keine Möglichkeit, irgendwie Sanitäranlagen zu besitzen, ist eben jemand, der extrem ausgeschlossen ist aus der Gesellschaft und Wohnen ist ja zum Teil eben die neue soziale Frage, vor allen Dingen im großstädtischen Raum und wir haben auch viel Migration, wo sich auch noch die Wohnlage in den Ballungsgebieten verschärft. Von daher sehe ich da schon auch Notwendigkeiten, irgendwie eine Art von Politikmodus zu kommen, der nicht einfach nur immer sagt, alles muss so bleiben, wie es ist und die Besitzstände sichert, sondern wo man sich auch überlegen muss, was sind eigentlich interessante Modelle. Es gibt immer die Leute, die auf Wien verweisen, eben mit einem großen Anteil von kommunalen Wohnraum, wo offensichtlich diese Probleme, jedenfalls auch mit dieser Massierung, nicht so auftreten. Es ist ja auch nicht einfach, in Wien eine Wohnung zu finden, aber man hat auch nicht diese enorme sozusagen Veränderung hin zu Wohnraum als Investitionsobjekt mit allen dann folgenden Preissteigerungen und auch Gewinnmaximierungsorientierung derjenigen, die investiert haben. Du zeigst ja in eurem Buch jetzt mit Triggerpunkten auch auf, also so gespalten, wie unsere Gesellschaft angeblich ist, ist es der dann doch gar nicht. Also wenn man sich die Haltungen zu bestimmten Themen anguckt, ihr habt irgendwie herausgefunden, 75 Prozent der Deutschen sind sehr besorgt über den Klimawandel, 79 Prozent halten die Vermögensungleich für zu groß, 84 Prozent für den Transpersonen sollten als normal anerkannt werden, also das sind ja riesengroße Mehrheiten, also da sind sich offenbar alle einig. Ich lese da jetzt daraus, okay, die letzten Jahrzehnte, wir sind dann doch schon ziemlich progressiv, kulturell progressiv, also wir erkennen neue Sachen an, nur das Grundproblem, was wir jetzt ja gerade besprochen haben, worauf viel Frust basiert, wo da auch der Rechtsruck herkommt vielleicht, ist ja ein ökonomischer. Und ökonomisch progressiv sind wir halt überhaupt nicht, sondern fast schon reaktionär oder konservativ. Also das Ökonomische soll so bleiben, wie es ist. Ja, es gibt sozusagen diesen Unterschied, den man oft macht zwischen dem alten industriegesellschaftlichen oder ökonomischen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit oder zwischen oben und unten unter neuen Konfliktfeldern oder Konfliktarenen, wie wir das nennen, die sich dann um Fragen von Diversität und Diskriminierung, um Klimawandel, Klimaschutz und um Migration drehen, die jeweils auch eigene Konfliktlogiken haben. Und die politische Aufmerksamkeit ist schon zu diesen neuen Arien hingewandert. Das heißt, die alte, wie ich gesagt habe, die gibt es zwar und da drückt der Schuh auch nach wie vor, aber die ist in gewisser Weise depolitisiert und in den Hintergrund getreten. Und jetzt streiten wir uns natürlich nur noch um Migration oder um das Gebäudeenergiegesetz und so weiter. Also es ist natürlich auch eine Art von Agenda-Setting, die da herrscht. Und es gibt natürlich neue, auch politische Akteure, die auf den Plan getreten sind. Also ob das jetzt klimapolitische Bewegungen sind und Aktivistinnen oder ob das rechte, rechtspopulistische Parteien, und Organisationen sind, die natürlich jetzt den Konfliktraum auch ein Stück weit neu strukturieren. Und natürlich ist dann diese ökonomische Frage nicht mehr so zentral. Die hätte das gesamte politische System, das ganze Links-Rechts-Schema, ist ja entlang dieser ökonomischen Verteilungsfrage eigentlich organisiert worden. Und jetzt gibt es stärker, manche sagen, eben so eine kulturelle Achse von Offenheit, Liberalisierung, kultureller Gleichheit und auf der anderen Seite nationalistisch chauvinistisch, traditionalistisch, wie immer man möchte, auf der sich die jetzt eben eine stärkere gesellschaftliche Salienz hat. Also eine größere Bedeutung in der Art, wie das diskutiert wird, wie das Diskursraum irgendwie strukturiert, aber auch natürlich irgendwie in den Köpfen der Leute. Und wenn man diese Themen, wenn die das eben überlagern und wenn man ununterbrochen jetzt über Zahnersatzleistungen für Geflüchtete spricht, dann finden diese anderen Themen natürlich überhaupt nicht mehr statt. Aber die muss man auch setzen können oder wollen. Ja, die muss man setzen können. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ob es überhaupt Akteure gibt, die irgendwie diese vertikale Ungleichheit zwischen oben und unten auf eine Art und Weise in die Öffentlichkeit hineinbringt. Ob du es glaubst oder nicht, wir haben die Partei, die am stärksten Bundestag vertreten ist, die den Kanzler stellt, das sind die glaube ich Sozialdemokraten, die haben ja so als inhärentes Thema Umverteilung. Ja. Komisch, dass da ausgerechnet von denen dann da nichts kommt. Ja, aber Umverteilung nicht im Sinne einer Gerechtigkeit. Also ich meine, diese Koalition nennt sich Fortschritts- und Gerechtigkeitskoalition. Ja. Von beiden ist wenig zu sehen. Ja. Wie erklärst du dir das? Ja, einfach weil es schwierig ist, das zu einem Gewinnerthema zu machen. Es gibt natürlich in der SPD nach wie vor Leute, für die das ein zentrales Thema ist. Aber wir wählen die Leute doch nicht, weil sie einfache Dinge machen sollen. Weißt du, Kennedy hat auch mal gesagt, also wir machen Dinge, weil sie schwierig sind. Ja, trotzdem bewegt man sich in einer bestimmten Konstellation. Es gibt irgendwie Präferenzen von Wählerinnen und Wählern. Man kann die sich ja auf unterschiedliche Weise ansprechen. Das ist auch nicht statisch. Das ist natürlich klar, dass da viel Bewegung drin ist. Ja. Und trotzdem scheint es irgendwie wenig Raum zu geben für so eine wirklich, ja, eine linke Umverteilungsforderung. Also die Linken machen das ja und die haben natürlich Umverteilung auch in ihrem Wahlprogramm relativ stark drinstehen mit Erhöhungsspitzensteuersatz etc., Erbschaftssteuer. Und trotzdem gewinnen die natürlich nicht damit. Die SPD hat sich dann relativ stark auf diese Frage, ja, irgendwie Bürgergeld, dann Mindestlohn, also Fragen der Absicherung in diesem unteren Bereich gestellt und dann auf Fragen sozusagen der Rente, also dass die Leute dann irgendwie, die lange gearbeitet haben, damit 63 schon in Rente gehen können. Das ist eigentlich eine Sozialstaatspartei stärker als eine Umverteilungspartei und auch eine Partei, die ein starkes Commitment hat zu den Sozialversicherungsinstitutionen, zu Fragen von tariflichem Schutz, sozialpartnerschaftlicher Organisationen, aber viel, viel weniger so im Sinne von der Kuchen muss jetzt irgendwie neu verteilt werden, weil einige zu große Stücke bekommen haben. Ich habe andere Soziologinnen gesessen, die haben erklärt, dass diese, wir haben ja mittlerweile eine extreme Ungleichheit, es gibt irgendwie zwei Männer, die so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen in Deutschland und diese extreme Ungleichheit ist halt auch eine Gefährdung für eine Demokratie, das ist eine inhärente Gefährdung und da muss man doch dann quasi auch als Partei sagen, okay, wir wollen hier eine Demokratie auch retten, da muss man irgendwann mal anfangen, also nicht nur aufhören, dass die Schere größer wird, sondern auch mal kleiner machen, oder? Du predigst da zu den Überzeugten, also ich Ich würde ja gerne wissen, vielleicht weißt du, warum die Deutschen oder auch die Politik das nicht macht, du hast ja mit denen mehr Kontakt. Ja, ich bin aber ja auch nicht der Pressesprecher von Olaf Scholz und Ja, aber du kannst Sachen analysieren als Soziologe. Ja, ich würde sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass es und das letzten Endes sagen wir das auch in unserem Buch, dass es wenig aussichtsreich ist, dieses Thema so stark zu forcieren. Wenn wir ein bisschen andere Muster sehen würden oder so, dann würde ich sagen, okay, damit kann man wirklich politisch Erfolge gewinnen. Ich glaube, es ist einfach viel reingesagt. Die Gesellschaft hat sich unglaublich stark verändert. Wir haben darüber gesprochen, dass in breiten Kreisen der Gesellschaft diese leistungsgesellschaftliche Norm irgendwie ganz zentral geworden ist, eine starke meritokratische Orientierung da ist und so weiter. Man kann sich heute auf den Marktplatz stellen und rufen Umverteilung oder Spitzensteuersatz. Da werden sich ja auch drei, vier Handeln stehen bleiben. Aber um eine Wahl zu gewinnen, wird das nicht reichen. Und dann ist die Frage, was kann eigentlich eine politische Strategie sein, um dahin zu kommen? Das wäre jetzt meine Frage in dem Gewissen. Wie macht man denn das Thema aussichtsreich? Ja, ich würde sagen, das ist ja Teil unserer Analyse, dass wir im Prinzip sagen, okay, die meisten politischen Probleme werden heute ja nicht mehr irgendwie sachlich und rational irgendwie diskutiert, sondern der politische Raum ist unglaublich stark affektbesetzt, was wir Affektpolitik nennen, also eine Politik der Emotionen. Die breite gesellschaftliche Mitte ist in gewisser Weise entpolitisiert und auch entideologisiert. Die sind noch nicht radikal. Ich dachte, wir sind ideologisch verwirrt. Nee, naja, verwirrt. Aber jedenfalls nicht so ohne weiteres mobilisierbar. Das heißt, die sagen vielleicht die Ungleichheit, das ist irgendwie blöd und das ist irgendwie zu groß. Aber das ist folgenlos. Das ist folgenlos für ihr politisches Handeln, auch für ihre Wahlabsichten. Und solange das folgenlos bleibt und sich nicht irgendwie überträgt in eine politische Auseinandersetzung, wird man damit eben auch nicht viel gewinnen können. Und wenn man jetzt sagt, okay, es gibt unglaublich viel Affektpolitik, dann muss man sagen, ja, wie kann man eigentlich Affekte erzeugen? Es gibt sicherlich Leute, die sozusagen, wie du vielleicht, die sich über dieses Thema auch unglaublich stark echauffieren können. Vor zwei Folgen war Bernie Sanders da. Der schafft das in Amerika, also in krassen... Der schafft das. Aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt bestimmte Triggerthemen, die den öffentlichen Diskurs bestimmen. Das ist auch jede zweite Woche was anderes. Die werden irgendwie wie eine Sau durchs Dorf gejagt. Und daran hängen sich die Leute dran. Das bestimmt irgendwie auch die Struktur des politischen Konfliktes und sozusagen eine These dieses Buches ist im Prinzip das in diesem endpolitisierten Raum doch bestimmte politische Akteure, die wir dann auch Polarisierungsunternehmer nennen, eigentlich immer abscannen, was so im Diskurs an Sollbruchstellen da ist. Wo irgendwie Intuitionen von Leuten getroffen werden, wo Gerechtigkeitsvorstellungen irritiert werden, wo Normalitätserwartungen irgendwie mit Fragezeichen versehen werden. Und die versuchen sie dann groß zu machen. Die versuchen sie ins Zentrum der politischen Debatte zu stellen. Warum? Weil sie sich davon auch einen bestimmten politischen Nutzen versprechen, dass es bei ihnen einzahlt. Das heißt, es ist eigentlich so, wenn man sich das vorstellt, es gibt ja dieses Spiel für Kinder, wo man so eine Angeln hat mit so einem Magneten dran und dann muss man so Fische aus so einer Box rausangeln. Und so ähnlich funktioniert das eigentlich mit den Triggerpunkten. Das heißt, man wirft diese Magneten rein und diese Fische haben dann so irgendwie Metallringe und dann einige bleiben dann hängen. Und dann kann man die Leute eben rausziehen und ins nächste Becken packen. Das heißt, immer dann, wenn wir in der Lage sind, Leute zu affizieren über bestimmte Themen. Und was wir eben finden, ist, dass die sozusagen die die Gefühlsladung bei diesen Ungleichheitsthemen, also bei diesen Verteilungsthemen, die du jetzt ansprichst, dass die nicht so leicht herzustellen sind. Das ist bei anderen Themen leichter, bei Themen, wo es um Ressentiment, um Goll, um irgendwie ein Frusterleben geht, um Sozialneid. Solche Fragen sind viel, viel leichter in dieser Form zu politisieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, es müsste jetzt irgendwie eine linke Leidenschaft für Umverteilung geben, dann muss man es schaffen, vielleicht schafft Bernie Sanders das, dann muss man es schaffen, sozusagen diese Emotionen so zu wecken, dass die dann auch irgendwie politisch folgenreich sind. Aber wir sind doch, du hast ja völlig recht und diese Analyse stimmt ja, aber wir sind doch ein Land nicht von Höhlenmenschen, die von Groll und Wut und so weiter getriggert wird, sondern ich dachte, wir sind irgendwie Erwachsene, die auch mal ein bisschen nachdenken können, die sich mit Themen auseinandersetzen. Stattdessen, das ist ja so Kinderkacke. Ja, das ist aber eine rein akademische Argumentation, die du führst, die allermeisten Leute haben kein konsistentes politisches Glaubenssystem. Die haben auch nicht Parteiprogramme im Kopf. Sie haben eine diffuse Idee, was gut und richtig, was gerecht oder ungerecht ist. Sehr diffuse Idee und sie empfangen im Diskurs, das ist eigentlich so ein bisschen wie so eine Nebelwand, immer mal wieder Signale. Das wird thematisiert, das wird thematisiert, das und diese Signale, die nutzen sie eigentlich sowas wie so wie heuristische Shortcuts. Also bestimmte Verkürzungen, um irgendwie so etwas wie so eine kognitive Landkarte der politischen Lager zu bilden. Und wir alle, wir diskutieren ja häufig nur die Sachen, die sowieso im öffentlichen Diskurs schon als relevant gesetzt sind. Wenn du jetzt irgendwie in der Lage bist, vielleicht schaffst du das ja mit deinem Podcast, wenn du in der Lage bist, jetzt irgendwie acht Wochen ununterbrochen dieses Ungleichheitsthema zu bespielen und alle springen auf, Maybrit Illner und die FAZ und machen das jetzt, dann werden die Leute auch ununterbrochen über dieses Ungleichheitsthema wahrscheinlich diskutieren. Das heißt, das Agenda-Setting ist schon ganz zentral und du hast vorhin darauf hingewiesen, dass das natürlich auch nicht zufällig gestreut ist oder irgendwelche Themen einfach so nach oben kommen, sondern es muss politische Akteure geben, auch mediale, diskursive Akteure, die diese Themen setzen. Die Signale senden. Ja, und die das auch, die auch schaffen, das im Diskurs zu halten. Und da gibt es so unterschiedliche Erfolgsbedingungen. Also nicht jedes Thema kann mit der gleichen Wahrscheinlichkeit und mit der gleichen Intensität öffentlich verhandelt werden. Einige eignen sich besser und andere eignen sich schlechter. Wir hatten, ich meine, ich hatte Chomsky ja schon zu Gast, Harald Welser, das ist ja auch so ein Phänomen in Massenmedien. Man hat es immer medial, also als Signalhersteller leichter, etwas, irgendwas festzuhalten, weil man da nicht viel erklären muss, sondern einfach nur sagen, das soll so bleiben. Als jemand, der sagt, das muss ich ändern und man muss das ja quasi in der Kürze der Massenmedien, strukturell ist man ja noch gezwungen zu erklären, warum das sich ändern muss und das kostet Zeit und diese Zeit hat man in den Massenmedien nicht. Darum ist immer derjenige oder die Kraft, die sagt, das muss also bleiben. Dagegen hat es dann in dieser Welt der massenmedialen Beschallung und der Beeinflussung der Bevölkerung auch noch leichter. Und es ist sicherlich so, viele Leute haben sich auch mit dieser Verteilungsstruktur arrangiert. Ja. Und das ist mit den anderen Themen Klima und Migration nicht der Fall. Das ist ein totaler Aufreger-Thema. Themen, immer, egal was du sagst, Klimakleber, jeder hat eine Meinung, pro oder con, kann sich da unglaublich aufregen. Das sorgt sofort für den Gesprächsstoff und man merkt dann schon an der Körperhaltung, an der Raumtemperatur, am Pulsschlag, dass da irgendwie ein Erregungszustand da ist. Dasselbe Migration, Zahnersatz für Geflüchtete, zack, nächstes Thema, kann man sich wieder unglaublich aufregen. Und es scheint offensichtlich leichter zu sein, sozusagen diese Aufregung anzufeuern und anzufüttern bei bestimmten Themen und schwieriger zu sein bei anderen, bei anderen Themen. Aber das scheinen ja meistens Themen zu sein, die von Rechten oder Rechtsaußen gesetzt werden. Ich meine, dieses Zahnarzt-Ding, das war vor ein oder zwei Jahren noch wirklich ein NPD, beziehungsweise AfD Narrativ. Und dann kommt das durch Friedrich Merz in den Mainstream und jetzt ist es da. Ja, also ich sag mal so, im Moment, das versuchen wir auch in dem Buch zu analysieren, ist es leichter für konservative oder rechtspopulistische Parteien Trägerpunkte zu bedienen. Woran liegt das? Also wenn man jetzt vergleicht, es gab ja auch unter Willy Brandt einen gesellschaftspolitischen Aufbruch und der hat es ja offensichtlich auch geschafft, viele Leute irgendwie mitzunehmen, auch eine Art gesellschaftlicher Euphorie da irgendwie auszulösen. Und das ist nur verständlich vor dem Hintergrund einer doch relativ eingerosteten konservativen Gesellschaft. in der viele Signale sozusagen auf Halt standen, auf Stillstand und dann kommt jemand und sagt, jetzt brauchen wir eine Vorwärtsbewegung. Das haben viele Leute damals begrüßt und auch als belebend empfunden. Heute haben wir eine Situation, wo die Leute unglaublich viel Veränderungszumutung schon hinnehmen müssen. und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, ob das Digitalisierung ist, ob das die Heterogenisierung der Gesellschaft ist, ob das das Aufbrechen ist von traditionellen Familienmodellen, ob das der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist, ob das die Auseinandersetzungen in Nahost sind, ob das die Energiekrise ist und so weiter. Also diese ganzen Polykrisen, die kommen jetzt, die Leute haben irgendwie das Gefühl, mein Gott, jetzt sozusagen zerfasert und zerfranst eigentlich alles, was uns bislang Stabilität gegeben hat. Ganz viele Gewissheiten fallen weg. Und es gibt auch ganz viele Veränderungszumutungen. Jetzt soll noch die sozial-ökologische Transformation etc. stattfinden. Und dann ist es einfach so, dass für einen großen Teil der Bevölkerung, wir sagen über 40 Prozent, so etwas vorhanden ist wie Transformationsmüdigkeit oder Erschöpfung. Die sagen, mir wird das alles zu viel, ich komme mit diesem Wandel nicht mehr mit. Und die Leute sind natürlich extrem gut ansprechbar für alle Trigger, die irgendwie heißen Abwehr von Veränderungszumutungen. Für die kann das zum Feindbild werden und das wird natürlich auch politisch ausgenutzt. Den jetzt zu sagen, jetzt soll sich noch die Eigentumsordnung ändern und jetzt soll dies noch kommen und so weiter. Da winken die ab. Die sind dann eher irgendwie dann zu begeistern, wenn man sagt, ja okay, wir wollen zurück in das Schneckenhaus, in dem wir mal drin gesteckt haben oder auf die Scholle, auf der wir mal gelebt haben. Es soll ganz viel Beständigkeit und Sicherheit geben und alles soll so werden, wie es einmal war. Und sozusagen vor diesem Hintergrund kann man auch nur verstehen, also Konservative sind auch viel stärker zu triggern. Das finden wir bei uns auch. Warum ist das eigentlich so? Es gibt eine enorme gesellschaftliche Veränderung und dann gibt es Veränderungspioniere, Leute, die auch sehr flexibel auf Veränderungen sich einstellen können. Das ist auch eine kognitive und auch eine soziale Leistung, eine Fähigkeit, da braucht man auch viel Kompetenz dafür. Und dann gibt es Leute, die sind am anderen Ende, es sind häufig Leute in unteren sozialen Positionen, die auch in ihrem beruflichen Umfeld wenig Handlungsspielraum und wenig Autonomie haben. Und denen kommt jetzt noch die Politik und sagt, jetzt müsste dies und das, jetzt müsst ihr so sprechen, jetzt müsst ihr so heizen und so weiter. Und die fangen dann an, das haben ja Carolin Amlinger und Oliver Nacht auch mit diesem verdinglichten Freiheitsbegriff beschrieben, die fangen jetzt an zu insistieren, diese kleinen Freiheiten sozusagen gegen die Zudringlichkeit von sozusagen politisch angestoßenen Veränderungen zu verteidigen. Und wir können eben sehen, dass sozusagen diese unglaublich starke Affektivität drin sitzt. Also unglaublich starke Aversion, Reaktanz Verhalten bis hierher und nicht weiter. Ich möchte nicht mehr. Lass mich doch mit allem in Ruhe. Und das wird natürlich, es sind auch Leute getriggert, denen der Klimawandel irgendwie ein Problem bereitet und die irgendwie verzweifelt sind, weil die Politik nicht genügend Maßnahmen ergreift. Aber wir finden sozusagen dieses Muster viel, viel stärker bei den Leuten, die eher traditionell konservativ orientiert sind. Und da greifen jetzt natürlich die Rechtspopulisten ein und in gewisser Weise geraten die Konservativen in ein extrem schwieriges Fahrwasser und sind zum Teil dann versucht oder machen es eben zum Teil auch eine ähnliche Rhetorik zu übernehmen. Jetzt können wir uns diese Menschen, du hast es 40% gesagt, die können wir uns ja nicht wegdenken oder wegwünschen oder so die sind ja in Realität und die muss man sich ja kümmern und wenn du sagst, die hören, dass die Politik sagt, ihr müsst jetzt das machen, dass die davon getriggert fühlen, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, wäre die logische Schlussfolgerung dann nicht zu sagen, um diese Trigger nicht also angehen zu lassen, dass die Politik sagt, Leute, wir machen das jetzt für euch anstatt ihr macht das jetzt für uns, weißt du, wir sorgen dafür, dass wir hier klimaneutral heizen, wir machen das für euch und wenn ihr euch das nicht leisten kann, dann machen wir das, also dieses, ihr habt uns gewählt, wir machen das, wir kümmern uns anstatt wir sorgen dafür, dass ihr das macht. Verstehst du, was ich meine? ja, okay, das wäre sozusagen eine Abnahme von einem Aufgabenheft und dass man sagt, die Politik, sie macht das alleine, aber in gewisser Weise braucht sie natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger. Ja, aber es geht erstens um Kommunikation und zweitens auch, wie man das umsetzt. es gibt so ein bisschen eine Lehre aus der Transformationsforschung, wenn die fragt, was sind eigentlich gelingende Transformationsprozesse und dann kann man das sicherlich so machen, indem man sagt, okay, es gibt sozusagen so ein Delegationsmodell, es machen eben andere und man selber kann dann die Vorteile durchaus genießen, was weiß ich, das Wohnviertel, wo man wohnt, wird dann plötzlich irgendwie zum Landschaftspark oder irgendwie ganz hübsch gemacht, ist ja wunderbar, dann gibt es nur Vorteile und das andere ist sowas, was man vielleicht so ein Sense of Ownership nennen könnte, also dass Leute das Gefühl haben, sie sind nicht nur passive Empfänger von Veränderungsprozessen oder sie werden davon überrollt oder man mutet sie ihnen zu, sondern dass sie selber irgendwie mit am Steuerrad oder am Entscheidungstisch sitzen. Also das in Form von Partizipation. Das wird ja, ich meine, immer ein schönes Beispiel, Windräder und Solarparks. Also die Politik, die Grünen und so weiter haben ja früher gesagt, wir machen hier eine dezentrale Energiewende. Mittlerweile haben wir eine zentrale Energiewende, wo quasi Unternehmen, Konzerne, die bauen schon Solarparks, Steffen, auch bei uns da in McPompen und Windräder und die Kommunen und die Leute dann vor Ort sind dann so, nee, das wollen wir nicht haben. Aber sobald du sie fragst, warum nicht und du sie fragst, naja, was wäre, wenn ihr daran beteiligt wärt, wenn euch das gehören würde, der Solarpark, dann sind sie die größten Fans. Ja, genau das beschreiben wir da auch in dem Buch und das Argument machen wir letzten Endes auch, dass wir irgendwie über kreative Beteiligungsformen nachdenken müssen und klar, ich meine, es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob ein Investor kommt und da irgendwie drei solche Windkraftanlagen hinstellt oder ob man dafür Bürgerstrom bekommt und die der Kommune gehören. Aber das betrifft dann wieder, um zurückzukommen zum anderen Punkt, Eigentumsverhältnisse. Das würde ja eine Transformation der Eigentumsverhältnisse bedeuten und das wollen natürlich die bisherigen Eigentümer der Energieherstellung in Deutschland verhindern. Ja, da gibt es starke Beharrungskräfte, also ich, sag mal so, die Vorstellung ist doch jetzt, wenn man das, die heutige Phase mit der Industrialisierung vergleicht, dann hat sich mit der Industrialisierung also die gesamte Energiebasis und Produktionsweise des Wirtschaftens verändert. Das hat zu extrem interessanten institutionellen Neuerfindungen geführt, zum Beispiel zu allen sozialpolitischen Institutionen, die wir heute kennen, ob das Unfallversicherung ist, Rentenversicherung etc. Und jetzt haben wir eine Transformation von der fossilen zur postfossilen Welt. Eine ähnlich große Kraftanstrengung wird unser gesamtes Wirtschaften wahrscheinlich fundamental verändern. Und wir denken das in Maßnahmen der industrialisierten Welt. Wir denken einfach, das ist eine Verlängerung. Ich habe noch keine interessante sozialpolitische Idee, zum Beispiel für Fragen von Beteiligung, für Fragen von Fairness in der Verteilung von Kosten und Lasten und so weiter. Ich habe das noch nicht gehört. Es gibt ein paar Ideen, Zertifikatshandel und so weiter, CO2-Betragung. Aber eigentlich müssten wir doch jeden Tag am Tisch sitzen und sagen, wir wollen jetzt auch institutionelle Innovatoren werden, die diesen Wandel ermöglichen und begleiten. Das ist eigentlich das Zentrale. Und dann kann man nicht, wenn man ein Gebäude-Energie-Gesetz macht, sich fünf Wochen später als Parteispitze in eine Talkshow setzen und sagen, wir müssen auch mal über soziale Kompensation nachdenken. Das wird nicht funktionieren. Dann hat man die Leute alle schon verloren. Und es ist eben nicht nur ein kommunikatives Desaster, sondern es geht um institutionelles Design. Wie baut man Institutionen, wie organisiert man politische Maßnahmen, die irgendwie eine Art von moralischer Plausibilität haben und auch an den Gerechtigkeitssinn der Leute anschließen. Und wenn die Leute irgendwie das Gefühl haben, da wird jetzt was entschieden und ich muss das umsetzen und auch noch die Kosten tragen, das wird natürlich ganz schwer durchsetzbar sein. Und von daher stellen sich natürlich schon auch immer wieder die Verteilungsfragen. Die kommen mindestens durch die Hintertür bei sowas wieder rein. Wenn man dein Buch liest, du stellst fest, wir haben eine heterogene Mehrheitsgesellschaft, die jetzt weder antikapitalistisch oder postkolonial ist. Wir sind an sich nicht radikal ökologisch und es gibt auch keine krasse Spaltung. Aber was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, deine Studie, sie belegt, es gibt keinen Rechtsruck, es gibt keinen Linksruck, es gibt auch keinen Zukunftsruck, die Leute wollen mehrheitlich ihre Ruhe haben. Und das hat mich, da haben wir mit Hans drüber gesprochen, das ist so ein bisschen, als ob Deutschland so eine Titanic Gesellschaft ist. Also wir sehen, der Eisberg ist voraus. Der Eisberg ist die Klimakatastrophe. Und trotzdem erzählen uns alle, unser Schiff ist unsinkbar, wir fahren weiter. Ist das ein falsches Bild? Ja, ich würde jetzt sozusagen die Gesellschaft jetzt nicht so harmonisch beschreiben, wie du das jetzt gemacht hast. Das steckt da natürlich auch ein Stück weit drin, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht eine Zwei-Lager-Gesellschaft oder ganz fundamental gespalten, aber wir haben grundlegende Konflikte. Ich denke mal, wir sagen das ja auch, die Klimafrage ist eine Klassenfrage im Werden. Also, dass wir doch Anzeichen dafür sehen, dass es eine stärkere, vielleicht nicht Klassenpolarisierung, aber eine stärkere Strukturierung von Konflikten entsprechend entlang von so Klassenkategorien oder Klassenlagen gibt. Und das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass die ökologische Frage doch in der Mittelschicht völlig anders verstanden wird als in der Arbeiterschicht. Wir sprechen eben auch von der Ökologie der Arbeiterklasse, die häufig auch eine Ökologie des Zwangs ist, weil man gar nicht die Mittel hat, also man verbraucht auch schon weniger, weil man eben auch eine geringere ökonomische Ausstattung hat, anderes Mobilitätsverhalten, anderes Wohnverhalten und so weiter. Aber um nochmal auf diese große Frage zurückzukommen. Dass die meisten Leute ihre Ruhe haben wollen. Natürlich ist das auch auch menschlich, dass man irgendwie jetzt nicht auf jede gesellschaftliche Veränderung aufspringt und dass man irgendwie Kontinuität und Beständigkeit irgendwie auch als Leitorientierung des eigenen Lebens irgendwie akzeptiert. Das ist auch generationenbezogen, das wird mit dem Alter wahrscheinlich immer stärker. also mich verwundert das erstmal nicht. Trotzdem ist die Politik natürlich gefordert, sozusagen auch eine Gesellschaft, die erstmal so bleiben möchte, wie sie ist, auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen. Und da ist der menschengemachte Klimawandel eben die allergrößte und existenzbedrohende Herausforderung. Also das würde ich schon sehen. Und da müssen wir uns überlegen, wie kann man das eigentlich machen? Das ist ja auch eine Aufgabe der politischen Akteure. Die Leute erstmal haben so eine Art myopisches Verhältnis zur eigenen Zukunft. Also sie sind so ein Stück weit zu kurzsichtig und denken auch nicht in diesen langen Bahnen. Was aber gut ist für die deutsche Situation, ist, dass wir wenig Klimaleugner oder Klimaskeptiker haben. Die allermeisten Leute, Verleugner, sage ich immer. Ja, aber die allermeisten Leute, bei den meisten Studien so über 90 Prozent sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Der ist ein Problem und wir brauchen politische Maßnahmen, um dem zu begegnen. Aber China, Steffen, höre ich da. Ja, aber China, das Argument haben wir auch relativ stark, dass dann Leute sagen, okay, wir dürfen jetzt nicht alles zur Disposition stellen, weil wir dann unseren Wohlstand ein Risiko aussetzen. Wir machen nur zwei Prozent des globalen Emissionen und so. Aber dass man so Verantwortungsverschiebungen hat. Aber man könnte natürlich auch diese ökologische Frage völlig anders in die Öffentlichkeit bringen, eben ganz zentral, das wird ja zum Teil auch schon gemacht durch Robert Habeck eben als Wohlstandsfrage, also wirklich zu sagen, technologische Innovationen. Ich meine, alle Leute, die jetzt mal mitbekommen haben, was bei dieser Automesse in Shanghai los ist, wie da die deutschen Unternehmen, Automobilunternehmen, abschmieren auf dem chinesischen Markt, sagt, wie hoch der Anteil von E-Mobilität ist bei Kraftfahrzeugen in China schon. Die müssen natürlich sagen, okay, wir müssen ja verrückt sein, wenn wir uns jetzt nicht darauf einlassen. Das heißt, das Innovationsargument ist, glaube ich, ein sehr starkes, was auch Leute überzeugen kann. Natürlich auch verknüpft mit der Frage, Sicherung des Wirtschaftsstandorts, Arbeitsplätze etc. Wenn wir uns nicht in Bewegung setzen, ja, dann werden wir natürlich automatisch in den Ruinen treiben. Und ich meine, du hast ja jetzt schon angedeutet, ja, möglicherweise ist die Decke, von der wir glauben, dass sie uns noch so irgendwie kuschelig hält, ist die eigentlich schon längst weggezogen. Und wir liegen eigentlich schon im Kühlen und das kann man auch nicht so ohne weiteres rückgängig machen. Aber die Veränderungsbereitschaft, die kann man natürlich dann erzählen. Ich mache das Wort Narrative nicht so gern, weil das jetzt so inflationär Begriff, aber wenn man ein gesellschaftliches Projekt entwirft, ein Projekt kann Bindungskräfte und Loyalitäten stiften, hilft Leuten auch mal eine Durststrecke zu überstehen, weil man irgendwie weiß, um zu, also wohin soll es eigentlich gehen, warum mache ich das jetzt eigentlich und gibt es irgendwie eine Vorstellung eines gesellschaftlichen Zielzustandes. Denn die Situation, die wir jetzt haben, natürlich auch krisenbedingt, ist ein extremes Fahren auf sich, ein politischer Ad-Hokismus. Das heißt, man arbeitet sich eigentlich nur immer so an diesen ganzen Krisen ab, versucht die Folgeprobleme irgendwie zu minimieren, aber die langfristige und mittelfristige Perspektive ist ja total verloren gegangen. Wir wissen ja gar nicht, warum wir was eigentlich machen sollen. diese Zustandsbeschreibung, dass viele einfach ihre Ruhe haben wollen, das ist ja nichts Neues, wäre jetzt meine These, sondern das ist vielleicht auch die deutsche Gesellschaft gleich sogar seit der Wende, zumindest in Westdeutschland, wir wollen jetzt einfach mal unsere Ruhe haben und ist das vielleicht nicht das Problem, jetzt gerade angesichts der Klimakatastrophe und der Transformation der Wirtschaft, weil wenn wir einfach in den letzten Jahrzehnten viel früher damit angefangen hätten, in Ruhe die Transformation anzugehen, sie in Ruhe zu planen, dann würden wir jetzt diese ganzen Widerstandskräfte gegen die notwendigerweise immer radikaleren Lösungen, notwendigerweise, weil wir jetzt jahrzehntelang nichts gemacht haben, weil wir uns auf den Arsch gesetzt haben und gesagt haben, ich bin Angela Merkel, wir machen jetzt erstmal hier gar nichts. Das fällt uns ja jetzt alles auf die Füße. Und die Widerstandskräfte werden doch dadurch noch größer, anstatt hätten wir es einfach in Ruhe angegangen, anstatt nichts zu machen, oder? Ja, weil natürlich sozusagen das Verhältnis von Tiefe des Wandels und der zeitlichen Struktur ein ganz anderes ist. Also wenn man immer Schritt für Schritt und über den mittleren Zeitraum ist das was anderes, als wenn man sagt, von heute auf morgen und ganz fundamental sich zu ändern. Von daher sind die Widerstandskräfte jetzt eigentlich auch so ein Stück weit aufgestaut und werden auch größer. Das ist eine dilemmatische Situation. Wir können jetzt natürlich nicht zurück auf Null ins Jahr 2008 oder 2010, aber da hätten eigentlich die entscheidenden Weichenstellungen erfolgen müssen. Wir haben jetzt leider eine Situation in der Regierungskonstellation, wo diese massiven Infrastrukturinvestitionen, die notwendig sind, offensichtlich nicht getätigt werden, weil jemand da irgendwie ein ökonomisches Modell verfolgt, das glaube ich von vielen auch international renommierten Ökonomen als sehr kritisch angesehen wird, wo man einfach mal sagen musste, ja okay, wir bräuchten jetzt eigentlich auch Infrastruktur politisch einen richtigen Dreifachwumms. Ob im Mobilitätsbereich, in der Daseinsvorsorge, in ganz vielen Bereichen und wenn man jetzt das Wort Fortschutzkoalition noch mal aufgreifen möchte, dann denke ich, wäre das eigentlich eine Perspektive, auf die sich auch die Breite der Gesellschaft einigen könnte. Niemand hätte was dagegen, wenn wir die Bahn jetzt mal so richtig auf Vordermann brächten. Das würde glaube ich große Begeisterung bei vielen Leuten, ja das sind aber auch die einzigen, wenn man das jetzt... Die mächtigsten Lobby im Land. Ja, aber trotzdem, ich glaube in der Breite der Gesellschaft wäre das extrem gut vermittelbar, wenn man das machen würde. Auch die Frage der Digitalisierung, auch die Frage des Bürokratieabbaus, das sind ja eigentlich konsensuelle Fragen in der Gesellschaft und da würde ich mir einfach wünschen, dass man es einfach mal macht und dass man da auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, denn man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, es ging mir vor zehn Jahren nicht so, dass die Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen und auch von Infrastruktur unglaublich in Mitleidenschaft gezogen ist. Also ich, vor 20 Jahren ist man irgendwie ins Ausland gefahren, hat man gesagt, ja in Deutschland funktioniert alles so wahnsinnig gut, jetzt ist es häufig irgendwie andersrum und da muss man nicht nur auf die Digitalisierung und das Bildungssystem gucken, sondern eigentlich in der gesamten gesellschaftlichen Breite ist da so viel liegen gelassen worden, dass man sagen muss, ja wir müssen, um zukunftsfähig zu werden, ja müssen wir einfach Investitionen tätigen und uns wirklich überlegen, dass wir das jetzt nicht sozusagen mit begrenzten Bordmitteln machen können, sondern dass wir da einfach eine viel, viel stärkere auch Investitionspolitik brauchen, um uns überhaupt zukunftsfähig zu machen. Ich glaube, es gab, es war Robert Habeck, der zum Thema Fortschrittskoalition, also seine Ampel meinte, ist halt schwierig, wenn zwei Parteien in dieser Koalition gegen den Fortschritt agieren. Da hat er nicht nur die FDP gemeint. Beim Bürokratieabbau ist mir auch gerade wieder eingefallen, kann man auch sagen, ist auch wieder so ein Ding zwischen Arm und Reich, wenn es um Förderung ist, es gab letztens diese Solarförderung von Missing, da haben wir fast nur Reiche pro Jahr von Hausbesitzer, die schon ein Solardach haben, ein Solarauto und Speicher, das sind die oberen zehn Prozent, da wurde Bürokratie aber abgebaut. Wenn es jetzt um Kindergrundsicherung, Armutsbekämpfung und so weiter geht, da wird die Bürokratie aufrechterhalten. Aber dieser, dass die Leute ihre Ruhe haben wollen, das ist doch irgendwie ein Ausdruck der Tragik. Also wenn ich jetzt als eher jüngerer Mensch sagen würde, mir macht das erst immer große Sorgen, weil irgendwie die Zähne irgendwie verfaulen, verfallen und wir haben die letzten Jahrzehnte einfach immer eher Schmerzmittel genommen, damit wir die Schmerzen nicht haben, aber die Zähne, die verfaulen ja dann trotzdem weiter und wir wollen einfach nicht zum Zahnarzt gehen und der Verfall nimmt seinen Lauf. Ja, wir haben im Prinzip ja so drei Probleme, die sind auch jeweils soziologisch für sich interessant. Das eine ist sozusagen die Trägheiten und die Beharrungskräfte in der Gesellschaft oder in größeren Teilen der Gesellschaft. Dann haben wir zum zweiten so ein kollektives Handlungsproblem. Das heißt, dass wir zwar die Probleme kennen, aber nicht wissen, wie wir die in eine Art koordiniertes und zielgerichtetes Handeln umsetzen können. Und dann haben wir die unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Also das heißt, das Klima muss sofort bearbeitet werden, aber wir haben irgendwie politisch dann immer nur vier Jahresrhythmen. Wir haben auch andere wirtschaftliche Zyklen und diese drei Probleme, das sind eigentlich die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme, wenn man irgendwie mit Reformen operieren möchte. Aber zunächst mal geht es eben da auch darum, also was ich vorhin schon sagte, also wenn man ein gesellschaftliches Projekt definiert und daran mangelt es meiner Ansicht nach und sich auch vielleicht verständigt darüber, ob es da so eine Art von Gerechtigkeitsformel da drin geben könnte. Auch die Verteilungsfrage muss ja irgendwie nach wie vor adressiert werden, selbst wenn die jetzt nicht so politisiert ist. Aber ich glaube, durch die Klimafrage kommt die irgendwie wieder rein. Wenn wir jetzt nur mal die Sache, die Frage dieser Carbonungleichheit diskutieren. Also die ungleiche, die Menge an Emissionen zwischen den oberen, mittleren und unteren Schichten. Es ist natürlich himmelschreiend, warum sollten irgendwie einige Leute eine viel größere Möglichkeit haben, sozusagen endliche Ressourcen zu verbrauchen oder sozusagen zur Erderwärmung beizutragen. Ein Milliardär verbraucht so viele Emissionen wie eine Million Menschen. Ja, also wenn man das nur mal so in den Raum stellt und da gibt es ja kein normatives Argument. Also woanders könnte man immer noch sagen, funktionale und normative Argumente, warum das so sein soll, ob das jetzt Meritokratie ist oder wie auch immer. Aber hier hat man weder ein funktionales noch ein normatives Argument, warum jemand, sozusagen eine Person nur fünf Tonnen verbraucht, CO2 pro Jahr und eine andere Person 100 Tonnen. Warum sollte das eigentlich möglich sein? Und wenn man jetzt sagt, okay, dann... Freiheit, Steffen. Ja, aber die Freiheit... Akzeptiere unsere Freiheit. Ja, aber letzten Endes ist es die Aneignung von fremden sozusagen Ressourcen, die einem ja gar nicht... Das ist Freiheit. Ja, naja, gut. Aber wenn man das jetzt sozusagen klassenpolitisch irgendwie durchdefinieren würde, dann würde man ja irgendwann dazu kommen zu sagen, ja, okay, wenn alle eigentlich dasselbe CO2-Budget haben und die Oberen wollen mehr verbrauchen, dann müssen sie das von den unteren eben abkaufen, die wenig verbrauchen. Das würde ja so unglaublich teuer werden. Da würde ja jede Tonne wahrscheinlich mehrere zehntausend Euro kosten. Das wäre natürlich ein extrem effektives Umverteilen, extrem effektiver Umverteilungsmechanismus. Das steckt viel Sprengkraft in. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt in die politische Debatte reinbringen sollte und möchte. Aber aus dieser Perspektive stellen sich die Fragen dann nochmal ganz anders. Und dann kommt eben die Ungleichheitsfrage auf interessante Art und Weise wieder rein. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor Hans kommt. Wir können ja nicht ewig machen. Musst nochmal wiederkommen. Ich lasse aber ein paar Themen einfach mal liegen. Eine Frage nochmal zum Buch, was sehr lesenswert ist, Leute. Triggerpunkte. Ist dick, aber lohnenswert. Man muss es ja nicht am Stück lesen. Das stimmt. Du beschreibst ja auch, dass Leute wütend sind. Teilweise zu Recht. Teilweise fragt man sich, woher das kommt. Sag mir aber mal, wer in unserer Gesellschaft nicht wütend ist. Tja, nicht wütend sind progressive Liberale, die aber keine ganz starke Agenda haben. Die sind am wenigsten wütend. Und weniger wütend sind auch Leute in relativ privilegierten Positionen. Auch hier gilt wieder, Konservative sind so ein Stück weit wütender. Ja, warum? Woran liegt das ja, wenn viel gesellschaftlicher Wandel passiert, viel auch kulturelle Liberalisierung, da haben die so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist jetzt eine, da bewegt sich was weg von mir. Und das macht natürlich nicht so happy, wenn man sieht, dass die Gesellschaft diverser wird, dass neue Lebensformen auch soziale Geltung erfahren. Und dann eben sind Leute wütender in unteren auch sozialen Positionen. Und das hängt wiederum eben damit zusammen, dass sie auch wenig Handlungsspielräume haben. Also wenn du in einer gesellschaftlich subalternen Position sitzt, du hast es ja vorhin selber gesagt, wenig politische Einflussmöglichkeiten hast. Sozusagen mehr oder weniger Befehlsempfänger bist in deinem, auf dem, an deinem Arbeitsplatz, also ganz unten in der Hierarchie bist und dann auch viele gesellschaftliche Entwicklungen nicht aktiv mitgestalten kannst, sondern nur in eine passive Beobachterrolle hineingedrängt bist, dann macht das eben auch wütend. Dann hat man eben das Gefühl der Verohnmächtigung, des nicht mehr Mitkommens, des Überrolltwerdens. Und das ist eben in diesen sozialen Lagen stärker ausgeprägt. Ja, man guckt, es gibt auch einige, die dann Buch kritisieren dafür, dass du so das abtust, dass wir eine gespaltene Gesellschaft haben. Es gibt vielleicht eine gefühlige Spaltung, aber keine tatsächliche Spaltung. Laut euch verharmlost du damit den Rechtsruck in unserem Land? Nee, unser Buch, klar, das ist jetzt, die Daten sind von 2022, die wir da genutzt haben oder die meisten Daten. Ganz im Gegenteil, wir zeigen eigentlich den Mechanismus, auf dem dieser Rechtsruck auch beruht, also die sozialen Bedingungsfaktoren, wenn man so möchte. Man könnte ja jetzt sagen, der Rechtsruck findet deswegen statt, weil jetzt alle Leute plötzlich irgendwie rassistische oder nationalistische Grundeinstellungen, aber in den Einstellungen, das zeigen bis auf jetzt die allerletzte Mitte-Studie, aber ansonsten ist das über die Zeit extrem stabil, seit den 80er Jahren. Wir hatten immer 15, 20 Prozent von Leuten, die jetzt so nach Heidmeyer diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aufwiesen. Es ist erstaunlich stabil und wir sagen eben, die Radikalisierung wird eher von oben in die Gesellschaft eingebracht, als dass sich jetzt unten so ganz viel verändert. Das heißt, die Gesellschaft bleibt unten oder die Meinungslager oder wenn man so will, das bleibt eigentlich relativ stabil, aber es findet jetzt ein anderer Typus von Politisierung statt und der ist eben sehr stark durch diese Affektpolitik und durch das Bespielen von Triggerpunkten zu verstehen, also dass diese Polarisierungsunternehmer es offensichtlich sehr erfolgreich schaffen, das was sozusagen gesellschaftlich schon da ist, auf neue Art und Weise zu bewirtschaften und dann dann damit auch elektorale Erfolge zu erzielen. Aber das ist ein anderes Bild, wie so etwas zustande kommt, als wenn wir jetzt sagen, es gibt irgendwie in den Köpfen überall jetzt völlig neue irgendwie rechte Weltbilder, die vor einem oder vor drei Jahren noch nicht da waren. Da war schon ganz viel da, ähnliche Strukturen, aber eine andere Art von sozusagen politischer Bewirtschaftung und jetzt mit der AfD hat man eben eine Partei, die zudem eben noch parlamentarischer Arm von so etwas geworden ist und da fühlen sich eben viele Leute offensichtlich angesprochen und laufen dieser Partei hinterher. Du hast ja schon zwei, drei Mal das Wort Polarisierungsunternehmer gesagt. Auf Twitter habe ich irgendwo gesehen, dass irgendeiner meinte, du bist jetzt heute zu Gast bei einem Polarisierungsunternehmer, nämlich ich. Bin ich einer oder was soll das sein? Ja, ich kenne deine Arbeit jetzt nicht gut genug, als dass ich das... Ne, für uns sind das eigentlich politische Akteure, vor allen Dingen eben auch Partei, eine Partei, deren zentraler Zweck es ist, sozusagen zur Erringung von elektoralen Erfolgen meistens Spaltungen herbeizuführen und vor allen Dingen Spaltung zwischen Gruppen, zwischen wir und denen, auch durch Abwertung, durch Ausgrenzung, zum Teil durch Denunziation. Und von daher würde ich dich jetzt... Wir haben ja ganz vorhin über oben und unten gesprochen, vielleicht polarisiere ich jetzt gegen die da oben. Ja, vielleicht machst du die oben. Du aber auch dann, ne? Vielleicht, ja. Ich habe mich auch gefragt, angenommen, ich meine, das ist jetzt natürlich nur hypothetisch, aber du könntest irgendwie in 10, 20 Jahren auf dieses Buch zurückblicken. Es gibt viele Leute, die Angst haben, dass wir in einem neuen faschistischen Deutschland irgendwann in 10 Jahren, in 20 Jahren landen. Ich meine, die AfD wird immer stärker. Wir können das nicht mehr ausschließen. Warum siehst du Anhaltspunkte für eine faschistische, neofaschistische Gesellschaft? Naja, ich würde sagen, also ich sehe es nicht ganz so dramatisch wie manche. Ich finde das schlimm, dass diese Umfragen jetzt so sind und ich hätte mir das vor allem ja auch nicht vorstellen können, dass die AfD in Umfragen über 20 Prozent kommt. Wir haben in unserer Studie aber schon ein Wahlpotenzial von 20 Prozent ausgemacht. Also wir sehen, dass es diesen Rand gibt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so etwas gibt, wie so ein lineares Wachstum dieser Partei, dass das jetzt irgendwie in einem halben Jahr jetzt dann 25 und dann 30 und dann 35 Prozent sind. Ich glaube, die Partei hat ihr Potenzial relativ weit ausgeschöpft. Aber siehst du, unabhängig davon, faschistische Anhaltspunkte in unserer Gesellschaft? Ja, natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die. Das ist ja keine Frage. Ich meine, Björn Höcke, hat sozusagen tätig, neofaschistische Äußerungen. Es gibt viele andere Leute, die das in der AfD auch tun, die da auch überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein zentraler Ort. Aber man findet das natürlich auch bei anderen rechten politischen Akteuren, die jetzt nicht parteiförmig organisiert sind. Aber resoniert das in unserer Gesellschaft, die du ja untersucht hast, dieser Faschismus? Ja, wir haben das jetzt nicht so dezidiert. Da gibt es andere Studien, die sind da besser geeignet. Wäre ein neues Thema, um wir am Anfang zu sagen. Ja, wäre ein neues Thema, weil wir wirklich auf diese spezifischen Konflikt-Arenen schauen. Dafür müsste man dann wirklich eine Studie über Radikalisierung machen. Aber die zentrale Botschaft unseres Buches ist eben Polarisierung im Sinne einer Spaltung durch die Mitte der Gesellschaft. Nein, Radikalisierung ja und Konflikte oder Intensivierung von Konflikten auch ja. Also es ist kein Verharmlosungsbuch, sondern ganz im Gegenteil ein Buch, das versucht aufzuklären, auf soziologische Art und Weise aufzuklären, warum wir irgendwie so eine starke auch politische Dynamik haben und mit welchen Mechanismen und sozusagen mit auch welchen Veränderungsdynamiken die eigentlich einhergeht. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge zu beitragen. Zum Schluss mal zu dir. Du hast nämlich nicht erklärt, warum du dann Soziologie studiert hast, Stefan. 91, nach der Wende. Ja, ich glaube 90 habe ich angefangen. 90 sogar? Ja. Ja, warum? Ja, ich bin irgendwie im Herbst 89 doch relativ stark politisiert worden. Und Soziologie ist ja manchmal auch so ein Verlegenheitsstudium. Und mich hat dann schon interessiert, was ist eigentlich dieses Phänomen Gesellschaft? Wie funktioniert das? Und dann hatte ich auch mal jemanden kennengelernt, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, mir mal so ein kleines Reclambüchlein von Max Weber gegeben. Das habe ich dann gelesen, habe ich überhaupt nichts verstanden. Aber irgendwie hatte die Sprache auch was Faszinierendes. Und dann habe ich mich für Soziologie eingeschrieben. Und das fing dann noch in der DDR an. Da fing das Studium am 1. September. Und dann sind wir am 1. September hier hingekommen an die Humboldt-Uni. Und dann haben sie gesagt, bitte geht nochmal wieder nach Hause, weil in der Bundesrepublik, und wir sind ja in vier Wochen dann wieder vereinigt. Oder dann fängt das Studium erst Mitte Oktober an. Und dann hatte ich nochmal sechs Wochen frei. Das war natürlich eine wunderbare Zeit. Da bin ich gleich nach Italien gefahren. In welche soziologische Richtung bist du dann gegangen? Wir haben ja oft immer so irgendwie Luhmannianer und Weberianer. In welcher Richtung bist du da? Ja, ich bin eher so stärker so in Richtung so Institutionen-Analyse. Also jetzt nicht mit diesen großen Theorieschulen verwandt. Es gibt einen Soziologen, der mich immer sehr stark beeindruckt hat. Das ist Klaus Offe, der war sehr bekannt, war lange Assistent bei Habermas. Vielleicht kennt Hans den. Ja, der kennt ihn auf jeden Fall. Und ansonsten mache ich im Prinzip im Feld Sozialstruktur, soziale Ungleichheit. Und da gibt es auch viele Leute, die im Rahmen von Klassentheorien und so weiter arbeiten. Aber dann eben postmarxistisch, nicht mehr marxistisch. Warum? Ja, weil ich glaube, dass das kein heute mehr tragfähiger Erklärungsansatz ist. Wir arbeiten ja selber auch mit dem Klassenbegriff in dem Buch, aber benutzen den dann eben auf neue Weise, weil es eben deutlich mehr auch andere gesellschaftliche Differenzierungen gibt, die so in neueren Klassenkonzepten besser aufgehoben sind als bei Marx. Jetzt kann ich mir vorstellen, einiger unserer, unser junges Publikum hat jetzt wieder Bock bekommen, Soziologie zu studieren. Vielleicht sogar bei dir. Kann man ja hören. Ja, immer willkommen. Hier an der Humboldt-Universität von Berlin. Hast du einen Buchtipp für Leute? Also irgendwie so ein Einstiegsbuch? Also jetzt Max Weber hat ja offenbar bei dir, er war ein bisschen kompliziert für dich? Ja. Ja, was ist ein gutes Einstiegsbuch für die Soziologie? Jetzt erwischst du mich fast auf dem falschen Fuß. Endlich. Ja. Ja, es gibt von Norbert Elias ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe, das Was ist Soziologie? Das ist eigentlich schon sowas wie so ein Einstiegsbuch, aber es hat schon Elias-artige Sprache und Formulierungen. Und ist für manche vielleicht ein bisschen schwierig. Und letzte Frage, wie würdest du deine eigene politische Haltung beschreiben? Jetzt als die Person, Steffen Mauer, nicht der Soziologe und deiner Wissenschaftler? Naja, ich würde schon sagen, dass ich eher liberaler bin, aber ich bin auch... FDP oder was? Nein, nee, nicht. Also linksliberal würde man wahrscheinlich sagen. Was heißt das? Ja, was heißt das? Dass ich doch irgendwie auch schon an gesellschaftlichen Reformen, an Formen von Liberalisierung, aber auch an sozialem Ausgleich interessiert bin. Und dass ich eigentlich schon für eine Gesellschaft bin, in der Leute in ihrer Unterschiedlichkeit selber ihren Platz finden können, aber wo wir auch nicht auseinander dividiert werden durch zu große soziale Ungleichheiten oder Unterschiede. Du bist kein Konservativer? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin auch sehr offen... Der sich leicht triggern lässt? Ich lasse mich nicht so leicht triggern, aber das liegt wahrscheinlich weniger an meiner politischen Grundhaltung, denn an meinem mecklenburgischen Naturell. Das stimmt. Aber jeder von uns lässt sich von irgendwas gerne triggern. Was ist das bei dir? Die Frage habe ich heute schon mal bekommen, die konnte ich da auch nicht so richtig beantworten. Ich lasse mich gar nicht so einfach triggern. Mecklenburg sei Dank. Ja, wahrscheinlich war ich auch nur deswegen in der Lage, mit Thomas Lux und Linus Westhäuser dieses Buch zu machen. Die triggern dich auch nicht. Wir haben uns zwischenzeitlich mal wechselseitig ein bisschen getriggert, aber es war auch ein extrem beglückendes Erlebnis mit zwei Leuten, die ja auch beide deutlich jünger sind als ich, dieses Buch zu erarbeiten. Ich habe das bisher auch noch nicht so gemacht. Und es macht einfach richtig Laune, über so einen Text zu diskutieren und von anderen Leuten was zu lernen. Mir hat es auch Laune gemacht, mit dir zu reden. Mir auch mit dir. Vielen Dank, dass du hier warst. Was mich jetzt gerichtet ans Publikum triggert, ist finanzielle Unterstützung. Das triggert mich positiv, weil wir ohne euch das ja alles nicht machen könnten. Danke dafür. Und jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Vielleicht triggern dich da ja einige. Okay. Hallo Hans. Hallo Steffen. Ja, Klaus Offe, natürlich, natürlich kenne ich Klaus Offe. Einer der wichtigen Soziologen der Post-68er-Generation. Tatsächlich gehörte er zu den jungen Intellektuellen Umdutschke im SDS. Er war, glaube ich, auch Mitautor dieser berühmten Denkschrift Hochschule in der Demokratie. War das so? Ja, ist so. Er hat mit dir ein paar Parallelen, denn er hat gelehrt, sowohl hier in Berlin als auch in Bremen, wo du auch eine Professur hattest. In Bielefeld war er auch. Also Offe war in den 70er, 80er Jahren gehörte er wirklich zu den ganz wesentlichen jüngeren Soziologen. Und wenn du dich ein bisschen an dem orientierst, dann finde ich das auch eine interessante, im Grunde auch politische Positionierung. Gut. Was mir, es gibt eine ganze Reihe Fragen, war eine sehr lebhafte Debatte im Chat. Was mir aufgefallen ist, und ich schiebe das einfach mal vorweg, mich, als du sagtest, so die Begrifflichkeiten, die Bilder von Gesellschaft, mir ist da eins eingefallen. Kennst du noch, was das Teufelsrad ist? Das war so ein, gab es früher auf Jahrmärkten und Rummeln. Das war so eine riesengroße Scheibe, die saß auf so einer Achse und wurde von einem Elektromotor gesteuert, der dann die Geschwindigkeit variieren konnte. Und der Spaß bestand darin, solange das Rad sich langsam drehte, dann konnten Besucher da aufspringen und haben sich da gehalten. Und irgendwann wurde aber von dem Maschinisten das Ding immer schneller gemacht. Und am Ende flogen die Leute einfach nur so runter. Und ganz am Ende saß nur noch einer in der Mitte obendrauf, weil da keine Fliehkräfte mehr wirkten. Und da kam dann aber irgendwie ein großer Sack von der Decke und hat den auch weggehauen. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob die Gesellschaft mit diesen Beschleunigungskräften und diesen vielfachen, wie ihr es ja beschrieben habt, Anforderungen, Krisen, das kommt mir ein bisschen so vor wie so ein Teufelsrad, wo die Leute dann irgendwann runterfliegen oder erschöpft aufgeben und sagen, ich packe das sowieso nicht mehr. Ist das ein stimmiges Bild? Ja, vielleicht. Also es ist gar nicht so einfach, mit sozialem Wandel Schritt zu halten. Also man darf das nicht vergessen. Wir denken immer, ja, alles wandelt sich. Es ist positiv. Es ist für viele Leute eine Befreiung. Zum Beispiel für Leute, die lange auch marginalisiert und unterdrückt waren. Die finden das natürlich toll. Aber es ist für viele Leute eben auch eine extreme Umstellungsanforderung. Also wenn das, was man gelernt hat oder gewohnt ist, plötzlich keine Geltung mehr hat. Wir haben das auch in unserer Studie immer gefunden, dass Leute so eine Kategorienunsicherheit haben. Also die Unterschiede zwischen queer und quer sind bei vielen nicht so ganz klar. Es kommt auch viel akademisiertes Vokabular heute in den Diversitätsdiskussionen. Und da überhaupt seinen Platz zu finden, auch zu wissen, wie man sprechen soll, was noch opportun ist und was nicht. Das ist nicht so einfach. Und dann gibt es natürlich auch eine Entsicherung des Lebens. Also diese Kontinuitätsversprechen, die lange Zeit galten. Also in meiner Kindheit, da war es noch so, der Beruf, den man irgendwann mal gelernt hat, in dem konnte man bis zur Rente mit einer gewissen Sicherheit durcharbeiten. Das galt dann ab, ich glaube, Mitte der 80er Jahre einfach nicht mehr. Und es ist natürlich so ein Wegfall dieses Fortschrittsoptimismus. Das ist ja natürlich auch immer ein Narrativ gewesen, was die Leute irgendwie sozusagen in so eine Loyalität hineingebracht hat. Wenn man irgendwie sagt, okay, euch wird es allen besser gehen oder der nächsten Generation und so weiter. Dann ist das ja auch ein Versprechen, dass die Gesellschaft an die Menschen abgibt und dann sind die vielleicht auch in der Lage, bestimmte, wenn es mal rumpelt oder nicht mehr so einfach ist, das irgendwie doch mitzutragen. Und das ist heute eben nicht mehr so. Man kann eben nicht sagen, ob wir in fünf oder zehn Jahren denselben oder einen größeren Wohlstand haben als heute. Und das ist schon extrem herausfordernd, gleichzeitig dann irgendwie so einen Kompass zu behalten. Und wir hatten das ja vorhin mit Thilo auch besprochen. Auch die Verbindung zum Politischen sind für die Leute natürlich viel prekärer geworden. Wenn man jetzt irgendwie so in den traditionellen Parteimilieus, in Gewerkschaftszusammenhängen, in der Kleingartenanlage oder in so Assoziationen sozialisiert wird, dann gibt das natürlich auch eine Menge an Halt, an Orientierung. Und so setzt eben auch enorme Bindungskräfte frei. Und das ist heute nicht mehr so. Also Engagement ist punktueller geworden. Auch sozusagen diese Rückhaltefunktion von solchen assoziativen Kontexten sind andere. Und ich glaube, das ist extrem herausfordernd, weil Leute sich ihre Begriffe des Politischen häufig sehr allein bilden müssen. Und dann auch unter Nutzung von neuen Medien zum Beispiel. Das ist eben nicht mehr, dass alle in demselben Diskurskontext unterwegs sind, sondern es hat sich unglaublich stark vervielfältigt. Ich fand das eine sehr anschauliche Erklärung dafür, warum die AfD vor allem regional gesehen in den ostdeutschen Bundesländern, also früher DDR, besonders attraktiv zu sein scheint. Ich glaube, eure Erklärung oder ein Stück der Erklärung ist, dass ihr sagt, ja, das sind eben Menschen, die haben also mindestens in den letzten 40 Jahren besondere Veränderungen durchmachen müssen. Und da trifft dann diese Veränderungserschöpfung, wie ihr das nennt, besonders dramatisch zu. Und dann machen die Leute einfach Tilt und gehen dahin, wo ihnen jemand verspricht, kommt zu uns und dann müsst ihr euch nicht dauernd verändern. Ja, man hat ja immer sozusagen, viele haben sich mal gefragt, ja, denen geht es doch gar nicht so schlecht. Das sind ja jetzt nicht immer die Ärmsten der Armen, die jetzt alle AfD wählen. Und wir haben gesagt, ja, man kann das natürlich nicht nur in der Verteilung wollen, man muss es in der Zeitlichkeit verstehen. Die Leute haben in den 90er Jahren unglaubliche Veränderungsturbulenzen mitgemacht. Die sind froh, dass sie wieder festen Grund unter den Füßen haben und sich irgendwie ihr privates Glück aufgebaut haben. Und jetzt sind die, sobald jetzt irgendwie noch eine Veränderungszumutter oben drauf kommt, dann gehen die in so eine veränderungsaversive Festhaltementalität hinein und sagen, nee, wir wollen jetzt keine Migration mehr. Nee, ökologische Transformation, bitte nicht, hatten wir schon genug Transformation. Und wie soll Politik darauf reagieren, wenn Politik sagt, ja, es gibt aber objektiv diese Veränderungsnotwendigkeit der Gesellschaft auf vielen Ebenen. Von Klima angefangen bis Demografie und so weiter. Ja, Politik muss das erstmal verstehen, dass das sozusagen so ein Faktor ist. Und deswegen tue ich mich ja immer schwer zu sagen, das sind jetzt alles irgendwie plötzlich Rassisten geworden oder das sind alles Rechte. Also man muss das wirklich soziologisch erklären. Und wir versuchen eine soziologische Erklärung, dass da natürlich auch chauvinistische und rassistische Haltungen mit darunter sind und dadurch auch nochmal angefeuert und auch bestärkt werden können ohne Zweifel. Aber ich glaube, man kommt so zu einer besseren Erklärung und vielleicht auch zu besseren Möglichkeiten damit umzugehen, indem man eben sagt, okay, für solche Bevölkerungssegmente ist eben die Frage, wie sozialer Wandel vermittelt wird. Von oben, durch Maßnahmepakete und so weiter. Das macht eben einen Unterschied, ob man erstmal sich überlegt, ja, wie kann ich eigentlich an diesen Alltagssinn für Gerechtigkeit anschließen? Es gab eine sehr interessante Studie, die ich neulich gelesen habe aus der Lausitz. Und die sprechen immer so von moralischen, Moral Rifts nennen die das, also moralischen Brüchen in der Vergangenheit. Und die sagen, die Transformationsbereitschaft jetzt auch auf der Ebene von Kommunalpolitikern und so weiter, hängt extrem stark mit der Transformationserfahrung der 90er Jahre zusammen. Weil die häufig nicht als nicht beglückend und nicht positiv wahrgenommen wurde. Die Veränderungsbatterien sind entladen und erschöpft. Genau, ja, da gab es viel auch Enttäuschung und so weiter. Und deswegen muss man bei den Leuten jetzt auch an so einen Gerechtigkeitssinn anschließen und versuchen zu verstehen, aus welcher Perspektive die eigentlich Veränderungsprozesse betrachten. Und das ist eben eine andere Perspektive als eine Perspektive von jemandem, der irgendwie sagt, Gott, ich bin jung, ich bin flexibel, kann überall hingehen, ich bin gut gebildet, sprich drei Sprachen, wo ist das Problem? Jetzt habt ihr euch doch mal nicht so. Kommen wir zu den Fragen, die im Chat reingekommen sind. Würdest du in, Thema Migration, würdest du in gesunde, in Anführungsstrichen, und ungesunde, in Anführungsstrichen, Migration unterteilen? Ja, das sind nicht Begrifflichkeiten, die ich mir zu eigen machen würde. Also was wir jetzt finden, ist, dass es eine, dass sich die gesellschaftliche Selbstwahrnehmung doch schon stark verändert hat. Wir sehen das häufig nicht so. Wir sehen immer nur sozusagen die Migrationsvorbehalte und Skepsis und auch Abwehr. Aber wenn man das über einen längeren Zeitraum anschaut, dann kann man eben sehen, dass wir doch in der Einwanderungsgesellschaft angekommen sind. Also ich meine auch mental und vom kollektiven Bewusstsein her angekommen sind. Die allermeisten Leute sagen, wir brauchen Migration. Es soll auch humanitäre Migration auf Grundlage von Flüchtlingsschutz und so weiter geben. Und es soll auch Einwanderung in den Arbeitsmarkt geben. Und gleichzeitig sagen sie, es darf aber nicht zu viel geben. Ja, es darf nicht zu viel geben. Es soll irgendwie geregelt geben. Und die Diskussion dreht sich ja eigentlich davor, ob die Leute, die kommen, mit legitimen Gründen kommen oder nicht legitimen Gründen kommen. Die Rechten sagen eben, ja, alles Wirtschaftsflüchtlinge. Und die anderen sagen, das sind viele Leute, die Schutz brauchen. Und um die Frage von Integration. Die Rechten sagen, die Leute strengen sich nicht an. Die wollen hier nur in der sozialen Hängebatte liegen. Und Leute eher von links, die sagen, der Staat muss auch die Voraussetzung schaffen. Wir brauchen Bildungsangebote. Wir müssen schnelle Arbeitsmarktintegration. Kapituliert die Bundespolitik auch von Parteien, die eigentlich traditionell, also eher auch offen waren für Migration, für Flüchtlinge. Kapituliert die Bundespolitik da im Moment vor diesem wachsenden, teilweise auch populistischen Druck? Ja, ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit der Politik erstmal im Hinblick auf die Problemlösungskompetenzen noch zu gering ist. Ich glaube, das sind jetzt alles Dinge, die wir eigentlich bewältigen könnten. Ich bin kein Bürgermeister. Ich bin auch nicht verantwortlich, um Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube auch die Klagen, dass es da knirscht. Aber wenn wir uns mal die Zahlen vergegenwärtigen. Die eine Million Geflüchtete kommen dieses Jahr nach Europa. Fast 500 Millionen Einwohner oder 450 Millionen in Europa. Das sind 0,2 Prozent. In fünf Jahren ein Prozent der gesamten europäischen Bevölkerung. Ist das nicht zu schaffen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es sind kleine Zahlen angesichts der demografischen Entwicklung und der Arbeitsmarktentwicklung in den europäischen Ländern. Ist Migration notwendig? Jeder Arbeitsmarktexperte sagt, dass die Unternehmen sagen, dass die Wirtschaftsverbände sagen das. Was uns nicht gelingt, ist sozusagen aus den Migrantinnen und Migranten, die wir haben, jetzt unabhängig davon, ob es sich um reguläre, irreguläre oder Ausreisepflichtige oder sonst was handelt, in hinreichender Zahl in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das betrifft jetzt nicht nur Leute aus Afghanistan oder Syrien, sondern auch Leute aus der Ukraine. Und wenn wir da erfolgreicher werden und zeigen, dass es geht, dann wird sich meiner Ansicht nach auch die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen. Und das ist auch etwas, was die Politik verschleppt hat. Dieses Problem hat sich lange angedeutet. Es gab auch früh Signale aus den Kommunen. Und dann hat man das irgendwie so laufen lassen. Und jetzt greift man zu einer Rhetorik, die letzten Endes ja eine Imitationsrhetorik im Verhältnis zu rechtspopulistischen Akteuren ist. Dazu gab es eine Frage, die eigentlich benachbart ist. Gibt es eigentlich, nach deinem Kenntnisstand als Sozialwissenschaftler, gibt es eigentlich Einwanderungsgesellschaften mit einem starken Sozialstaat? Hintergrund der Frage, der soziale Ausgleich war doch historisch eigentlich innerhalb der Nation im klassischen Sinne üblich. Also Einwanderungsgesellschaft, wo ein starker Sozialstaat dafür sorgt, dass diese Integration auf verschiedenen Ebenen gelingt. Gibt es noch? Also ich muss dazu nochmal ein bisschen ausholen. Das ist so eine alte These, die auch von Ökonomen immer wieder verfolgt wird. Je homogener eine Gesellschaft ist, desto ausgebaute ist der Sozialstaat. Weil sozusagen diese Forschung von Ähnlichkeit oder von Wir-Gefühl irgendwie Voraussetzung ist, um so große kollektive Umverteilungsarrangements überhaupt aufzubauen. Es gibt aber auch historisch andere Beispiele. Belgien, sogar unterschiedliche Sprachen. Auch die Schweiz ist ein Sozialstaat und so weiter. Gibt es auch heterogene Nationen, die eben die starken Sozialstaate haben. Dann gab es amerikanische Ökonomen, die haben gesagt, ja wenn Europa jetzt viel Einwanderung hat, dann wird es automatisch zu einer Zerfassung, zu einem Zerfall von Solidarität kommen und das Sozialstaatsniveau wird auf das amerikanische Niveau abgesenkt werden. Das ist aber nirgendwo wirklich passiert. Auch der Zusammenhang zwischen der Bereitschaft, den Sozialstaat zu unterstützen, also wenn man jetzt nach Einstellung fragt, und Migration ist nicht so linear, wie man das vielleicht denken könnte. Man könnte ja auch andersrum sagen, wenn Migration gut organisiert ist, dann ist es eben keine Einwanderung in die Sozialsysteme, sondern Einwanderung in den Arbeitsmarkt, über den die Sozialsysteme erst finanziert werden. Wir können unser Rentensystem ja auch nur aufrechterhalten, wenn wir viele Arbeitskräfte haben. Man kann das überall aufrechterhalten. Ich bin ja am Sachverständigenrat für Migration und Integration. Wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht zum Verhältnis von Migration und Gesundheitswesen. 30 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen haben Migrationshintergrund. Da braucht man jetzt noch gar nicht auf die 24-Stunden-Pflege, wo das bei 60-70 Prozent liegt, zu schauen. Stichwort Ärztinnen und Ärzte. 28 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben Migrationshintergrund. Der gesamte Sozialstaat, also die gesundheitliche Daseinsvorsorge würde zusammenbrechen. Man würde gar keinen Zahnarzttermin mehr bekommen, wenn man die jetzt alle abzieht. Und eine der größten Gruppen sind syrische Ärzte. Also das ist etwas, was die Leute viel zu wenig auf dem Schirm haben. Also es ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern es ist auch tatsächlich ganz entscheidend zur Finanzierung und auch zur personellen Ausstattung unseres Sozialstaates. Andere Frage. Sind wir in unserem Habitus, unserer Eigenart zu leben, zu unsensibel, um das Migrieren von Menschen tatsächlich verstehen und akzeptieren zu können? Das ist eine etwas abstrakte Frage, aber ich finde da einen interessanten Ansatz drin. Ja, vielleicht. Es ist auch nicht einfach, sich in eine migrantische Erfahrung hineinzudenken. Wir sehen das schon. Naika Foroutan, meine Kollegin, hat ja immer gesagt, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ostdeutschen und Migrantinnen? Dann sagt sie immer, die Migranten haben ihr Land verlassen, die Ostdeutschen wurden von ihrem Land verlassen, sind auf demselben Territorium zu bleiben und sie versucht ja immer so eine Parallelitäten zwischen dieser Erfahrung. Und selbst im innerdeutschen Vergleich sehen wir schon, dass es unglaublich schwer ist, für Wüstdeutsche überhaupt diese ostdeutsche Erfahrung zu verstehen, obwohl die auch öffentlich oft kommuniziert und thematisiert wird. Da gibt es auch ein wechselseitiges Unverständnis. Ich glaube aber, dass es einfach schwer ist, überhaupt sich in andere Leute hinreichend hineinzuversetzen. Es ist für Migrantinnen und Migranten auch wahnsinnig schwer. Niemand interessiert sich eigentlich für das, was sie erlebt haben. Sie werden ganz häufig nur Bezug auf ihre Funktionalität, so wie ich das jetzt ja auch gemacht habe, betrachtet. Und die migrantische Erfahrung ist eben auch die Frage eines extremen biografischen Bruchs, einer extrem biografischen Neuorientierung, inklusive auch sprachlich-linguistischer Fragen eines sozialen Kontextes und so weiter. Und das ist einfach schwer nachzuvollziehen. Also würde ich sagen, da haben wir irgendwie habituelle oder mentale oder kognitive Grenzen. Wissenschaftsbetrieb. Kamen auch ein paar Fragen. Wie kann die Wissenschaft selbst in ihrem System Ungleichheit abbauen oder Ungleichheitstendenzen entgegenwirken? Ja, das ist immer die Frage, auf welcher Ebene man das jetzt macht. Deutschland ist ja kein so stark hierarchisiertes Wissenschaftssystem, also in den USA mit den Ivy League Universitäten und so weiter. Und dann hat man auch die College-Struktur und so ist das was ganz anderes. Mit der föderalen Struktur haben wir eigentlich den Vorteil, dass wir fast in jedem Bundesland auch mal sehr gute Universitäten haben, aber auch nicht alle Universitäten über alle Fakultätenspitze sind. Also manchmal hat man dann alle Uni Münster, sind da zwei Fakultäten sind hervorragend da drin oder Informatik an der Universität des Saarlandes und so weiter. Aber wir haben natürlich Ungleichheiten im Bezug auf die Statusposition derer, die da beschäftigt sind. Also mit Professoren und Professoren, die ja irgendwie so götterähnlich und kündbar und so weiter. Eine Position auch enormer Freiheit und dann darunter irgendwie ein breites, zum Teil prägarisiertes und befristetes Mütterfeld. Und auch da gibt es Existenzunsicherheiten. Da kam die Frage ein bisschen spitz formuliert. Wie viele Ich-bin-Hannas kennst du eigentlich und was trägst du dazu bei, dass deren Arbeit nicht prekär wird? Also das ist eine andere Ebene von existenzieller Unsicherheit im Wissenschaftsbetrieb. Ja, da will ich mir, da war ich ja, manche wissen das auch engagiert in der Auseinandersetzung Profs für Hanna und war auch der Vertreter der Professoren bei einem öffentlichen Gespräch im BMBF und habe mich auch in verschiedenen auch wissenschaftspolitischen Funktionen auch immer für Reformen des Wissenschaftssystems leider nicht erfolgreich eingesetzt, weil ich das für eine ungesunde Struktur halte. Ich habe auch durchaus ein positives Verhältnis zu dem, was man so Departmentstruktur nennt, also mit, also frühzeitig, also dass man nicht mehr nur Professoren hat und dann zugeordnete Mitarbeiter, sondern mehr auch Associate und Assistant Professorships oder Junior Professoren, die dann auch eine längerfristige Perspektive haben und für eine deutliche Ausweitung der Stellen neben und unterhalb der Professur, die nicht jetzt nicht Professur heißen müssen. Die können auch Lecturer oder Researcher oder wie auch immer heißen. Ich glaube, es ist ungesund in einer Organisation zu arbeiten, wo 90 Prozent der Leute befristet, das beschäftigt sind, das würde sich kein Unternehmen leisten, weil natürlich auch der Wissensumschlag und der Wissenstransfer. Es geht verloren. Ja, es geht immer alles verloren. Jeder fängt immer wieder von Null an und wir haben auch ganz viele Infrastrukturaufgaben, Studierendenberatung, Forschungskoordination etc., die natürlich auch von Leuten erfüllt werden müssen. Also das ist, glaube ich, nach wie vor ein riesiges Reformpaket, was Universitäten da vor sich haben. Beschäftigst du dich mit den sozialen Folgen des Klimawandels? Mit den sozialen Folgen, also mit den Konflikten um Klima schon. Ich habe da jetzt so ein bisschen Blut geleckt, wenn ich das so sagen darf. Und die Idee ist schon, auch was wir in diesem Buch Triggerpunkte machen, nicht nur jetzt die ökonomische Verteilung anzugucken, sondern vier andere Arenen, die wir irgendwie innen außen, also da geht es um Migration, wir, sie, da geht es um Fragen von Diversität, Diskriminierung und heute, morgen, da geht es um Klimafragen und Nachhaltigkeit, die doch in das, sozusagen in den Bereich der Ungleichheitsforschung mit zu integrieren und systematisch in einem Verhältnis zu untersuchen. Und da haben wir jetzt sozusagen wirklich auch klimapolitische Konflikte, auch die Verteilungsfrage im Bereich der Klimapolitik. Macht er das als nationale Soziologie oder als inter, als globale? Das haben wir jetzt bezogen auf Deutschland, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir in diesem Feld weiterarbeiten und wenn Leute das Buch lesen, dann glaube ich, ist das Klimakapitel eines der innovativsten und interessantesten, weil wir da wirklich eine Art von Panorama öffnen, das man so bislang nicht findet. Soziologische Frage, wie kann der Staat bereits entstandene Parallelgesellschaften wieder aufbrechen? Kann er das überhaupt? Ja, ich weiß nicht, ob der Staat das kann oder ob die Zivilgesellschaft, also der Staat kann das nur in dem Sinne, dass er irgendwie Wohnraumpolitik macht, da auch irgendwie eine Belegungspolitik, das wird ja in manchen Stadtvierteln auch schon gemacht, dass man irgendwie gute, interessante Mischungen hat. Also das ist ja eher sozusagen der kleine Staat im kommunalen, städtischen Kontext, aber man kann natürlich auch über alle anderen möglichen Netzwerkstrukturen, über Daseinsvorsorge, über Arbeitsmarktintegration so etwas verhindern, dass sich so ethnische Nischen herausbilden oder das, was manchmal so, ja ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, Parallelgesellschaften, dann kommt ja sofort die Retourkutsche ja natürlich, die obersten 10.000 sind natürlich auch eine Parallelgesellschaft, wo man nicht so ohne weiteres hinein... Gated Communities sind auch eine organisatorische Form. Ja, genau so, aber und das wissen wir ja auch aus dieser gesamten Forschung zu ethnischen Vorurteilen und interethischem Kontakt. Je intensiver der Kontakt ist, desto geringer sind die Vorurteile. Deswegen ist eine gute Durchmischung eben auch ein extrem guter Prädiktor für gelungene Integration. Was fällt dir zu Neukölln ein in diesem Zusammenhang? Ja, ich bin zu selten in Neukölln, um da wirklich kompetent was zu sagen. Ich bin zwar hin und wieder auch mal abends da, aber jetzt kein Experte, aber ich glaube, dass es wenig Sinn macht, jetzt über so einzelne Wohngebiete zu sprechen. Naja, das war auch eine unfaire Frage, ein bisschen in die Wade getreten. Wie kann eine Welt mit offenen Grenzen aussehen? Beziehungsweise ist das überhaupt vorstellbar? Ja, es gibt ja einige Leute, die dafür argumentieren und die dafür Gerechtigkeitsargumente geltend machen. Also wir leben einfach so in globaler Hinsicht ja noch in einem globalen Feudalismus. Also innergesellschaftlich haben wir so eine Miratokratie, unvollständig und problematisch, wie wir ja besprochen haben. Aber global ist man natürlich an seine Staatsbürgerschaft gebunden und die ist mit ganz viel Privilegien oder Benachteiligung verbunden. Und in Burkino Faso oder in der Schweiz geboren wird, macht eben einen riesigen Unterschied. Branko Milanovic, der Ökonom, hatte einfach interessante Studien, der sagte irgendwie, okay, es gibt jetzt sozusagen den Benefit of Place, also den Vorteil, den man einfach durch den Ort, an dem man lebt, durch die Infrastrukturen, durch die Zivilität, durch Bildungsangebote und so weiter genießt. Und man könnte, wenn man jetzt so Gerechtigkeitstheorien wie Rawls und so weiter, weiterdenkt, auf die globale Ebene, das machen ja einige, dann sagen die, okay, Grenzen sind eigentlich zu jeder, also für jede liberale Grundauffassung, sind die eigentlich ein Problem. Weil, und ich mache das ja auch in meiner globalen Soziologie, in dieser Mobilitätsforschung, wenn man jetzt sich mal anguckt, wer hat eigentlich Mobilitätsrechte? Wer kann überhaupt woanders hinreisen? Wir würden von außen auf die Welt zusteuern und die Länder wären dann sowas wie Waben. Dann würde man sehen, ja, da gibt es ein paar Bienen, die können überall hin und her fliegen. Das ist der globale Mobilitätsadel und dann gibt es ganz viele, die sind in diesen Waben festgeklebt. Wie verschieben sich da die Mengen, wenn man das mal als Menge und Verteilung sich denkt? Ja, man denkt immer sozusagen, das war ja eine Story der Globalisierung. Alle sind jetzt irgendwie in Bewegung, Grenzen spielen keine Rolle mehr und sowas. Und de facto haben wir erst, ich habe auch Studien dazu gemacht, also wir haben über 300 Landgrenzen weltweit. Und in den 80er Jahren waren 5% dieser Landgrenzen sogenannte fortifizierte Grenzen, also Mauergrenzen, Mauern und Stacheldraht. Heute sind es 20%. In dem Moment, als die Berliner Mauer sich geöffnet hat, sind global überall Grenzen entstanden. Ganz Europa, früher hat man vom Festung Europa geredet, da haben dann Leute auf Konferenzen in Busse gesagt, das sei Unsinn, was man da redet. Heute gibt es fast, außer die Polen, Ukrainer und zum Moldau, gibt es fast keine nicht fortifizierte Grenze mehr. Von daher nehmen die Grenzen eigentlich zu. Und solange wir eine Welt extremer Ungleichheit haben, werden wir auch Grenzen haben, werden Staaten sozusagen ihre nationale Souveränität nutzen und sich gegen Zuwanderung oder Mobilität aus ärmeren Weltregionen sichern. Und von daher ist beides, also die Frage der Ungleichheit und die Frage der Grenzen und der Grenzkontrolle ganz eng miteinander verknüpft. Schnitt, Biografie. Welche Resonanz hast du mit Lüttenklein, also diesem autobiografischen Buch, erfahren, sowohl innerhalb der sozialwissenschaftlichen Community als auch außerhalb? Ja, deutlich mehr außerhalb. In der sozialwissenschaftlichen Community ist das ein Nischenthema. Das interessierten ein paar Leute, die fanden das auch ganz interessant, das mal zu lesen. Aber sozusagen DDR-bezogene Soziologie, das gibt es, oder Ostdeutschland-bezogene, das gibt es jetzt ein bisschen mehr und das gab es immer. Ein paar Leute haben das auch systematisch betrieben, aber das ist eine kleine Zahl. Ich kann ja auch mal gucken, wie so Bücher so zitiert werden und so und das ist jetzt nicht mein meist zitiertes Buch, aber es ist glaube ich mein meist gelesenes Buch. Da sind ja irgendwie extrem viele verkauft worden und hat auch viele Auflagen gehabt. Aber ich habe unglaublich viel Resonanz. Also ich glaube mehrere hundert Briefe und so weiter bekommen zum Teil 10, 20 Seiten lang Material und so weiter. Und jetzt gibt es ja mehr Ostdeutschland-Bücher, zu denen ich zum Teil eben auch eine kritische Haltung habe. Aber das Buch war so eine Gratwanderung, das war im Prinzip der Versuch, die DDR sozusagen als Diktatur kritisch zu betrachten und trotzdem irgendwie eine interessante soziologisch und lebensweltlich dichte Geschichte zu erzählen. Und viele Leute sagen ja, die DDR war eine Diktatur, aber nicht nur. Und dieses aber nicht nur, das wollen sie gerne miterzählt haben und deswegen hat das auch viele Leute irgendwie berührt oder mitgenommen. Ich habe ja auch unglaublich viele Lesungen gemacht, was für einen Soziologen ein bisschen ungewöhnlich. Und dann eben nicht in den üblichen akademischen Foren, sondern in Plattenbaugebieten. Also ich bin überall gewesen in Halle-Neustadt und Hellersdorf und so weiter. Und das war für mich extrem interessante Erfahrungen, weil das eben… Hat einer geschrieben im Chat, ich war auf der gleichen Schule wie Steffen. Er stimmt alles, was er da geschrieben hat. Also das war sozusagen nochmal… Okay, das freut mich. Ja, das ist natürlich für mich auch nochmal so ein Realitätscheck. Ich habe ja auch in Lütten-Klein mehrere Lesungen gemacht und ich habe ja auch Leute da interviewt. Und da zittert man natürlich innerlich schon. Natürlich jeder hat auch die DDR anders erlebt und interpretiert sie auch anders, wenn man da so ein Stück weit Bestätigung erfährt. Und es geht mir ja nicht darum, Leuten, die jetzt irgendwie der DDR nachhängen, zum Bund zu reden, sondern es ging mir einfach darum, irgendwie aus dem, was Ostdeutschland heute ist, das irgendwie auf neue Art und Weise zu interpretieren. Und ich glaube, da muss man einfach die Vergangenheit der DDR-Gesellschaft und die Sozialstruktur und die Mentalitätsgeschichte der DDR genauso dazunehmen wie die Transformationsphase der 90er und der Nuller Jahre. Und da sieht man einfach unglaublich viel Kontinuität. Und die meisten anderen Sachen, die ich kenne, die sagen immer, entweder DDR-Diktatur sozialisiert und deswegen ist heute alles zu erklären oder Transformationstrauma, das erklärt heute alles. Und dann sage ich, das stimmt beides eben nicht allein. Hast du eigentlich den damaligen Stadtjugendpastor von Rostock persönlich kennengelernt, einen gewissen Joachim Gauck? Ich habe ihn einmal kennengelernt, er weiß aber sicher nicht, dass ich ihn, mich hatte mal eine Freundin zu so einem Jugendgottesdienst mitgenommen. Und er hat ja tatsächlich in einer Kirche gearbeitet, die auch im Plattenbau war und eigentlich nur 300 Meter von unserer Wohnung entfernt. Und von daher kannte ich ihn vom Hörensagen und ich wusste auch mal, dass er sich so im weiteren Freundeskreis mal für Jugendliche intensiv eingesetzt hat und die dann irgendwie gegenüber staatlichen Zurichtungen oder Zudringlichkeiten dann da auch in Schutz genommen hat. Aber keine engere persönliche Bekanntschaft? Nee, keine engere persönliche Bekanntschaft. Wir haben uns mal irgendwann später darüber unterhalten. Nochmal ein Zitat aus Lütten-Klein, Zitat. So wie Betriebe wurden auch Menschen in ihren beruflichen Biografien stillgelegt. Da wird jetzt gefragt, inwiefern gilt das eigentlich auch für ganze Generationen ostdeutscher Biografien nach dem Mauerfall? Ja, das ist schon eine starke Generationsschichtung. Ich hatte ja vorhin schon gegenüber Thilo gesagt, ich hatte natürlich riesiges biografisches Glück, wenn ich fünf oder zehn Jahre älter gewesen wäre oder vielleicht schon eine Familie gegründet hätte, hätte das ganz anders ausgesehen. Und dann sind, das ist ja auch so ein bisschen so eine Enttäuschung der Ostdeutschen, die haben gedacht, okay, in der DDR, da geht alles nach politischer Loyalität und Parteizugehörigkeit. Und jetzt kommt die Leistungs- oder Marktgesellschaft und jetzt werden wir nach unseren Qualifikationen und nach unseren tatsächlichen Einsatzbereitschaften oder Leistungsvermögen irgendwie bezahlt. Und da haben sie festgestellt, ja eigentlich ist das ja purer Zufall, generationaler Zufall, aber auch, ob man irgendwie nachgefragten Beruf hat oder in welcher Region, ob der Betrieb jetzt gerade abgewickelt wird oder nicht. Und ich meine, die Zahl der Leute, ich meine, das ist so unvorstellbar, wenn man sagt, innerhalb von zweieinhalb Jahren sind 75 Prozent der Industriearbeitsplätze verloren gegangen. 80 Prozent aller ostdeutschen Familien haben Erfahrung mit Langzeitarbeitslosigkeit, also über ein Jahr gemacht bis 1995. Also das sind, und dann ist noch gar nicht eingerechnet, wer alles sozusagen umschulen musste, wer irgendwie sich beruflich neu orientieren musste und so weiter. Also es war wirklich eine so turbulente, fast unvorstellbar turbulente Zeit. Anderthalb Millionen Menschen sind, von DDR hatte ja nur knapp zehn Millionen Arbeitskräfte, sind in den Vorruhestand geschickt worden, wie mein Vater auch. Der war in meinem Alter. Also für mich ist es so, wenn jetzt morgen jemand kommen würde und sagen, du bist jetzt stillgestellt, du kommst jetzt in so ein biografisches Moratorium hinein und du wirst eigentlich nie wieder relevante Verwendung finden, das muss man auch erstmal mental verkraften. Wirkt so etwas auch noch eine oder vielleicht sogar zwei Generationen weiter über die individuell Betroffenen hinaus? Ja, es gibt ja sozusagen auch diese These dieser Familiennarrative, also das ist die Weitergabe von solchen Traumata. Ich habe mal gesagt, bei einer Veranstaltung, es ist dann auch so ein bisschen diskutiert worden, Ostdeutschland hat sozusagen kein wirkliches 68 gehabt. Also 68 in dem Sinne, dass die Eltern und die große Generationen sozusagen auch befragt wurden zu ihrer Verantwortung in der Diktatur, zu ihrem Mitmachen oder nicht Mitmachen. Und dann kann man sich fragen, woran liegt das eigentlich? Das liegt vor allen Dingen daran, also 68 in der Bundesrepublik war ja auch eine Herausforderung der Eliten. Aber in Ostdeutschland waren natürlich die Eliten und die Generation der Altvorderen, die waren schon von ihren gesellschaftlichen Plätzen abgeräumt. Und so hat sich dann zum Teil in den nachfolgenden Generationen so eine Art Stockholen-Syndrom, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, herausgebildet, dass man doch eher solidarisch mit diesen doch dann... Identifikation mit dem Geiselnehmer. Genau, ja. Und dass man irgendwie dann mit den Eltern nicht mehr so hart ins Gericht geht, sondern eher... Weil sie auch Opfer waren. Ja, eher so eine Art Mitgefühl entwickelt und dadurch fehlt es auch innerostdeutsch an so einer generationalen Auseinandersetzung. Das findet jetzt ein bisschen statt. Es gibt ja so Bücher von Anne Rabe und so, die das machen. Das finde ich auch sehr gut. Aber lange Zeit war das so ein Beschweigen. Man hat die Leute gar nicht befragt. Keine Katharsis. Ja, genau. Wissenschaft. Wie schafft man es, oder wie schafft man eine Brücke zwischen Uniforschung und Gesellschaft? Besonders, wenn es akute Konflikte gibt. Beispiel Rechtsruck, Antifeminismus wurden da Stichworte genannt. Ja, wie schafft man das? Ich versuche das natürlich schon ein bisschen. Ich bin ja auch halbwegs öffentlicher Soziologe. Aber man muss sich natürlich vor Vereinnahmungen durch die Politik, aber auch durch die Öffentlichkeit so ein Stück weit auch schützen. Man kann sich, wenn man das jetzt zu viel macht, kann man sich, wie soll man sagen, nicht verbrennen, aber auch so ein Stück weit leer laufen. Das ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Das heißt, ich versuche eigentlich viel Öffentlichkeit zu machen, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Ich möchte auch kein Allerweltssoziologe sein, der sich zu allem Möglichen äußert, sondern wenn ich hier bei Thilo eingeladen werde, dann gehe ich eben davon aus, dass es um meine Forschung und um meine Publikationen geht. Und dann mache ich das unglaublich gerne und dann versuche ich im Prinzip, mich als Wissenschaftler auch nicht zu kompromittieren. Natürlich muss man anders sprechen, kann man auch nicht sklavisch dann irgendwie an seinen Daten oder seinen Befunden bleiben, sondern muss die natürlich auch in einen gesellschaftlichen Deutungskontext hineinbringen. Und das versuche ich, aber ich würde mich nie zu allen Problemen, ich werde ja auch manchmal gefragt irgendwie, ob ich jetzt was zum Russlandkrieg in der Ukraine sagen kann oder zum Palästinakonflikt. Ich habe dazu Meinungen, zum Teil auch starke Meinungen, aber ich würde die öffentlich nicht positionieren. Aber die eine Frage möchte ich dir jetzt stellen. Da wurde nämlich gefragt, gibt es eigentlich eine Kriegssoziologie und wenn ja, welches sind deren Erkenntnisse oder Thesen? Ja, es gibt eine Kriegssoziologie, aber wie das immer so ist, in Friedenszeiten wird das nicht so besonders gepflegt. Wir haben keine Kriegsfriedenszeiten. Ja, und es gab ganz wenig Leute und dann verschwinden solche Felder auch, die das gemacht haben, die zum Teil auch mit großen quantitativen Daten arbeiten, aber es gibt auch eine stärkere, auch nochmal Gewaltssoziologie. Auch Hans-Joas hat was zur Soziologie des Krieges mal gemacht und jetzt Wolfgang Knöbel am Hamburger Institut für Sozialforschung, der macht ja irgendwie eine Gewaltssoziologie. Und da geht es natürlich zum Teil auch um Fragen von interethnischen Konflikten, Konflikt- oder Kriegsursachenforschung, aber es gibt auch einen Strang, den finde ich sehr interessant, jetzt auch vor dem Hintergrund, ich wollte mich ja eigentlich nicht dazu äußern, aber jetzt referiere ich andere Forschung, vor dem Hintergrund des Hamas-Angriffs auf Israel, wo ja immer gesagt wird, ja man muss das jetzt alles kontextualisieren und historisieren und da gibt es einfach auch interessante Forschung, die die Frage der Gewaltexzesse oder eines Blutrausches in spezifischen sozialen Situationen Das geht dann aber auch in die Sozialpsychologie Ja, ja genau, aber die sowas untersuchen, weil im Prinzip, was immer man jetzt für Kontexte und auch sozusagen historische Faktoren anführt, das was da an Goldtaten passiert ist, ich will das jetzt nicht im Einzelnen zitieren, ist ja so unvorstellbar und ist einfach jetzt sozusagen mit so einer kausal- oder deterministischen Erklärung ja überhaupt nicht zu erklären, sondern es muss irgendwie was anderes noch dazu kommen und da gibt es so Ideen, wie solche, auch solche spontanen Gewaltexzesse, so fast rauschhafte Zustände entstehen können und das finde ich sehr interessant. Ja, noch eine Frage. Na, jetzt bin ich gespannt, ob du dazu was sagst. Richard David Precht ist von seiner Honorarprofessur in Lüneburg zurückgetreten und hier steht auf Verlangen des Studentenparlaments, ich weiß nicht, ob das ursächlich war, aber was denkst du über Cancel Culture und solche Formen von Aktivisten, die dann auch Bedrängungen darstellen können anhand dieses Phänomens. Also ich kenne jetzt diesen Fall nicht, ich weiß, dass es welcher David Precht gibt, aber ich verfolge jetzt nicht, was er macht, weiß jetzt den Kontext nicht so, ich gucke auch kaum Fernsehen oder sowas, deswegen bin ich da auch nicht so firm. Er hat, er hat, er hat, Mein ist ja erstmal ein politischer Begriff. Ich bin auch erstmal ein Freund der freien Rede und des Austausches unterschiedlicher Positionen und es gibt natürlich Positionen, die ich auch für nicht diskutabel halte. Wenn jemand irgendwie sich rassistisch äußert oder das N-Wort in Diskussion einbringt, das finde ich ist eigentlich nicht satisfaktionsfähig, aber ansonsten bin ich eher skeptisch, dass man irgendwie mal andere Positionen sofort abräumen sollte, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine DDR-Erfahrung, dass ich doch immer auch große Freude daran habe, wenn es irgendwie plural und in offener Rede zugeht und das doch eigentlich als Gegenstück zu einer kontrollierten und sich selbst in der Meinungsfreiheit beschneidenden Gesellschaft sehe. Also bei Precht, ich will es nicht weiter diskutieren, aber der Anlass war gewesen, er hat in seinem Podcast mit Lanz über Berufstätigkeit von Juden eine objektiv falsche und sprachlich völlig verunglückte Formulierung gewählt, die man durchaus als vom, nicht von der Intention her, aber vom Inhalt her als antisemitisch auslegen konnte, er hat sich dann hinterher dafür um Entschuldigung gebeten, der Sender hat das dann verspätet rausgeschnitten und das hat dann diese Diskussion in Gang gesetzt. Aber wenn das, wenn du das nicht verfolgt hast... Warum braucht ein Richard David Brecht eine Honorarprofessur? Das ist für mich die grundsätzliche Frage. Fürs Renommee? Ja. Zu dir. Warum hast du den Begriff Trigger gewählt, der doch aus der Psychologie kommt und im Zusammenhang mit Trauma oder Traumata steht? Ja, wir haben den eher aus der... Ich kenne ihn aus der Waffenkunde. Ach so, ja, da gibt es das auch. Da ist der Abzug bei Waffen, das ist ja der Trigger. Ja. Na, wir haben das eher sozusagen als körperliches Phänomen, da gibt es das ja auch. Ja. Also, dass man Triggerpunkte hat, die bestimmte Druckpunkte, die auch mit anderen Körperarealen verbunden sein können und wenn man die da drauf drückt, dann löst das so eine Art von Schmerz aus. Es kann auch entkrampfen, aber es ist auch ein Verspannungszeichen und wir sehen das ja eigentlich so als neuralgische, inflammatorische Zonen der Gesellschaft, wo es eben sozusagen diese, dann auch so Erregungszustände, positive und negative Gefühle gibt und wir dachten, das sei eigentlich ein ganz schönes Bild. Ja, ja. Ist ja auch gut zu wissen, dass es also mehr als die eine Definition gibt. Was hältst du von dem Begriff Protestwähler? Bezug ist natürlich die AfD im Osten und anderswo. Ist das ein verharmlosender Begriff oder ist er noch präzise? Nee, ich glaube, er ist unpräzise, aber ich glaube auch nicht, dass man die AfD-Wähler homogenisieren kann. Es gibt eben diesen harten, auch rechten Kern, die das teilen, was der Höckeflügel eben sagt und möchte. Es gibt irgendwie ein paar verirrte Seelen, es gibt Leute, die irgendwie rechte Neigung haben, aber vielleicht kein kohärentes Weltbild und es gibt Leute, die irgendwie aus Frust oder wie auch immer diese Partei dann wählen. So, die letzten, ach, drei, vier, gehen wir schnell durch. War in der DDR vor der Wende eigentlich eine starke deutschnationale Mentalität verbreitet? Ja, es gab ein DDR-Deutschsein. Das schreibe ich in Lüttenklein auch. Also in der DDR konnte man Deutscher sein als in der Bundesrepublik der 80er Jahre. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Boden, auf dem sich dann später nochmal was entwickeln konnte. Und die DDR hat das relativ stark geprägt und gepflegt, trotz sozusagen auch dieses Internationalismus und der Völkerfreundschaft, die sie natürlich auch gepredigt hat. Aber de facto spielte das im Altersleben keine Rolle. Es gab auch eine stark deutschnationale Neonazi-Jugendszene in der DDR. Absolut, ja. Rechte Netzwerke waren sehr, sehr stark. Ist die Bild-Zeitung ein Trigger-Medium? Ja, ist ein Trigger-Medium. Macht das ja regelmäßig und versucht genau diese Aufregationen zu identifizieren und die dann in eine Schlagzeile zu verarbeiten, denke ich schon. Was hältst du von zivilen Ungehorsam? Ist der legitim oder gibt es Grenzen des Ungehorsams? Schwierige Frage, auch keine soziologische Frage. Ist ja wahrscheinlich eher eine rechtswissenschaftliche Frage, auch wahrscheinlich müsste ich da biografisch, also es gibt, ich könnte die Grenzen jetzt nicht ganz genau bestimmen. Die muss jeder auch für sich bestimmen. Aber ansonsten, glaube ich, ist ziviler Ungehorsam erstmal auch ein legitimes politisches Mittel, solange es eben nicht um Angriffe auf Personen oder Sachen geht. Welche Rolle spielt der Zusammenbruch der Sowjetunion beim derzeitigen Erstarken reaktionärer beziehungsweise autoritärer politischer Bewegungen in den Post-Sowjet-Staaten? Gibt es da eine Art Erbe? Ja, also in Russland gibt es dieses Erbe ganz stark. Also diese noch starke Orientierung sozusagen an dem Sowjet-Imperium. Das ist ja auch für Putin, der dann in Dresden beim KGB war und sozusagen die biografische Ur-Erfahrung eines Verlustes, wo man sich dann zurück... Und dann sind viele andere Sowjetrepubliken eben abgefallen und haben Eigenstaatlichkeit für sich beansprucht. Und das haben die eigentlich niemals verwunden. Und das ist auch bekannt, also bei den Imperien-Forschern sagen die immer, okay, jetzt zusammenfallende Imperien, die man in Größe hat, sind immer gefährlich, weil die ziemlich stark... Weil sie Phantomschmerzen erzeugen, die dann weiter wirken. Und nach außen Aggressivität entwickeln und versuchen sozusagen alte Größe wieder herzustellen, die eigentlich nicht mehr herzustellen ist. Wobei bei Putin ist das, glaube ich, noch ungeklärt oder anderen auch, ich sag jetzt mal, russischen Führern, ob der Bezugspunkt eigentlich die UdSSR oder das zaristische Russland ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann auch weiter zurück. So, die allerletzten drei. Historisch hat es immer egalitäre Gesellschaften gegeben, die erfolgreich für längere Zeit existierten und auch innovativ waren. Wie erklärt sich deren Untergang und was können wir daraus lernen? Ja, es gibt ja egalitäre Gesellschaften mit ähnlichen Basisinstitutionen, wie wir sie jetzt haben, Marktwirtschaft und so weiter. Natürlich, die skandinavischen Länder sind über lange Zeit sehr viel egalitärer gewesen. Ja, aber inzwischen... Es ist in Schweden auch sehr stark ungleich geworden. Aber Belgien ist zum Beispiel noch eine relativ egalitäre Gesellschaft. Da ist die Ungleichheit, anders als im sonstigen OECD-Trend, nicht so stark auseinandergegangen. Und ansonsten, die sozialistischen Gesellschaften waren natürlich immer eine Verbindung zwischen Egalität und Unfreiheit. Oder diktatorischen... Die diktatorische Egalität. ...politischen Systemen. Ja, mit welchen Gründen sind die untergegangen? Also es bezieht sich jetzt wahrscheinlich wirklich auf den Staatssozialismus. Da würde ich sagen, hat das nochmal mehr Defekte. Da war wahrscheinlich die Egalität nicht irgendwie die ausschlaggebende Ursache. Wünschen sich ja viele Leute auch in Ostdeutschland, wenn man sich fragt. Ich glaube, es ist hier eher gemeint, das vielleicht so skandinavische Modell. Weil hier wurde ja gesagt, und die hatten auch innovative Funktionen. Das würde man beim Staatssozialismus nicht sagen. Ja, okay. Ja, aber da würde ich jetzt keinen Grund sehen, warum Schweden nicht wieder egalitärer werden. Könnte außer politischen Gründen dagegenstehen. Aber ansonsten kann das ein erfolgreiches und egalitäres Land sein. So, die vorletzte Frage. Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Ich bin da zurückhaltend. Das könnte ich jetzt länglich begründen. Vielleicht bin ich da auch zu stark sozusagen traditioneller Sozialstaatsanhänger. Ich glaube, das würde eine kategoriale Unterscheidung zwischen sozusagen Leuten, die im Arbeitsprozess sind und Leuten, die draußen sind, mit sich bringen. Und es würde die Höhe dieses Grundeinkommens zum politischen Spielball auf eine Art und Weise machen, wie wir uns das gar nicht heute vorstellen können. Die befreiende Dimension, die darin auch stecken könnte, siehst du nicht? Doch, die sehe ich auch. Die finde ich auch positiv. Aber ich glaube, dass die Rückwirkungen und vor allen Dingen natürlich die langfristigen Transformationskosten, wie kommt man da eigentlich hin, wenn man das jetzt mit, das sind ja, weiß nicht, 800 Milliarden oder sowas, die man da jedes Jahr bräuchte, wenn jede Person jeden Monat 1000 Euro bekäme. Das sind ja unglaubliche Summen. Und wir würden ja dann zwei Systeme parallel fahren müssen, weil jetzt Rentenansprüche angesammelt sind und so weiter. Das ist fast unvorstellbar, wie so ein Umbau aussehen könnte. Okay, also da gibt es Leute, die sagen, oh, alles gar nicht so schwierig, aber das können wir nicht diskutieren. Ja, das habe ich auch schon gehört. So, und... Steffen, wie ist deine Prognose bezüglich Wagenknechts Erfolgschancen? Kann sie die AfD spalten oder stoppen? Tja, da habe ich heute Mittag schon mit zwei interessanten Journalisten drüber diskutiert. Ich glaube, also dieser erste Auftritt, den ich von ihr gesehen habe, war so ein Stück weit anders und moderater als das, was ich sonst gehört habe. Sie scheint jetzt sich sehr stark auf das, was man vielleicht den gesunden Menschenverstand nennen könnte. Also nicht meinen Begriff, sondern als politischen Begriff einzulassen. Ich glaube, sie hat ein bestimmtes Potenzial, ob sie die AfD damit aufhält oder spalten kann. Das kann ich auch nicht sagen. Das muss sich dann irgendwie ergeben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich ein leerer politischer Platz ist, den sie da für sich behauptet. Die erste Umfrage, die es jetzt gab, natürlich ist das fiktiv, die hat ja erstmal gezeigt, dass es offensichtlich Leute gibt, die dem zustimmen würden. Aber ob das in der politischen Praxis nachher trägt, mit einer etablierten Parteienorganisation, mit Führungsfiguren und dann möglicherweise auch mal mit einem Programm, das man über 25 oder 30 Seiten niederschreiben muss, das muss ich dann erst noch zeigen. Aber wie gesagt, ich wage da keine ganz klare Prognose. Steffen, danke schön. Danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse. Und ja, Thilo hat es vorhin schon angesprochen. Und ich wiederhole es gerne, eure Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht gäbe, wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020